Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Jetzt sehen die Reihen auch etwas voller aus als vorhin. Ich habe ja ursprünglich schon gedacht, es liegt daran, dass ich heute Morgen nicht geduscht habe, dass hier so leer ist. Dann eröffne ich den Parteitag um 9.49 Uhr und ein paar Sekunden am Sonntagmorgen und gebe an Julia. Guten Morgen. Wir müssen euch etwas mitteilen. Unser Streaming-Mensch Sebastian Greiner hat gestern Abend festgestellt, dass es theoretisch möglich gewesen wäre, mit den Streaming-Kameras da oben während der Wahlgänge auf die Wahlkabinen zu richten. Sebastian hatte die Kameras während aller Wahlgänge unter seiner Kontrolle. Er hat dort die ganze Zeit gesessen, hat die Aufzeichnung unterbrochen und die Kameras auf eine Wand gerichtet. Wir haben uns das telefonisch von ihm bestätigen lassen und eine eidesstattliche Erklärung vorbereitet, die er sobald er ankommt unterzeichnen wird, damit bestätigt ist, dass wirklich niemand zu irgendeinem Zeitpunkt die Möglichkeit hatte, diese Wahlkabinen zu filmen. Selbstverständlich haben wir jetzt für den Beisitzerwahlkampf, äh, Wahlkampf, ja, für die Beisitzerwahl die Kabinen hier auf die Seite geräumt. Wir werden aber mit den Wahlen zu den Beisitzerinnen und Beisitzern nicht fortfahren, ehe Sebastian hier ist und diese Erklärung unterschrieben hat. Das heißt, wir werden gleich einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung einbringen und erst mal mit den Satzungsänderungsanträgen fortzufahren. Gibt es dazu Fragen? Bitteschön. Ich habe gehört, da sei irgendein Video aufgetaucht, das so einen Wahlgang zeigt. Das kann dann ja nicht von den Streaming-Kameras kommen, aber es kommt woanders her. Welche Auswirkungen hätte das, wenn dieses Video echt wäre? Es gibt neuen Zeugenaussagen, dass dieses Video nicht echt ist. Genau, also diese Videoaufzeichnung war im Prinzip, wie Sie festgestellt haben, dass es theoretisch möglich gewesen wäre und das war nach Unterbrechung der Versammlung gestern. Gibt es weitere Fragen? Und es gibt Zeugen dafür. Genau, und es gibt Zeugen dafür. Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann übergebe ich die Versammlungsleitung wieder an Püt. Danke. So, dann machen wir weiter mit Satzungsänderungsanträgen. Ich würde vorschlagen, die Satzungsänderungsanträge nach Nummerierung zu behandeln. Also beginnend mit der niedrigsten Nummer, hochgehend zu der höchsten Nummer. Gibt es dagegen Einwände? Das ist nicht der Fall. So, dann rufe ich Satzungsänderungsantrag Satzungsänderungsantrag 1 auf. Ich habe ihn doch gerade hier. und rufe Nicole Staubus zur Vorstellung. Dein Satzungsänderungsantrag. Gibt es Einwände gegen die Tagesordnungsänderung? Das ist nicht der Fall, dann per Akklamation. Ist möglich. Ja, kein Einspruch erhoben worden und dann müssen wir nicht abstimmen. Dann, Nicole, stellst du vor, fängst du an mit deinem Vorstellen und dann kommt der Ralf dran. Der hat auch seinen Ralf-Stuhl. Also, wie wir ja in Gernsham gemerkt haben, ist es ziemlich unklug, keine Fristen für Programmänderungsanträge zu haben. Wenn man nämlich einen Tag vorher kommt und es sind doppelt so viele Programmänderungsanträge im WIKI als vorher, daher wäre es schön, eine Frist zu haben, damit man sich auch vernünftig auf die Programmänderungsanträge vorbereiten kann. Und das ist einfach nur die Änderung so, wie sie in der Bundessatzung auch geregelt ist. Ralf, jetzt kommst du, das dauert länger. So. Das ist ja schon fast eine wertende Aussage. Nein. Ralf, Satzungsänderungsantrag 2. Ja, Nicole hat leider recht, es ist etwas komplexer in der Formulierung, aber im Prinzip, was wir uns überlegt hatten, auch an einem Hessen-Campus schon, ist, dass wir ein besseres System brauchen, um unsere Anträge einzureiten. Wir sehen es alle selbst, Gernsheim war das beste Beispiel. Auch heute sind wieder Anträge, sage ich mal, zum Landesparteitag oder am Landesparteitag gestellt worden. Und wenn wir an der Antragsuhr spielen, gerade wenn Leute halt kurz vor knapp Sachen einreichen, gibt es halt keine Chance, die ordentlich zu diskutieren und eventuell Alternativen zu generieren oder eben auch Verbesserungen an Anträgen vorzunehmen. Auch gleichzeitig brauchen wir halt, das ist im Vergleich zu Nicoles Antrag, wir brauchen auch die Chance, dass wir flexibel Anträge auch noch zum Landesparteitag einreichen können, in Form von Erdringlichkeit, weil man stelle sich vor, so eine Geschichte wie bei den Grünen, wir haben eingeladen zum Landesparteitag und dann passiert hinter der Antragsfrist so etwas wie Fukushima, was wir alle nicht hoffen wollen, aber wir hätten dann keinerlei Chance mehr, einen Antrag dazu zu formulieren, obwohl wir der Landesparteitag, das höchste Gremium hier im Landesverband sind. Deswegen haben wir uns ein Fristenkonzept überlegt und man kann es auf dem Beamer ein bisschen sehen. Ich probiere es mal ganz kurz zu erklären, weil im Prinzip ist es relativ einfach. Es gibt eine Einreichungsfrist für Anträge, bis dahin müssen alle Anträge eingereicht sein. Danach gibt es eine Änderungsphase, wo man die Anträge diskutieren kann, kann man natürlich auch schon vorher, aber man kann sie weiterhin, sie sind noch offen. Alle eingereichten Anträge können verändert werden oder man kann Alternativanträge dazu stellen. Dann wird das auch irgendwann geschlossen. Diese Phase kann zum Beispiel, also in einem Antrag haben wir sie flexibel gehalten, da könnten wir abstimmen, wie lange das dauern soll. In dem zweiten Antrag ist sie auf vier Wochen festgelegt, auch gerade im Hinblick, dass der nächste programmatische Landesparteitag in Butzbach schon bereits in neun Wochen sein wird. Danach folgt eine Reihenfolgenbildung, das heißt die Basis, ihr alle werdet gefragt, welche Reihenfolge denn ihr von diesen eingereichten Anträgen gerne behandeln möchtet. Weil nicht jeden interessiert jedes Thema und es ist ein bisschen unfair, wenn wir in der Hinsicht immer die Leute, die schnell ihre Anträge einreichen, bevorzugen, sondern es geht ja darum, was uns alle interessiert und was wir auch als Landesparteitag, dass wir dann ein bisschen effizienter werden, im Konsens beschließen können und sie eben nicht immer bei vielen Anträgen im Detail verlieren und somit halt auch nicht vorwärts kommen, gerade im Hinblick auf die Landtagswahl. Ja, und mit dieser Reihenfolgenbildung, wo die Basis befragt wird, die bildet dann auch die vorläufige Tagesordnung, die zwei Wochen vor dem Landesparteitag verschickt wird und dann hat man auch noch zwei Wochen Ruhe, um sich selbst für den Antrag, den Landesparteitag vorzubereiten. Ja, und die Dringlichkeit, Anträge müssen halt mit 50 Unterschriften bewiesen werden, sodass der Parteitag weiß, dass das dringlich ist. Letzter Satz. Danke. Gut. Du darfst gleich nochmal. Es gibt nämlich noch einen zweiten Konkurrentenantrag. Im Übrigen ganz kurz, wer sich das Konzept dort angucken will, das gibt es auch im Wiki. Alternativ, ihr könnt euch das Beamer-Bild, wenn ihr das nicht erkennen könnt, könnt ihr beamer.piraten-bpt.de, dann könnt ihr euch das auf euren Laptop holen, dann könnt ihr das besser sehen. So, dann Satzungsänderungsantrag 2a. Ja, im Prinzip, wie gesagt, diese beiden Konzepte sind gleich und bei dem 2a ist es komplett flexibel gehalten, da könnten wir uns also durcharbeiten, wenn ihr das wollt, um wie lange diese Fristen sind, welche Dauer sie haben, zu beschließen oder der 2b ist im Prinzip so das Best-of, was wir zusammengestellt haben, was auch kompatibel ist zum Landesparteitag in Butzbach, dass er halt von den Fristen her passt und dass wir es einfach mal ausprobieren. Wir hatten eigentlich auch Flyer vorbereitet, um sie zu verteilen, aber der André ist leider noch nicht da, glaube ich. Die wollten wir eigentlich austeilen, um das ein bisschen vielleicht im Vorfeld besser zu kommunizieren und sind auch ein bisschen überrascht, dass wir jetzt so früh schon dran sind, weil eigentlich waren ja noch ein paar Wahlen vorgesehen. Aber ich denke mal, wenn ihr Fragen habt, stellt bitte die Fragen, dann können wir sicherlich noch ein paar Sachen klären, als wenn ich sie jetzt alle probiere, in einem 5-Minuten-Vortrag euch reinzuhämmern. Du hättest eh noch 2 Minuten. Gut. Hätte auch noch eine Minute gehabt. Dann zu den vorgestellten Satzungsänderungsanträgen. Ich werde jetzt die Satzungsänderungsanträge einzelne aufrufen. Ich werde das Meinungsbild dazu abfragen und dann werden wir in die Diskussionsphase einsteigen. Satzungsänderungsantrag 1, Fristen für Programmanträge im Meinungsbild. Wer kann dem tun oder wer würde dafür stimmen, wer würde dagegen stimmen? Ich teile dem Antragsteller mit, das ist eine deutliche Mehrheit. Dann Satzungsänderungsantrag 2, das war das erste Bild auf dem BIMA. Wer würde dem zustimmen? Ich teile ebenfalls dem Antragsteller mit, dass das eine klare Mehrheit ist. Und Satzungsänderungsantrag 2a. Wer würde dem zustimmen? Respektive, wer würde es ablehnen? Natürlich wieder. Und ich teile auch da den Antragsteller mit, das ist eine deutliche für. Das kann ich bestätigen. Achso, wer kann keinen dieser Anträge zustimmen? Auch nochmal ein Meinungsbild. Wer das mit Ja beantworten kann, mit die blaue Karte? Eigentlich schon. Aber das ist nicht der Fall, okay. Gut, dann wird Satzungsänderungsantrag 1 zurückgezogen. Möchte diesen Antrag jemand übernehmen? Das ist nicht der Fall, dann gilt er als zurückgezogen. Dann der Satzungsänderungsantrag 2 wird zurückgezogen. Gibt es da jemand, der den übernehmen möchte? Das ist nicht der Fall. Okay. Übernimmst du den 2? Das ist der erste von diesen zwei Bildern. Gut, dann haben wir jetzt das Satzungsänderungsantrag 2 und 2a. und gehen in die Diskussionsphase. Wortbeiträge, Fragen zu diesen... Bitte. Der kann direkt ans Mikrofon gehen, es gibt vor dir keine Redner. Ja, ich habe eine Frage an den Ralf. Du kennst, ja, erfahrungsgemäß die gängige Praxis in den Parlamenten, dass eine Antragsfrist vorhanden ist. Dass daraus die TO gebastelt wird und die dann per Einladung auch mit verschickt wird. Dann aber jederzeit noch die Möglichkeit besteht, zu den bestehenden Anträgen Änderungs- oder Alternativanträge zu stellen. Das hat den schönen Vorteil, dass wenn jemand einen völlig verqueren und abzulehnenden Antrag stellt, dass man aber zu einem Thema, was aktuell wichtig ist, dass man jederzeit mehrheitsfähige Änderungs- oder Alternativanträge einbringen kann. Das scheint mir hier nicht vorgesehen zu sein. Ist das richtig? Du hast natürlich recht, dass es dem parlamentarischen Kommunalbetrieb entliehen ist, dieses Konzept. Daran haben wir uns auch orientiert an der Stelle. Aber wir haben vorgesehen, dass Dringlichkeitsanträge möglich sind. Das heißt, wenn jemand etwas entdeckt, was einem nicht gefällt, was auf der Tagesordnung ist, kannst du einen Dringlichkeitsantrag einreichen. Der ist vorgesehen am Landesparteitag. Du musst ihn halt nur von 50 Piraten quasi mitbringen, die sagen, das Ding ist dringend, dass wir es behandeln können, weil sonst hätten wir die Chance natürlich wieder, wie es jetzt auch heute oder in Gernsheim teilweise halt war, dass wir von einzelnen Leuten oder kleinen Gruppen eben mit Anträgen geflutet werden. Und deswegen ist diese Sicherung mit 50 Piraten da drin, weil wenn irgendwas wirklich dringend ist, dann findest du 50 Leute, die das Ding unterstützen. Davon bin ich überzeugt. Gut, der nächste Redner, Fragestellung bitte. Ich habe eine Frage an Ralf. Und zwar 2 und 2a, sehe ich das richtig, dass da jetzt neu dazugekommen ist, dass man Satzungsänderungsanträge als Dringlichkeitsanträge einbringen kann? Ja, ist mit drin. Aber wie gesagt, auch mit dem Chorum 50 Leute. Und wie gesagt, wenn 50 Leute heute sind, also wir waren gestern akkreditiert, 160 Leute, also wenn ein Drittel dieses Landesparteitages das unterschrieben hätte, hätten wir etwas dringlich ändern können, weil gerade im Hinblick auf die Aufstellungsversammlung könnte es passieren, dass wir eventuell aufgrund von Wahlgesetzen oder Wahlprozedere Sachen in die Satzung noch schreiben müssen. Deswegen haben wir es dort mit hineingenommen. Der nächste Redner bitte. Die Zahl 50 erscheint mir sehr hoch. Wie kommt das dazu? Also da hat man das ja irgendwie schon mit einem Drittel der Leute diskutiert. Ich finde, 30 oder so, okay, das ist handelbar. Da musst du immer noch einige Leute überzeugen. Warum 50? Ja, wir haben es halt diskutiert, sage ich mal, auf dem Hessen Campus. Wir haben es auf der Mailing-Liste und auf Twitter diskutiert. Und klar, man hätte das Chorum jetzt verschiedene Alternativen anbieten können. 10, 20, 30, 40, 50. Aber wir haben es halt absichtlich ein Stück hoch gesetzt, damit es eben einfach wirklich auch die Dringlichkeit unterstreicht. Und wir wollten halt, also die andere Alternative, die wir halt hatten, die haben wir verworfen, dass der Landesparteitag über die Dringlichkeit entscheidet, wie es in Kommunalparlamenten auch der Fall ist. Aber dann hätten wir genau denselben Effekt. Der Antrag würde eingereicht. Dann würden wir uns anstatt über den Inhalt fetzen, über, ist er wirklich dringlich und wir würden dadurch die Zeit verlieren. Deswegen bring die Unterstützung mit. Dann zeigst du dem Landesparteitag, es ist dringlich und wir können es behandeln. Nächste, bitte. Habe ich das richtig verstanden, dass jetzt in dem Antrag 2 Satzungsänderungsanträge nicht als Dringlichkeitsanträge behandelt werden können, sondern nur in dem Änderungsantrag 2a? Die Möglichkeit ist in beiden vorhanden. In dem 2a wäre sie optional zu entscheiden, weil sie optional drinsteht. Also müssten wir beschließen, dass sie mit drin sein dürften oder wir können sie rausnehmen in dem Best-Practice-Antrag der 2b. Also da sind sie automatisch mit drin. Habt ihr darüber nachgedacht, das Quorum prozentual zu machen? Also beispielsweise ein Viertel der Akkreditierten oder sowas? Und wenn nein, was sind eure Gegenargumente? Ja, wir haben darüber nachgedacht und es verworfen. Aus welchen Gründen? Weil wir auch keinen GO-Antrag mehr auf Nennung der akkreditierten Piraten haben und eine fixe Anzahl ist einfach viel einfach handelbar als eine prozentuale Angabe. Ich bitte, sich immer wieder hinten an der Rednerliste anzustellen, wenn man neue Wortbeiträge hat. Der Nächste, bitte. Du bist doch der Einzige auf der Rednerliste. Achso, du bist fertig. Gut, dann... Gibt es weitere Fragen oder Redebeiträge? Ich nehme das mal auf, was Bastian gerade gesagt hat. Entschuldigung. Ich nehme das mal auf, was Bastian gesagt hat. Ist es möglich, einen Alternativantrag zu stellen mit dem Quorum 25% der gerade Akkreditierten? Nein. Vielleicht noch zur Erklärung, warum es ein Nein ist. Satzungsänderungsanträge hätten vor vier Wochen eingereicht müssen. Hätten wir jetzt schon dieses Fristenkonzept, hättest du es als Dringlichkeitsantrag einbringen können? Also, ich gebe den Hinweis, wenn der Antrag beschlossen wird, dann kann er es als Dringlichkeitsantrag einbringen. So, nein, also jetzt mal wieder ernsthaft. Gibt es weitere Redebeiträge zu dem Thema? Gut, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir in die Abstimmung. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben jetzt die Anträge 2 und 2a. Ich werde jetzt die Zustimmung gegeneinander aufrufen. Ihr könnt einem zustimmen, beiden oder keinem. Das wird dann als Drittes abgefragt. Der Antrag mit der meisten Zustimmung wird dann abgestimmt. Wer Satzungsänderungsantrag 2 zustimmt, das war der erste Vorgestellte vom Ralf, hebt bitte jetzt die blaue Karte. Die blauen Karten zählen nur. Vielen Dank. Wer Satzungsänderungsantrag 2a zustimmt, hebt bitte jetzt die blaue Karte. Vielen Dank. Und wer keinem der beiden Anträge zustimmen kann, hebt bitte jetzt die blaue Karte. Vielen Dank. Dann stimmen wir jetzt Satzungsänderungsantrag 2a ab. Wer für den Antrag ist, hebt bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Der Wahlleiter sagt, es ist knapp. Ich sage es angenommen. Dann kommen wir zur Satzungsänderungsantrag 3. Antragsteller Erik Manneschmidt. Manneschmidt. Ist der anwesend? Überhaupt noch nicht übers Wochenende? Okay. Ich will es noch locker nach 10. Nee, zurückziehen können wir ihn nicht zurückstellen. Ja, das werden wir auch kurz noch tun. Und gehen weiter zu Satzungsänderungsantrag 4. Stefan Schimanowski. Satzungsänderungsantrag 4. Dazu gibt es dann auch noch einen konkurrierenden, 4a. Und da ist der Antragsteller... Du. Ich ändere das gerade. Also, Stefan, Satzungsänderungsantrag 4. Ich soll Ihnen vorstellen, ich kann Ihnen Wortlaut verlesen. Ja, ich kann Ihnen sagen. Gut. Morgen. Der Satzungsänderungsantrag geht um die Vmbs. Ich würde da ganz gerne die Laufzeit verkürzen, damit wir variabler auf aktuelle Sachen eingehen können. Zwei Wochen halte ich für zu lang. Die Erfahrung zeigt, dass wieso 90% der Leute innerhalb der ersten drei Tage abstimmen. Ich habe verschiedene Möglichkeiten mal zur Wahl gestellt. Und auf Antrag kann auch der Antragsteller ein längeres Meinungsbild gerne durchführen lassen. Ja, ich glaube, wir sind mit einem kürzeren Meinungsbild deutlich flexibler, gerade wenn es im Wahlkampf geht. Ja, bitte schön. Du wurdest sehr leise. Du musst direkt ins... Ach, jetzt stimme ich weg. Okay. Gut. Dann darfst du deinen jetzt vorstellen. Ich gebe ihn dir auch gleich auf den Beamer. Ja, mein Alternativantrag hat im Prinzip die Initiative vom Stefan aufgegriffen. Allerdings... Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Könnt ihr das Saalmikrofon? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu leise und dann auch im Saal ein bisschen mehr ruhig. Danke. Ja, ich habe die Alternativ... Oder die Initiative vom Stefan aufgegriffen, weil wir halt einfach gesehen haben, die meisten Leute bei einem virtuellen Meinungsbild stimmen halt in den ersten Tagen halt ab. Und gerade im Hinblick auf tagespolitische Ereignisse, die uns sicherlich im Wahlkampf durchaus auch die Chance liefern, dazu tagesaktuell Stellung zu nehmen, habe ich halt die Alternative geschrieben. Aber dass die Laufzeit eben auf sieben oder drei Tage nur zu begrenzen ist, dass wir halt einfach auch wissen, wir haben halt virtuelle Meinungsbilder mit drei, sieben oder vierzehn Tagen. So kann man halt einfach auch entscheiden, ja, welche Laufzeit man haben möchte. Und jeder weiß halt auch, es gibt nur diese drei Modelle und wir können uns auch daran orientieren, dass man halt weiß, okay, das ist ein sehr schnelles Meinungsbild, das ist ein mittleres und das ist ein normales, was wir halt haben, dass wir es ein bisschen eingrenzen und nicht total flexibel halt haben. Das ist der Unterschied. Gut. Ja, ich muss das... Wir kommen jetzt erst zum Meinungsbild. Achso. Erst zum Meinungsbild, dann gehen wir in die Diskussionsphase. Die Geschäftsordnung sagt aber, nach Vorstellungsantrags wird ein Meinungsbild eingeholt und danach gehen wir in die Diskussionsphase. Entschuldigung. Gut. Im Meinungsbild, wer würde dem Satzungsänderungsantrag 4 zustimmen? Wer das mit Ja beantworten kann, die blaue Karte, wer das mit Nein beantworten kann, die rote Karte. Vielen Dank. Ich teile dem Antragsteller mit, es ist ein sehr gemischtes Meinungsbild. Wer kann dem Satzungsänderungsantrag 4a, wer das mit Ja beantworten kann und mit Nein beantworten kann, dann die rote Karte. Genau. Ich teile dem Antragsteller mit, dass eine Mehrheit erkennbar ist. Wir kommen in die... Du ziehst zurück, der... Du übernimmst ihn also wieder. Gut. Okay. Dann kommen wir in die Diskussionsphase. Fragen, Wortbeiträge bitte. Ich wollte fragen, wie denn festgelegt wird, wann ein virtuelles Meinungsbild dringend ist und wann nicht, wer das bestimmt. Ja, im Prinzip ist es der Antragsteller, der sagt, ich hätte gerne ein Meinungsbild auf drei Tage, ich hätte gerne ein Meinungsbild auf sieben Tage oder ich hätte gerne ein Meinungsbild auf 14 Tage. Das ist bewusst offengelassen, dass es halt eben... Letztendlich der Landesvorstand kann natürlich auch eine Empfehlung aussprechen hier, dass es so ein Ding tagespolitisch vielleicht für kürze Laufzeit haben oder er fragt den Antragsteller. So ist man flexibel in der Entscheidung. Wir müssen nicht unbedingt die Satzung so zementieren, das ist wirklich nur eine Möglichkeit. Nun musst du es genau so und so und so und so machen, sondern wir sind ja letztendlich flexibel ein bisschen. Wir können miteinander reden und manche Dinge sind halt schneller interessant oder die Abstimmung zum Beispiel über unsere Programme, was wir ja durchgeführt haben, da ist sicher eine längere zu empfehlen und da kann man ja durch die Diskussion auch in der Landesvorstandstelko immer noch zusammen zu einem Konsens kommen und eventuell die Einstufung oder Einstellung variieren und im Prinzip obliegt es dann dem Antragsteller. Michael? Da schließen sich für mich auch direkt verschiedene Fragen an. Also die eine ist, der Antragsteller wünscht sich eine Frist, ist die dann verbindlich oder kann der Vorstand auch jedes Fall in jedem Fall sagen, ja, das Meinungsbild machen wir, aber wir stimmen dir nicht bei der Fristsetzung zu. Beispielsweise der Antragsteller wünscht sich drei Tage und der Vorstand sagt, wegen der Wichtigkeit der Thematik würden wir eine Diskussion über einen Zeitraum von sieben Tagen oder von 14 Tagen bevorzugen oder ist der Antragsteller da derjenige, der die letzte Instanz ist und die Frist setzt und der Vorstand kann sie nur noch abnicken. Das würde mich interessieren. Das Zweite ist, wir haben ja zwei unterschiedliche Arten von virtuellen Meinungsbildern, nämlich das verpflichtend positionierende bis zum nächsten Landesparteitag und das normale Meinungsbild, was nur abfragt, wie ist denn die Meinung zum heutigen Zeitpunkt. Ist eine kurze Laufzeit von drei Tagen auch für ein verpflichtend positionierendes Meinungsbild nach diesem Konzept möglich? So. Ich möchte bitte noch mal darauf hinweisen, dass wir hier eine Frageschlange haben und hier eine Wortbeitragsschlange. Also wer Wortbeiträge hat, hier anstellen, wer Fragen hat, hier anstellen. Der Nächste bitte. Ach so. Gut. Ja, also die Satzungsänderung bezieht sich auf die positionierenden Meinungsbilder und wir haben es als Recht der Basis oder eines Mitglieds verbrieft in der Satzung und der Landesvorstand hat da sowieso in Anführungszeichen sowieso kein Veto-Recht. Er darf ein bisschen beratend tätig werden, weil wir ein paar Kriterien aufgestellt haben, was ein positionierendes Meinungsbild auszeichnet. Letztendlich obliegt es natürlich, da es ein Recht des Mitglieds ist, dem Antragsteller zu sagen, ich beantrage ein positionierendes Meinungsbild, mit einer Laufzeit von drei Tagen. Luther? Ja, gerade dadurch, dass es hier um Beziehen neuer Positionen des Landesverbandes geht, denke ich, müssen wir zusehen, dass wir möglichst viele Mitglieder dabei mitnehmen können. Viele sind berufstätig, haben Familie, kümmern sich eventuell nur am Wochenende mal darum, was da so an Mählengängen ist. Und da halte ich es für sehr wichtig, dass mindestens ein, besser noch zwei Wochenenden dazwischen liegen, um neue Positionen beziehen zu können. Neue Positionen beziehen kann ich auch nicht so als besonders dringlich ansehen, dass man das innerhalb von 24 Stunden machen muss. Es wollen sich vielleicht auch Leute mal was überlegen. Und auch wenn viele bereits in den ersten ein, zwei Tagen abstimmen, eine Abstimmung kann sich durch den letzten Abstimmenden, können sich die Mehrheitsverhältnisse ändern. Von daher bin ich dagegen, das so anzunehmen. Ja, von 24 Stunden kann keine Rede sein. Und auch bei drei Tagen, wenn man nämlich das virtuelle Meinungsbild geschickt rausschickt, zum Beispiel an einem Freitag, wird ein Wochenende dazwischen liegen. Deswegen habe ich auch, beim Stefan war ja zum Beispiel auch von einem Tag die Möglichkeit, deswegen habe ich gesagt, drei Tage, damit eben auch ein Wochenende dazwischen liegen kann. Und dann schickt man eben ein drei-Tage-Meinungsbild am Freitag raus. Dann ist das Wochenende dazwischen und kann auch jedem Familienvater, Familienmutter, Berufstätigen oder sonst wie Leuten einfach auch am Wochenende bearbeitet werden. Und der Satzungsänderungsantrag sieht ja auch vor, dass wir normalerweise 14 Tage haben, aber eben die Frist verkürzt werden kann, wenn wir eben einen Bedarf dafür haben. Es ist eine Option. Sie muss ja nur, weil es als Recht definiert ist, nicht auch immer wahrgenommen werden. Das ist der Unterschied. Der Nächste bitte. Also ich habe jetzt gerade verstanden, dass es eben kein Antrag ist, sondern der Vorstand ist verpflichtet zu tun, was der Antragsteller wünscht. Er kann das freitags tun, aber wenn der Antragsteller jetzt wünscht, dass sein Wunsch terminlich so positioniert, dass das Ding von Montag bis Mittwoch läuft, dann kann der Vorstand da auch wenig dran tun. Und dann sind wir im Zweifelsfall, wenn das in der Woche nach einem Landesparteitag passiert, auf das dann sich ergebende Bild dieses Meinungsbildungsprozesses bis zum nächsten Landesparteitag festgelegt. Ich persönlich kann mir keinen Anlass vorstellen, der es notwendig macht, die Diskussionsphase so kurz zu setzen, dass nicht zwingend ein Wochenende da drin liegt. Das heißt, wenn wir einen Zeitraum von mindestens acht Tagen wählen, dann liegt ein Wochenende immer da drin. Die drei Tage halte ich für ein K.O.-Kriterium, weil damit ist mit einer relativ kleinen Beteiligungsquote ein Landesverband relativ gut manipulierbar. Und vor dieser Manipulation würde ich uns gerne bewahren. Vielen Dank. Der nächste Redebeitrag, bitte. Also ich muss sagen, dass das, was der Lothar gesagt hat, mir jetzt auch noch mal, ja, keine Ahnung, das hat mich jetzt auch noch mal zum Weiterdenken bewegt. Und ich fände es jetzt letztendlich eigentlich auch sinnvoller, wenn man in irgendeiner Form noch ein Veto-Recht von einem Vorstandsmitglied oder in einem Umlaufbeschluss des Vorstandes in irgendeiner Form mit einbauen würde. Ich wollte fragen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, an der Stelle noch mal ein Meinungsbild zu machen, wer denn dem Antrag jetzt in dieser Form zustimmen würde und wer dem Antrag zustimmen würde, wenn ein Veto-Recht eingebaut werden würde. Du hast einen Geo-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Kannst du bitte noch eine Ja-Nein-Frage formulieren? Wer würde dem Antrag in seiner jetzigen Form so zustimmen? Wer würde dem Antrag in seiner jetzigen Form so zustimmen? Wer das mit Ja beantworten kann, hebt die blaue Karte. Wer das mit Nein beantworten kann, hebt die rote Karte. Teile dem Antrag, stelle damit, dass eine Mehrheit erkennbar ist. Vielen Dank. Nächster Redebeitrag, bitte. Können wir nicht einfach mal die Sachen machen, anstatt ständig irgendwie zu sagen, was alles nicht möglich ist? Punkt. Wir haben doch einen Vorstand. Vertrauen wir doch mal dem Vorstand und uns allen mal was zu machen. Diese ständige. Nee, kotzt mich an. Ja, was man noch hinzusagen muss, auch eben von Michael, ist ja leider völliger Schwachsinn, weil ein positionierendes Meinungsbild ist immer noch mit weiteren Kriterien gesichert. Ein Beteiligungsquorum und eine Mehrheit, die es erreichen muss. Also wenn ihr sagt, hier bei einem Dreitagesmeinungsbild, ihr wollt es nicht, dann stimmt mit Nein ab und die Position ist nicht bezogen. Also es ist so einfach. Der nächste Redner, bitte. Ich würde euch empfehlen, für Stefans Vorschlag zu stimmen. Bei dem von Ralf ist definitiv das Wort mit dem dringend sehr, sehr bedenklich. Wir haben aus der Satzung andere Sachen schon entfernt, aus Dringlichkeitsgründen, weil das sind immer schwammige Formulierungen, die haben in der Satzung nichts verloren. Und außerdem wird es aufgrund dieses Textes ermöglicht werden, auf drei Tage zu gehen. Und bei Stefan müsst ihr das ja in den Klammern, in den geschweiften Klammern, als Optionen sehen. Das heißt, wir können uns auch alle gemeinsam auf sieben Tage einigen und dann ist mindestens ein Wochenende dazwischen. Dann sind all diese Probleme behoben. Also ich würde Stefans Variante mit sieben Tagen empfehlen. Der nächste Frage. Ja, also es geht darum, dass wir bei der Abstimmung, ich habe gerade mal von Brauscher die Statistik sozusagen anzeigen lassen, von wann denn wer abgestimmt hat. Und da war eben der Großteil nach drei Tagen bereits abgestimmt. Ich finde es irrelevant, ob wir dann den Antrag von Ralf oder von Stefan zustimmen. Letztendlich ist es eben doch so, dass über 90 Prozent wahrscheinlich in den ersten drei Tagen die Abstimmung bereits vollzogen haben. Gut, vielen Dank. Wir sind am Ende der Rednerliste angekommen. Es sind zwei konkurrierende Anträge. Es sind zwei konkurrierende Anträge. Ich werde die jetzt nacheinander aufrufen. Ihr könnt eure Zustimmung zu einem Antrag, beiden Anträgen oder gar keinem Antrag machen. Danach wird nochmal, wer keinem Antrag zugestimmt, abgefragt. Der mit der meisten Zustimmung wird dann abgestimmt. Wer für Satzungsänderungsantrag 4 ist, Antragsteller Stefan Schimanowski, hebt bitte die blaue Karte. Die blauen Karten zählen. Das gilt auch für Sie, Herr Kolina. Danke. Wer für Satzungsänderungsantrag 4a ist, das ist der von Ralf Braschack, Antragsteller, hebt bitte die blaue Karte. Übrigens, es zählen nur die blauen Karten. Und ich bitte die roten, ihr könnt die Karten wieder runternehmen, ihr könnt die roten Karten in der Zustimmungsabstimmung unten lassen. Das verwirrt auch nur mehr, als das es bringt. Und wer kann keins von beiden zustimmen? Gut. Mal ganz kurz. Hat mal jemand zwei Stimmen? Gib mir mal die zwei Stimmen Karten. Also ich habe jetzt in drei Abstimmungen, habe ich jetzt dreimal gesagt, die roten Karten zählen nicht. Das ist eine blaue Karte, da steht ganz groß Ja vorne drauf. Wenn ich sage, die blauen Karten heben, bitte diese Karte heben. Das ist die rote Karte, da steht Nein drauf. Das heißt dann, nein, die sind in dem Moment nicht heben, wo ich nur die blauen Karten sehen möchte. Also es war jetzt wirklich, in allen drei Abstimmungen waren mindestens zwei Leute dabei und immer andere, die die rote Karte gehoben haben. Und der Matthias macht das jetzt als nächstes nur aus Trollerei, das weiß ich schon. Gut. Ja. Also. Wollen wir noch mal von vorne? Eins und zwei gehen. Genau. Wir machen jetzt nämlich noch mal eins und zwei. Weil die haben die meiste Zustimmung von allen drei Varianten gehabt. Wer für den Satzungsänderungsantrag 4 ist, Antragsteller Stefan Schemanowski, hebt bitte jetzt die blaue Karte. Vielen Dank. Wer für 4a ist, hebt bitte jetzt die blaue Karte. Nein. So, die Wahlhelfer. Ihr habt lang genug geschlafen heute. Wie viele Wahlhelfer haben wir denn mal da? Hebt mal die Arme. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Uh, das sieht echt gut aus. Acht. Neun. Ja, super. Acht. Kommt mal, ich gebe mal den Wahlhelfer zur Auszählung. Ich bin zwar der Wahlleiter, aber sonst ist es schon okay. Also, wir brauchen für jede Reihe zwei Wahlhelfer bitte. Also, wenn sie sich genug finden, dann können sich die Restlichen erstmal wieder setzen. So, dann bitte alle setzen, die nicht Wahlhelfer sind. Vielleicht sollten auch in dem Moment die Antragsteller hier vorne, ihr solltet euch jetzt vielleicht auch mal an eure Plätze jetzt gerade setzen, in dem Moment, ja? Oder auf irgendwelche Plätze, hauptsache ihr habt eure Abstimmungskarten dabei. Ja, nicht jetzt mal anders. So, das ist jetzt auch wieder nur Wahl durch Zustimmung. Das heißt, es werden nur blaue Karten in die Höhe gehoben, nacheinander für den einen und für den anderen Antrag. Ich zähle hier oben. Ich bitte die Wahlhelfer, sich jetzt mal, ich habe jetzt jetzt euch keine Papiere zur Verfügung gestellt, dass ihr euch mal ein Papier nehmt und die Ergebnisse, oder hast du? Okay, der zweite Wahlleiter geht die Reihen ab, das heißt, genau, also die laufen sowieso durch, das heißt, gut, nee, der André macht das dann, der übernimmt die Ergebnisse, wenn ihr sie festgestellt habt. Macht doch nicht. So. Okay, die Wahlhelfer sind bereit. Wie gesagt, jetzt bitte keine Unruhe, bitte nicht rumlaufen, außer dem Wahlhelfer und den Wahlleitern. Alle anderen bitte setzen. Dann, wer für den Satzungsänderungsantrag vier war es, der erste, von Stefan Schimanowski ist, der hebe jetzt bitte die blaue Karte. Bitte haltet die blauen Karten oben, solange wir solch die Wahlhelfer signalisieren, dass sie gezählt haben. So, bitte kurzes Signal von den Wahlhelfern pro Reihe, dass ihr fertig seid oder dass ihr die Anzahl gezählt habt. Okay. Was ist mit der vierten Reihe? Ihr habt auch gezählt? Okay. Gut. André, du hast die Ergebnisse? Dann warten wir erst mal, bis er die Ergebnisse aufgenommen hat. Die Wahlhelfer bitte wieder positionieren. Fertig? So, jetzt zweiter Wahlgang 4b von Ralf Praschak. Wer dafür ist, hebt jetzt die blaue Karte und oben halten bitte und anfangen zu zählen. Die Wahlhelfer können sich wieder setzen. Danke. Ergebnis, Setzungsänderungsantrag 4 von Stefan hat 50 Zustimmungsstimmen, der von Ralf hat 58 Zustimmungsstimmen. Damit wird über Ralfs Antrag jetzt nochmal abgestimmt. So, dann Satzungsänderungsantrag 4a. Jetzt ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Wer für den Antrag ist, hebt die blaue Karte, wer dagegen ist die rote Karte. Damit ist die Zweidrittelmehrheit erreicht. Satzungsänderungsantrag 5, Stefan Schimanowski. Hallihallo. Es geht ums virtuelle Meinungsbild. Und zwar möchte ich gern das Quorum erhöhen. Bisher ist das Quorum 10%, das halte ich für ein wenig niedrig, denn wenn ein Thema gerade mal 10% der Leute interessiert und die abstimmen, dann finde ich, es ist einfach nicht wichtig genug. Wir haben mehrere Optionen und außerdem gibt es noch die Optionen, dass nur die stimmberechtigten Piraten zählen. Gut. Dann Fragen, Anregungen, Wortmeldungen dazu? Ja, als Wortmeldungen kann man sicherlich sagen, die letzten positionierenden Meinungsbilder hatten alle deutlich höhere Beteiligungsquoten als 10%. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, gerade auch im Hinblick, dass wir eben die Laufzeit verkürzt haben, dass wir dort einfach ein Stück weiter die Sicherung hochfahren, dass einfach mehr Beteiligung eben notwendig ist, damit wir eine Position beziehen können und somit sichern wir auch gerade eben die verkürzte Laufzeit ab. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, dass wir die Sicherung an der Stelle mit der Beteiligungsquote ein Stück hochfahren. Danke. Unter Stimmberechtigung weiß ich nicht, ob das nicht zu technischen Komplikationen führt, die dann möglicherweise verhindern, dass virtuelle Meinungsbilder tatsächlich gemacht werden. Außerdem finde ich das Ganze, ich sage es mal handwerklich schlecht, denn es müssen sich alle Piraten beteiligen und was passiert, wenn nicht? Klar, dann ist das Meinungsbild ungültig oder sowas, aber das sollte, wenn es so ist, in der Satzung festgehalten werden. Aber vielleicht steht das ohnehin im nächsten Satz, das weiß ich nicht. Und wir sehen es jetzt bloß nicht. Gut, der nächste Wortbeitrag bitte. Ich bin ein Gegner von Liquid Feedback, weil Liquid Feedback A, durch die Delegationen verzerrt und B, weil es nicht anonym ist. Virtuelle Meinungsbilder sind meiner Meinung nach der richtige Weg und ich möchte, ich möchte, dass jeder sich daran beteiligen kann und dass jeder auch die Ergebnisse sehen kann. Und wir haben ja, ich sage mal, die Möglichkeit, bei den Ergebnissen die Beteiligung einzusehen. Ich glaube, jeder Pirat ist intelligent genug, zu erkennen, was so eine Beteiligung aussagt. Und ich möchte auch Leute mitnehmen, die halt ihren Beitrag nicht bezahlt haben, aus welchem Grund auch immer. Das heißt, dies ist eine aktive Geschichte für Liquid Democracy. Ich bedanke mich und ich möchte euch bitten, sozusagen diesen Antrag abzulehnen. Danke. Vielen Dank. Der nächste Wortbeitrag. Sämtliche Meinungsbilder, die wir bisher hatten, hatten eigentlich eine höhere Beteiligung als der Parteitag von dem selbst. Wir haben 175 Akkreditierte von 2060 Piraten, das heißt, weniger als die 10 Prozent, die jetzt gefordert werden. Wie weit wird uns das anschließend lähmen, dass wir zwischen Parteitagen keine Position mehr einnehmen können? Vielen Dank. Nächster Wort. Also ich bin sehr für eine Erhöhung des Quorums. Virtuelle Meinungsbilder bewähren sich im Moment recht gut und werden, wie ich das einschätze, einfach ziemlich zunehmen in nächster Zeit. und wenn das Quorum erhöht wird, erhöht das quasi die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass man entweder mitstimmt oder das Ganze halt doch zu keinem Ergebnis führt. Was ich für sinnvoll halte, weil wenn sich die Zahl der virtuellen Meinungsbilder erhöht, glaube ich, dass es viele Leute geben können, die sagen, jetzt soll ich schon wieder und ständig kommt da irgendwie so eine Mail und das nervt mich. Also das Ganze verliert vielleicht etwas den Charakter tatsächlich einer, der für das Einzelmitglied Teil einer Positionierung zu sein und ich glaube, wenn dann irgendwie einzelne Bilder mal nicht zu einem Ergebnis führen, weil das Quorum unterschritten wurde und das öfter passiert, dann könnte das durchaus einen förderlichen Effekt haben auf den Wert des ganzen Prozederes und auch auf die Wahrnehmung innerhalb der Mitgliederschaft. Gut, vielen Dank. Nein, erste Frage. Ich habe tatsächlich eine Verständnisfrage, was das Quorum angeht. das kann ja erst nach der Durchführung des VMBs ermittelt werden. Heißt das also, dass das virtuelle Meinungsbild komplett als nichtig angesehen wird oder nur, dass es daraus keine Positionierung des Landesverbandes folgt? Ja, letzteres ist der Fall. Also das Meinungsbild wird durchgeführt und wenn es halt eines der Kriterien, die wir definiert haben, also keine Zweidrittelmehrheit oder nicht das Beteiligungschorum erreicht, ist die Position für den Landesverband nicht bezogen. Die Meinung ist trotzdem eingeholt und sie ist für jeden sichtbar und daraus kann man ja auch Schlüsse ziehen, neue Anträge generieren oder ein neues Meinungsbild anregen und so weiter und so fort, aber es wird durchgeführt, es positioniert uns nur nicht automatisch, wenn wir die Kriterien nicht alle erfüllt haben. Nächste bitte. Es ist eigentlich egal, wie ihr abstimmt. Das ganze virtuelle Meinungsbild ist ein Wahlcomputer und Wahlcomputer sind prinzipiell manipulierbar, ob ihr das Quorum jetzt so oder so legt, ist völlig egal. Der Nächste bitte. Ich bitte um Ablehnung, vor allen Dingen eine Erhöhung, es handelt sich nämlich um ein Beteiligungsquorum und nicht um ein Zustimmungsquorum. Es ist demokratietheoretisch sehr problematisch, in vielen Landesverfassungen wird das gerade abgebaut, diese Beteiligungsquorum, weil es führt nämlich dazu, das ist ja meistens eine Fragestellung mit einer Intention, die soll ja eigentlich mit Ja beantwortet werden, vom Antragsteller aus gesehen. Nehmen wir mal an, es gibt eine Mehrheit dafür, dann werden ab einem gewissen Beteiligungsquorum die Leute, die dagegen sind, nicht mehr abstimmen, weil in dem Moment erhöhen sie das Beteiligungsquorum und damit die Chance, dass das Meinungsbild angenommen wird. Wenn sie aber nicht abstimmen, wird die Beteiligung möglicherweise nicht erreicht und das Ganze wird abgelehnt. Das ist der Fehler, der bei jeglichen Beteiligungsquorum immer eine Rolle spielt. Wenn das Ganze ein Zustimmungsquorum wäre, also so und so viele müssen mit Ja stimmen, 10% oder 20%, wäre das okay, aber auf die Art und Weise 33% Beteiligungsquorum kann bedeuten, dass wir das nie wieder erreichen, weil die Leute, die mit Nein stimmen würden, würden dann unter Umständen einfach nicht mehr abstimmen, wenn sie vernünftig sind. Das solltet ihr bedenken. Gut, vielen Dank. Sascha und Ernst haben es eben schon ausgeführt, ich bringe es mal auf den Punkt, selbst die Wahl des Schatzmeisters, gestern durchgeführt als virtuelles Meinungsbild, hätte es nicht geschafft. Er hat eine fast einstimmige Zustimmung bekommen, nur wir sind hier nicht genug. Wir müssen uns mal über absolute Zahlen Gedanken machen. also wir sind über 2000 Mitglieder, das heißt eine Beteiligung an einem virtuellen Meinungsbild innerhalb von drei Tagen von unter 200 Leuten nichtig, führt zu nichts, führt zu keiner Positionierung und wir sind hier keine 200 Leute und das Ding war lange genug vorher bekannt, dass es stattfindet und es geht um deutlich mehr als nur ein Meinungsbild. Wenn wir hier die Eintrittshürde höher machen, hat sich das mit Mitmachen ziemlich erledigt. Vielen Dank und bevor der nächste Wortmelder kommt, ich habe das Meinungsbild vergessen, das holen wir gerade noch ab, wer könnte dem Antrag zustimmen im Meinungsbild? Wer das mit Ja beantworten kann, die blaue Karte, wer das mit Nein beantworten kann, die rote Karte. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild sehr negativ ausgeht. Nächster Wortbeitrag bitte. Es ist natürlich egal, wie man hier abstimmt, weil die Meinungsbildung in Parteien findet in Organen statt und das VNB ist kein Parteiorgan dieses Landesverbandes. Das heißt, egal, wie viele Leute im VNB abstimmen, ist es keine Positionierung des Landesverbandes. Vielen Dank. Dann solltest du vielleicht mal die Satzung lesen. Es ist eine Positionierung des Landesverbandes und sie ist auch nur temporär, weil es steht in der Satzung nämlich drin, selbst wenn wir eine Position beziehen, ist der nächste Landesparteitag verpflichtet, sie als höchstes Organ dieses Landesverbandes zu bestätigen oder wieder abzulehnen. Das Ding ist also auch kein Wahlcomputer im eigentlichen Sinne, sondern wir haben eine weitere Sicherungshürde gleich am Anfang eingerichtet, dass das Ding eben nicht per se automatisch alles ist, sondern der Landesparteitag muss die Position bestätigen, sind die auch für heute auf der Tagesordnung aufgerufen, von den drei positionierenden Meinungsbildern, die wir bisher durchgeführt haben und die Idee das Chorum hochzusetzen ist natürlich einfach aus der aktuell laufenden Prozess, wir haben gesehen, dass die Meinungsbilder teilweise bis zu 30 oder über 30 Prozent Beteiligung haben und gerade im Hinblick auf, dass wir die Laufzeit verkürzt haben, ist es sicherlich gut, wenn wir es vielleicht ein Stück weit nur anheben, nicht absolut anheben, man könnte vielleicht mit 20 Prozent das einfach mal ausprobieren, aber das virtuelle Meinungsbild ist das Tool in Hessen, was einfach funktioniert. Bitte bedenkt das bei der Abstimmung, Danke. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmungsantrage, jetzt ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, wer für den Antrag stimmt, hebt mit die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Damit ist der Antrag abgelehnt. Es sind übrigens auch Beschwerden mit mich herangetragen worden, dass ich die Erklärung der Stimmkarten so ungenau gemacht habe. Ich gebe zu Bekennen, wenn ich die Ja-Karten aufrufe, möchte ich gerne Karten im Wellenspektrum von 450 bis 482 Nanometer sehen. Wenn ich die Nein-Karten aufrufe, möchte ich bitte Stimmkarten im Wellenbereich von 620 bis 780 Nanometer sehen. Ist das jetzt wissenschaftlich genügt gewesen? Mit Farben im Wellenbereich, habe ich gesagt. Halt die Klappe. Gut, wir machen weiter. Der Ralf darf sich setzen. Wir haben eine eidesstattliche Versicherung, eine unterschriebene von Sepp, was wir vorhin verlesen haben. Das hat er gerade unterschrieben in doppelter Ausführung. Einmal geht an Protokoll, einmal geht noch irgendwo anders hin. Das nimmt die Julia mit nach Hause, sagt sie. sie wollte schon immer ein Autogramm von Sepp haben, das ist schon immer ihr Traum gewesen. Und dadurch können wir jetzt weiterfahren mit der Wahl der Beisitzer. Wir können aber erstmal die wichtigen Sachen, die fertig werden müssen heute Abend geändert, dass wir bis zur Unterzeichnung und bis wir das machen können. Wie viel haben wir noch? Achso, der Wahlleiter braucht Vorbereitung. Wie viel haben wir denn noch? 2, 4, 6, 8, 10. Ich weiß. Genau. Wir machen jetzt, also gehe ich recht in der Annahme, dass in der Versammlung Konsens ist, dass wir jetzt mit den Wahlen weitermachen oder erhebt da jemand Einspruch dagegen? Gut, dann machen wir weiter mit den Wahlen. Ich gebe an die Versammlungsleitung ein Christian Fleißner für die Wahlen. Ihr wolltet mich ja nur loswerden. Haha. Nein. Genau. so, dann übernehme ich jetzt die Versammlungsleitung und gebe gleich mal ab an den Wahlleiter. Ich bitte um Ruhe. Ich bitte um Ruhe. Bitte etwas mehr Ruhe. Danke. Wir kommen nun zur neu eingefügten Wahl der Beisitzer laut Satzung von gestern, Satzungsänderung von gestern. Wir kommen nun zur Kandidatenfindung. Ich eröffne die Kandidatenliste und bitte um Vorschläge für Beisitzer. Ins Mikro, bitte. Unten einschalten. Ich schlage Michael Rath als Beisitzer vor. Er ist zurzeit Vorsitzender im Schwalm-Eder-Kreis. Wäre auch bereit, wenn das gewünscht wäre, den Vorsitz abzugeben. Das haben wir intern schon geregelt, wer dann das vielleicht auch übernehmen könnte. Bin mir nur nicht ganz sicher, ob er das unbedingt muss, wenn er Beisitzer werden würde. Danke. Michael, wie sieht es aus? Er würde kandidieren. Okay. Ich schlage den Sascha Neugebauer vor. Sascha Neugebauer, wo ist er? Ich bin jetzt irgendwie gerade tot, blind, da. Und, wie sieht es aus? Ja, okay. Er wird kandidieren. Alex, bitte. Ich schlage mich selber vor als Kandidat. Ich stehe sogar im Wiki. Weiter. Michael. Ich schlage Nicole Seiler vor. Ich schlage die Nicole Staubus vor. Nicole Seiler möchte nicht. Nicole Staubus, Nicole Staubus. Machst du? Okay, kandidiert. Ihr wollt Waldeck Frankenberg entvölkern, oder? So, weitere Vorschläge? Na, komm. Waren alle dafür, dass es Beisitzer gibt? Da muss ich doch jetzt hier hunderte von Beisitzern. Ach so, ja. Sascha, du bist schon aufgenommen. Der muss noch vorgeschlagen werden. Ja? Katrin Hilgert. Katrin will nicht. Also, ich halte die im Wiki erklärte Kandidatur aufrecht. Okay, Michael Stark. Der Sascha Brandhof bewirbt sich auch nochmal. Nee, Bernd Preismann vielleicht. Bernd Preismann will nicht. Jo. Weitere Kandidatenvorschläge? Selbstproklamationen oder auch von anderen? Das scheint jetzt nicht nicht der Fall zu sein. Letzter Aufruf vor der Schließung der Kandidatenliste für den Wahlgang zur Wahl der Beisitzer. Drei Zwei Eins Da meldet sich noch jemand? Nein, das ist doch nicht. Eins Null Die Kandidatenliste für die Beisitzer wird geschlossen und ich übergebe wieder an die Versammlungsleitung. So, ich erläutere kurz das Verfahren jetzt. Wir haben aufgrund der Satzungsänderung von gestern, die über die Anzahl der Beisitzer bestimmt, jetzt einen zweistufigen Vorgang. Zunächst einmal gibt es zweiminütige Vorstellungen, Kurzvorstellungen für die Kandidaten. Danach wird abgestimmt darüber, wie viele Beisitzer es überhaupt geben soll. Und wenn die Zahl der Beisitzer, der zu besetzenden Beisitzerplätze feststeht, gibt es nochmal für jeden Kandidaten eine fünfminütige Vorstellungsmöglichkeit und dann wird abgestimmt darüber, wer Beisitzer wird. So, das heißt zunächst mal rufe ich jetzt die Kandidaten auf, sich in zwei Minuten mal kurz vorzustellen. Guten Morgen, ich hatte mich ja gestern schon kurz vorgestellt, ich kandidiere jedenfalls auch als Beisitzer, ich möchte den Landesverband voranbringen, ich sehe nicht nur die Mitgliederverwaltung, auch die Mitgliederbetreuung, dementsprechend auch den Aufbau von einfachen, verständlichen Strukturen, gerade dass ich auch neu oder lange Zeit inaktive Piraten relativ schnell und einfach wieder einfügen können, sich selbst aktiv einbringen können und auch was ich mit relativ und auch nicht mit einem extrem großen Maß an Zeit, was ich schon ein wenig bewirken kann. Eine konstante Arbeit von, was sich 1-2 Stunden in der Woche ist mehr wert als einmal 10 Stunden an einem Tag mit durchgekloppt und danach verschwindet man für Wochen in der Versenkung. Das hilft uns leider nicht weiter, also würde ich gerne, was ich über die Mitgliederverwaltung auch versuchen, die Mitglieder zu aktivieren und eine wirklich breite Basis zu schaffen. Wir haben einen Wahlkampf, wir brauchen jede helfende Hand. guten Morgen, mein Name ist Michael Rath, ich bin 42 Jahre alt, ich bin selbstständiger Altenpfleger und laut meinem Ausweis, den ich gestern bekommen habe, noch nicht mal ein Jahr in der Piratenpartei. Ich finde es ein Privileg, in der Piratenpartei zu sein, weil es für mich das erste Mal die Möglichkeit ist, aktiv überall dabei zu sein. Seitdem es die Piratenpartei gibt, gibt es für mich keine Ausreden mehr an den Stammtischen, die da oben machen ja eh alles, was sie wollen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, aktiv etwas zu tun und ich möchte das sehr, sehr gerne machen. Ich würde sehr, sehr gerne mithelfen beim Vorstand im nächsten Jahr, all die Probleme oder all die Dinge anzugehen, die anzugehen sind. Ich bin ein Teamplayer, ich bin jemand, der weiß, was er möchte. Was ich nicht möchte, ist in den nächsten fünf oder zehn Jahren für irgendein Mandat zu kandidieren, weil ich eine ganz klare Prioritätensetzung habe. Von daher würde ich sehr, sehr gerne auch in Hessen rumfahren, die Leute kennenlernen, weil diese persönlichen Gespräche unter den Piraten bringen mir persönlich unheimlich viel. Von daher bewerbe ich mich für das Amt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das Vertrauen geben könntet. Vielen Dank. So, ich habe jetzt drei DIN-A4-Seiten geschrieben. Die lese ich in zwei Seiten, zwei Minuten durch. Nein. Mein Name ist Alexander Schnapper, ich bin Neu-Hesse, Exil-Schwabe oder Exil-Bad-Württemberger. Eigentlich sollte hier draufstehen, Hessen verstehen, weil ich gern im Landesvorstand, mit dem Landesvorstand und mit euch die kommenden Aufgaben, die nicht leicht werden, gemeinsam bewältigen möchte. Ich kandidiere nicht auf ein Bundes-, Landes- oder Europaparlament. Ich bin sehr zufrieden mit meinem aktuellen Job. habe ich auch erst angefangen. Ich betreibe einen Blog. Die Werke stehen unter einer Creative Commons-Lizenz. Das heißt, ich werde nicht von einem Verlag gesponsert. Und will auch nicht. Ich bin bald 32 ledig und mir gefällt es hier in Hessen sehr gut. und über die Aufgaben, die auf einen Beisitz zukommen, kann gemeinsam im Landesvorstand besprochen werden. Vielen Dank. Die meisten von euch haben meine Vorstellung gestern schon gehört. Also zur Person hat sich über Nacht bei mir wenig verändert, zu dem, was ich erreichen möchte und bewegen möchte auch wenig. Ganz besonders möchte ich darauf hinweisen, dass ich insbesondere meine Einstellung zu dem Doppelamt, Schatzmeister im Kreis und Mitglied im Landesvorstand meine Einstellung auch nicht geändert hat. Das heißt also, mit der Wahl meiner Person in den Landesvorstand stimmt ihr dem zu, ansonsten wählt mich nicht. Ich werde definitiv nicht von einem Kreisvorstandsamt als Schatzmeister zurücktreten. Ich möchte diesmal die Gelegenheit ausnutzen, auszuführen, warum nicht. Ein Beisitzer im Kreisvorstand, der scheidet aus und die Aufgaben werden verteilt auf die anderen Vorstandsmitglieder. Ein Schatzmeister ist nicht durch Beauftragung zu ersetzen. Ich werde auf gar keinen Fall meinen Kreisvorstand zwingen, weil ich jetzt bereit bin, noch zusätzliche Aufgaben im Land zu übernehmen, einen außerordentlichen Kreisparteitag zu machen und einen Nachfolger für den Schatzmeister zu wählen. Ich bin damals für ein Jahr dort angetreten und das ziehe ich durch. Ich halte zusätzlich das Angebot aufrecht, mich auch im Land stärker zu engagieren. Das ist mein Angebot an die Versammlung. Überlegt euch, was ihr damit machen wollt. Danke. Ich bin die Nicole Staubus. Ich habe gestern schon viel zu mir erzählt. Ich würde gerne auf jeden Fall ein Ansprechpartner sein und den Kreisen helfen bei den Direktmandaten, die sie eventuell aufstellen wollen, damit man das besser organisieren kann. genauso wie die Organisation der ganzen Materialien, die wir brauchen im nächsten Jahr. Es wird ganz schön viel werden. Und was ich gerne noch machen möchte, ich möchte den Neupiraten helfen, dass wir, dass die schnellstmöglich mit uns mitarbeiten können. Dass wir die Verwaltung so hinkriegen, dass die am virtuellen Meinungsbild auch schnell teilnehmen können. Stimmt. Ich nehme mir das Wort kurz. Die Versammlung muss ich kurz informieren. Ich habe heute morgen um, wann war denn das? Heute morgen, die Nacht um 20 nach Null, habe ich noch eine E-Mail gekriegt mit Anfrage an eine Kandidatur, wo noch Fragen an mich gestellt wurden, was denn als Voraussetzung ist. Die habe ich erst morgen gesehen, konnte ich also noch nicht dementsprechend beantworten. Das ist keine direkte Kandidatur, also nur für den Fall, dass dann irgendwie Ärger gibt. Es wurde nichts schriftlich, dass er kandidiert oder ähnliches, das waren nur allgemeine Fragen. Nur für den Fall, dass das irgendeiner mitgekriegt hat und dann sich beschweren wollte, wollte ich euch Bescheid sagen. Die Mail kann dann auch zur Not bei mir eingesehen werden. So, dann kommen wir jetzt zur Entscheidung darüber, wie viel Beisitzerpositionen es im Vorstand geben soll. Ich bitte um Vorschläge. Gut, ein Vorschlag ist Null. Ich würde gerne zwei vorschlagen. Null ist ja schon vorgeschlagen worden. Zwei finde ich ganz gut, damit wir wieder eine ungerade Zahl im Vorstand haben, damit es nicht lange Diskussionen gibt und immer eine Mehrheit schnell gefunden werden kann. Deswegen finde ich eine ungerade Zahl an Vorstandsmitgliedern einfach sinnvoller. Deswegen schlage ich zwei vor. Ich glaube, ich bin ein vor. Ich glaube, ich bin ein Also ich schlage vier vor, aus dem Grund, dass wir gerade nächstes Jahr reichlich Arbeit zu bewältigen haben. Und die Folgejahre dann eben können wir neu entscheiden. Danke. Vielen Dank. Gute Zahl. Danke. So, wir haben jetzt die Vorschläge Nullbeisitzer, Zweibeisitzer und Vierbeisitzer im Landesvorstand. Gibt es weitere Anzahlen von Beisitzern, die jemand gerne zur Abstimmung stellen würde? So, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann wäre jetzt zunächst mal die Aussprache darüber, also wenn jemand dazu etwas sagen möchte, dann bitte ich jetzt nach vorne zu kommen. Eine Beobachtung, die wir früher mal gemacht haben, ist, sieben ist eine optimale Zahl. Man kann die Arbeit gut verteilen. Wenn wir neune haben, dann ist es ein Komitee. Komitee ist eine fantastische Sache, wenn man etwas tot machen will. Ich habe noch kein Komitee gesehen aus dem, was rauskommt, aber ich habe sehr viel verschwinden sehen. Es gibt zum Beispiel so etwas wie das Schaufenster Elektromobilität in Deutschland. Drei Jahre Steckdose entwickelt, aber es gibt keine Tankstelle dafür und es gibt keine Autos dafür. Ich bitte um etwas mehr Ruhe. Danke. Also wir haben uns für einen Vorstand entschieden, der organisiert und der verteilt und damit arbeiten wird, dass wir wieder Leute haben, die die Arbeit tun. Wir brauchen nicht viele Leute im Vorstand. Die Arbeit, die dort ansteht, ist zu machen mit den Leuten, die wir haben. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist, dass keiner eigentlich wirklich gesagt hat, welche Arbeit ein Vorstandsamt benötigt, mit dem, was er machen möchte. Nichts von dem, was ich gehört habe, war für den Vorstand notwendig. Ich bitte einfach darum, lasst uns diesmal keine Beisitzer machen und stattdessen lieber uns bewerben für Beauftragungen, für Arbeit, die anstehen, wo der Vorstand sagt, bitte tut das und dann tut es auch. Gut, sind jetzt noch weitere Diskussionsbeiträge? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann stimmen wir jetzt ab. Zunächst mal die drei Zahlen 0, 2 und 4. Da bitte ich jeweils einzeln um die Meldung, wer denen grundsätzlich zustimmen könnte und danach wird dann die Zahl, die die meisten Zustimmungen hatte, noch einmal pro Kontra abgestimmt. Also, zunächst einmal, wer könnte einer Zahl von 0 Beisitzern im Vorstand zustimmen? Wer könnte einer Zahl von 2 Beisitzern im Vorstand zustimmen? Danke. Und wer könnte einer Zahl von 4 Beisitzern im Vorstand zustimmen? Danke. Also, die 4 sind vom Tisch. Wir stimmen jetzt die 0 und die 2 noch einmal gegeneinander ab, weil das sah sehr ähnlich aus von der Beteiligung. Also, noch einmal die Frage, wer könnte einer Zahl von 0 Beisitzern zustimmen? Danke. Und jetzt noch einmal die Frage, wer könnte einer Anzahl von 2 Beisitzern im Vorstand zustimmen? Ja, danke. Wir müssen das auszählen, das ist einfach zu uneindeutig. Dann übergebe ich jetzt wieder an den Ernst. Danke. So, bitte wieder die Wahlhelfer hier nach vorne für jede Reihe 2. Bitte die Kandidaten in die Reihen setzen. Danke. 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 Bitte alle hinsetzen, die nicht Wahlhelfer oder Wahlleiter sind. Ihr müsst euch nicht auf euren Platz setzen, es geht nur darum, dass ihr auf einem Stuhl sitzt und eure Abstimmungskarten dabei habt. Ich zähle da oben das Podium, die Empore und hier das Podium. Die Wahlhelfer zählen nur die Reihen, nur wer sitzt und seine Karte hochhebt. Kommen wir, der André wird euch dann in Empfang nehmen und nimmt dann die Ergebnisse der Wahlhelfer jeweils auf. So, jetzt bitte Option 1, 0 Beisitzer. Alle bitte, die für 0 Beisitzer sind, die blaue Karte heben. Bitte oben behalten die Hände, bis die Wahlhelfer gezählt haben. So, Wahlhelfer bitte wieder auf die Initialposition. Jetzt bitte, wer für 2 Beisitzer ist, hebt jetzt die blaue Karte. Was absurd ist, weil, ja, egal. So, die Verkündung des Ergebnisses, ich bitte um etwas Ruhe. Ruhe bitte, auch die Versammlungsleitung da links vorne. Für die Option 1, Beisitzer 0, haben 69 Leute gestimmt. Für die Option 2, Beisitzer 2, haben 56 Leute gestimmt. Damit habt ihr euch mehrheitlich für 0 Beisitzer entschieden. So, das war jetzt keine Abstimmung darüber, ob es 0 Beisitzer gibt, sondern nur die Frage, ob 0 oder 2 bevorzugt wird. Jetzt müssen wir darüber abstimmen, ob die Zahl der Beisitzer auf 0 festgelegt werden soll. Also, es ist ein, so, ich bitte um etwas. Kann ich erlauben, Moment, wir haben noch einen Wortbeitrag von Alex, den möchte ich auch zulassen. Hallo, ich finde das geil, weil ihr habt Angst, dass wir was machen. Und, oh, ja, oh. Ich finde es geil, weil wir haben nächstes Jahr, oh, gut, okay, sage ich mal Folgendes. Beisitzer oder nicht, dann holen wir uns die Beauftragung. So, also dann, okay, ich lasse noch einen Wortbeitrag zu. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen schützefrieden. Wir haben gestern mehrheitlich beschlossen, dass Beisitzer so in die Satzung kommen und diese Anzahl von 0 bis 4 mit der Begründung, dass der jetzige oder der ehemalige Vorstand einige Sachen hat liegen lassen und von daher, dass Arbeitspensum zu viel war für die momentane Anzahl an Vorstandsmitgliedern, ob die jetzt Beauftragte haben oder nicht. Deswegen war gestern die Mehrheit halt für Beisitzer. Ich finde das jetzt ein bisschen nicht nachvollziehbar. Einen Moment bitte mit den weiteren Beiträgen. Gut, ich möchte jetzt, weil das jetzt noch eine Diskussion wird, kurz erklären, was jetzt geht und was nicht geht. Also, als nächstes stünde an, darüber wird gerade diskutiert, die Abstimmung darüber, soll es 0 Beisitzer im Vorstand geben oder soll es nicht 0 Beisitzer im Vorstand geben. Wenn die Ausstimmung negativ ausläuft, also es nicht 0 Beisitzer im Vorstand geben soll, dann gibt es die Möglichkeit des GO-Antrages auf Wiederholung der Frage, wie viel Beisitzer soll es denn geben. Und wir würden das Prozedere von eben wiederholen. Wir diskutieren also jetzt zunächst mal über 0 oder nicht 0 und sehen dann weiter. So, bitte. Ich finde das alles andere als schizophren. Wir haben uns gestern nicht für einen größeren Vorstand ausgesprochen, sondern wir haben uns für die Option ausgesprochen, einen größeren Vorstand zu wählen. Allerdings muss ich sagen, geht mir dieses ganze Wahlprozedere hier jetzt auch unheimlich auf die Nerven. Und ich wollte einfach schon mal ankündigen, dass ich wahrscheinlich dann auf dem nächsten LPT einen Antrag stelle, dass einfach ohne Aussprache das Ganze einfach durch Zustimmung abgestimmt wird. Weil das dauert einfach wieder viel zu lange. Also, ich habe zwei Dinge. Das eine ist eine Frage. Wenn wir der Meinung sind, es könnte Fälle geben, dass ein größerer Vorstand sinnvoll ist, wann, wenn nicht jetzt? Wir haben eine Landtagswahl vorzubereiten, eine Bundestagswahl vorzubereiten und könnten die Grundsteine legen, eine Europawahl vorzubereiten. Diese Kumulationen werden wir auf absehbare Zeit nicht wiederhaben. Also, die Frage wäre, wann, wenn nicht jetzt? Jürgen hat vorhin eine interessante Frage aufgeworfen, nämlich die Frage, was muss man eigentlich ein Amt haben, um was zu tun? Da fällt mir keine Antwort drauf ein. Ich würde aber gerne eine Gegenfrage stellen. Warum wollen wir das Leuten, die wir für ihre Arbeit nicht bezahlen, nicht gönnen, einen Titel zu führen? Natürlich kann man ohne den Titel arbeiten, aber wenn es die Leute doch gerne möchten. Es gab dort fünf Menschen, die bereit sind, ein Amt im Vorstand wahrzunehmen. Warum soll man es ihnen nicht gönnen? Das wäre mal eine Gegenfrage, wo mich Jürgens Meinung zu interessiert. Hallo, ich hätte noch einen Vorschlag zu machen. Ich habe gerade mal nachgefragt, da habt ihr gestern wohl euch dagegen entschieden, aber ihr seid ein Parteitag, also ihr könnt euch auch nochmal am nächsten Tag nochmal umentscheiden. Ich glaube, es geht ja um zwei Fragen. Die eine Frage ist ja, ob es sinnvoll ist, irgendwie diesen Vorstand zu erweitern und das, was dann im Anschluss an diese Frage kommt, was ihr dann in eurer Wahl macht, ob ihr sinnvolle Leute für diese Ämter habt. Da wir mit Approval Voting arbeiten, kann man das zusammenlegen, meiner Meinung nach. Guckt doch einfach, ob ihr in einer Abstimmung, in der ihr einfach eine Wahl macht und euch darauf festlegt, ihr macht zum Beispiel nur einen Wahlgang und dann seht ihr am Ende, was da rauskommt. Und ob 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Leute über die 50 Prozent kommen. Und dann habt ihr beide Fragen mit einer Klappe erschlagen. Nur so als Anregung, vielleicht kann das nochmal jemand als Antrag dann einbringen. Ja. Ja, ich habe eigentlich nur eine Bitte, und zwar, dass wir als Basis doch bitte die Entscheidung, die wir als Basis treffen, respektieren. Dankeschön. Wir sind doch eine Partei, die mit dem Slogan Themen statt Köpfe wirkt. Ja, sorry, ich weiß, Gemeinplatz. Aber ich verstehe nicht, warum Leute Ämter brauchen, um was zu tun. Ja, viele Leute sehen die Partei ja auch als eine Art Bewegung. Wir sind eine Partei, wir haben einen Vorstand, weil wir einen haben müssen. Wir haben jetzt einen Vorstand, den haben wir gestern gewählt. Das, was jetzt noch kommt, ist rein optional mit den Beisitzern. Die Option haben wir jetzt. Wenn wir sagen, wir nutzen sie nicht oder ziehen sie nicht, dann ist es doch gut. Wir sind eine Mittwochpartei, aber keine Titelvergabepartei. Und wir sollten uns ins Bewusstsein rufen, dass Vorstand Verantwortung bedeutet. Leute, die für uns alle den Kopf hinhalten, wenn wir irgendwie rechtlich Scheiße bauen. Und warum sollen wir dort noch mehr Leute mit reinziehen, wenn wir alle genau das machen wollen? Diese Leute dürfen uns bremsen, wenn wir über das Ziel hinausschießen. Aber mitmachen und sollen, also mitmachen sollen, das tun wir alle. Und die Leute, die wir gestern gewählt haben, halten dafür den Kopf hin. Da brauchen wir nicht noch mehr. Danke. Ich denke, da vorne standen gerade ein paar brauchbare Leute. Aber nicht ein einziger von den Leuten, die da vorne standen, haben gesagt, warum müssen sie für das, was sie machen wollen, denn Vorstand sein? Ich habe selber den Fehler gemacht, mich für einen Vorstand in KV Kassel zu bewerben, weil mir jemand eingeredet hatte, für Pressearbeit muss man Vorstandsmitglied sein. Zum Glück wurde ich nicht gewählt, weil die meisten KV Kasseler gemerkt haben, ist völliger Unsinn. Und genauso sehe ich es hier. Wenn da sich jemand hinstellt und sagt, ich möchte Arbeit leisten, wunderbar. Wenn er mir nicht erklären kann, warum muss er dafür Vorstandsmitglied sein, arbeite weiter, aber doch nicht als Vorstand. Wir hatten schon große Vorstände, wir hatten schon kleine Vorstände. Große Vorstand hat nichts gebacken bekommen. Kleine Vorstand hat sich totgearbeitet. Vorstand, ihr seid fünf, das ist zu knapp. Wenn ihr nicht delegiert, fallt ihr auf die Schnauze. Wenn ihr gut delegiert, brauchen wir nicht mehr. Eine Orga-Durchsage. Der Matthias Tampe-Habakok möge bitte hier vorkommen. Der Matthias Tampe-Habakok möge bitte hier vorkommen. Danke. Mehr wollte ich da gar nicht. Ich wollte nur kurz anmerken, dass nicht alle Kandidaten nicht gesagt haben, was sie im Vorstand tun würden. Es gab zum Beispiel eine Anmerkung, die sehr wichtig ist, dass jemand zum Beispiel sich um die Direktwahlaufstellungsversammlungen und so weiter kummeln muss. Und da sind eben nicht nur Kreisverbände betroffen, sondern aufgrund der Zuschnitte der Wahlkreise haben wir kombinierte Geschichten zwischen Landkreisen, die unter der Verwaltung des Landesvorstandes stehen und unter Kreisverbandsverwaltung. Da wird sehr viel Koordination möglich sein und nötig sein. Das heißt, an der Stelle war eine Meldung, warum man dort im Vorstand sein muss, weil dies eben in die Hoheit des Landesvorstandes fällt. Also, es haben nicht alle nicht gesagt, was sie nicht in einem Vorstand, nicht auch ohne Vorstand tun könnten. Danke. Jo, moin. Wiesbaden ist jetzt nicht repräsentativ für Hessen. Wir haben sieben Vorstände. Es kommt sehr oft vor, dass mal zwei fehlen. Und da kann man trotzdem Entscheidungen treffen. Das ist eine gute Sache. Ich würde mir jetzt wünschen, dass mein kurzer Redebeitrag auch der letzte ist, weil ich glaube, es ist alles gesagt und es wiederholt sich hier sehr stark. Vielen Dank. Muss dich enttäuschen. Nein, nur falls das Verfahren noch nicht verständlich genug war, weil vielleicht dieser eine Vorwurf etwas unfair ist. Es gibt eine Kurzvorstellung von zwei Minuten für jeden Kandidaten. Danach entscheidet ihr über die Anzahl. Und danach gibt es eine weitere Vorstellungsrunde der Kandidaten von weiteren drei Minuten. Also, sie hätten noch die Chance haben können, über ihre, warum sie das im Vorstand machen wollen, etc. was zu erzählen. Das vielleicht noch mal als kleiner Hinweis, dass die ursprüngliche Vorstellungsrunde deutlich verkürzt war im Verhältnis zu den sonstigen Vorstellungsrunden bei den anderen Ämtern. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. So, es scheint keine weiteren Diskussionsbeiträge zu geben. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über die Frage, soll es Nullbeisitzer im Vorstand geben oder soll es nicht? Ich bitte um Zustimmung durch blaue Karten, Ablehnung durch rote Karten. Es geht jetzt um die Abstimmung der Frage, soll es Nullbeisitzer im Vorstand geben oder nicht. Zustimmung, Ablehnung. Guckst du bitte mal? Ich mache das schon. Gut, einmal nur die blauen Karten bitte. Und einmal nur die roten Karten bitte. Noch einmal die blauen Karten bitte. Also, es scheint blau mehr zu sein. Nein, insofern gibt es jetzt Nullbeisitzer im Vorstand. Weitere Verfahrensmöglichkeiten, nur damit ihr Bescheid wisst, es gäbe die Möglichkeit, GEO-Antrag auf Wiederholung von Abstimmung zu stellen. Des Weiteren könntet ihr auch mit 50 Personen einen Satzungsänderungsantrag einbringen, der das gestern abgelehnte Verfahren, die Beisitzer so zu wählen, wie es hier vorgeschlagen wurde, nämlich einfach durch Zustimmung, wer die 50% schafft, wird gewählt und so weiter. Also diese Möglichkeiten gibt es alle. Entsprechend. Einen Moment bitte. Ich stelle den Antrag, dass jetzt abgestimmt wird und wer 50% hat, hat es oder eben nicht. Das tut mir leid, in der Form ist das jetzt nicht möglich. Du musst 50 Leute mitbringen, um einen Satzungsänderungsantrag zu stellen, um das ganze Prozedere zu ändern. Also eine weitere Möglichkeit, um jetzt das Verfahren doch nochmal, oder den Versuch, Beisitzer zu wählen, doch noch zu installieren, wäre über einen GO-Antrag mit Unterstützung von 10 Leuten die Geschäftsordnung zu ändern. Wir Okay, damit ist die Beisitzerfrage abgeschlossen. Wir kommen zur Wahl des Landesschiedsgerichtes. Und damit übergebe ich jetzt zunächst mal wieder an den Wahlleiter. So, bitte ein bisschen Ruhe. Ich bitte um Kandidatenvorschläge und eröffne hiermit offiziell die Kandidatenliste für die Wahl der Schiedsrichter. Es werden drei Schiedsrichter gewählt. Es müssen auch drei gewählt werden. Also, ich bitte um zahlreiche Kandidaten. Stell dich kurz vor und sag, dass du kandidierst. Nur, dass du kandidierst. Nur nicht vorstellen. Bernhard Kern, ich kandidiere als Landesschiedsrichter. Gut, damit haben wir den ersten Kandidaten. Manuel Wüst, ich kandidiere auch. Manuel Wüst, der zweite. Ralf Donat aus Darmstadt. Ich kandidiere. Der dritte. Ralf, du kannst auch im Prinzip gleich hierbleiben. So, weitere Kandidatenvorschläge für das Schiedsgericht oder Selbstvorschläge. Es ist kein unwichtiges Amt, das Schiedsgericht. Es wird immer wichtiger, hat man so das Gefühl. Ich schlage den Ruben Britschwater vor. Wo ist der Ruben Britschwater? Ruben? Ach, da. Ja, ich kandidiere. Ich habe noch eine schriftliche Bewerbung. Der Bewerber ist nicht hier. Das ist ein Mann Henke, Klaus Mann Henke, der auch für das Schiedsgericht kandidiert. Weitere Kandidaten? Scheint nicht der Fall zu sein. Letzter Aufruf vor der Schließung der Kandidatenliste. Natürlich kann es mir mal vorschlagen, aber nicht. Ein bisschen schwierig, ne? Er war bisher Richter, ne? Er ist ja bisher Richter, der Gregori. Okay, also laut Wiki hat noch Gregori Engels kandidiert noch. Das ist der nächste Abweigang. So, wie gesagt, jetzt allerletzte, letzter Aufruf. Drei, zwei, eins, null. Kandidatenliste ist geschlossen. Gut, dann übernehme ich die Versammlungsleitung ab jetzt von Christian. Wir eröffnen dann die Fragerunde. Ne, Moment, wir machen die Vorstellung der Kandidaten. Dafür dürft ihr alle Mann auf die Bühne kommen. So, wir fangen dann auch in der alphabetischen Reihenfolge an. Auch ihr habt fünf Minuten euch vorzustellen. Das heißt, zuerst wäre der Ralf dran. Genau. Weil du das Glück mit dem D hast im Nachnamen. Ach so, stimmt, stimmt, Ruben. Ja, ich bin jetzt zwei Jahre im Landesschiedsgericht gewesen. Einmal in Bremen, einmal jetzt hier in Hessen. Es ist natürlich immer sinnvoll, irgendwie auf Kontinuität zu setzen. Ich hatte eigentlich nicht unbedingt große Lust, sage ich ganz offen und ehrlich, jetzt neu zu kandidieren. Allerdings ist es auch so, dass das Amt eben ordentlich ausgeführt werden muss und man da auch die Kenntnisse von den ganzen Gesetzen haben sollte. Es ist nicht immer einfach, entsprechend die Passagen auch zu verstehen, sage ich mal, für Laien. Und da hoffe ich doch, die entsprechenden Erfahrungen vorbringen zu können. Ich denke, wir haben eine gute Arbeit geleistet hier im Landesschiedsgericht im letzten Jahr. Und wir hatten, wenn ich mich nicht irre, waren es vier Fälle, die alle ordentlich bearbeitet wurden. Da gab es auch keine Kritik, glaube ich, an den Urteilen selbst. Von daher, alles Weitere kann man, glaube ich, bei mir mit den Fragen dann rausfinden. Dankeschön. Dann Ralf. Hallo, ihr habt mich vor einem Jahr als Ersatzrichter gewählt. Und ich habe in diesem Sommer eine Runde durch Süd- und Mittelhessen gemacht. Ich habe leider kein Auto und konnte deshalb nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Aber ich habe es geschafft, 14 verschiedene Stammtische zu besuchen. Das war's. Dann Bernhard, bitte. Hallo, ich bin nicht Gregorio Engels, wie er jetzt da steht. Ich bin Bernhard Kern. Und vielleicht bekannter bei Twitter als Nutella-Berliner. Das deutet auch darauf hin, wo ich herkomme, nämlich aus Berlin. Ich bin vor anderthalb Monaten aus Berlin nach Darmstadt gewechselt. Bin jetzt im KV Darmstadt. Beruflich bin ich Volljurist und mache den Einkauf bei der GSI. Was habe ich sonst getan? In Berlin habe ich das Squad Innen- und Rechtspolitik mitgegründet. Ich vertrete zurzeit, in Berlin habe ich zwei Verfahren vor dem Berliner Landesschiedsgericht vertreten. In Niedersachsen habe ich jetzt, glaube ich, fünf Verfahren vor dem Landesschiedsgericht und Bundesschiedsgericht um die Auferstellungsversammlung in Niedersachsen. Zwei davon bisher gewonnen. Ja, was motiviert mich für das Landesschiedsgericht Hessen? Ich glaube, wenn Hessen auch nur einen Bruchteil der Arbeit kriegt wie Niedersachsen, dann ist man ganz gut beraten, Juristen im Schiedsgericht zu haben, um kein Getrolle zu haben und ein Schiedsgericht, das sich mit der ZPO dann vielleicht doch nicht ganz so gut auskennt und dass man da mit der ZPO gut trollen kann. Ich glaube, das kann ich leisten. Und für alles Weitere stellt mir bitte Fragen. Danke. Ja, hallo. Ich bin Manuel Wüst. Ich bin relativ neu in der Partei, jetzt circa ein Jahr dabei, aus Wiesbaden. Deswegen vielleicht ein, zwei Worte zu mir, weil ich, denke ich, noch nicht bekannt bin, großartig. Ich bin freiberuflicher Musiker, habe bis vor kurzem noch studiert und habe jetzt so ein paar Felder in der Partei gefunden, wo ich mich gern engagiere. Ich bin jetzt vor kurzem erst angesprochen worden, ob ich denn Lust auf das Landesschiedsgericht hätte und musste mich da erst mal reinlesen. Ich wusste gar nicht, was wird da gemacht, alles. Ich habe mich dann jetzt auch mal informiert und finde das Ganze ziemlich interessant, da ich in mir drin schon den Anspruch habe, verschiedene Parteien, die verschiedenen Positionen vertreten, die anfänglich vielleicht nicht zusammenpassen, ja, ein bisschen näher aneinander zu bringen, beziehungsweise da vielleicht auch zu vermitteln erst mal und dann natürlich im Extremfall zu gucken, wie sieht das Ganze nach den rechtlichen Sachen aus und nach unserer Satzung. Und das ist meine Motivation, jetzt hier zu kandidieren. Dankeschön. Gut, dann haben sich alle Kandidaten vorgestellt. Wir würden dann die Fragerunde eröffnen. Hallo, ich hatte eine Frage an euch, weil ich mal testen wollte, wie gut eure fachliche Qualifikation ist. Gegeben sei folgendes Szenario. Ein Kreisvorstand verhängt eine Ordnungsmaßnahme gegenüber einem Piraten. Wie würdet ihr reagieren? Und dann noch die allgemeine Frage, skizziert mir, wie ein Parteiausschlussverfahren funktioniert. Dieses Verfahren ist jetzt interessant. Erst mal ganz kurz, wenn man das hintereinander macht. Aber gut, ich meine, wir können das auch gerne schriftlich machen. Markus? Sollen wir das vielleicht schriftlich machen, so rein Sinnhaftigkeit? Wie ist sie? Keine Ahnung. Gut. Parteiausschlussverfahren ist ganz simpel. Das muss beantragt werden vom Vorstand beim Schiedsgericht. Das ist auch das Einzige, wo das Schiedsgericht in erster Instanz zuständig ist dafür. Und zwar ist es so, dass dabei eben das Schiedsgericht urteilt, ob das Mitglied einen entsprechend schweren Verstoß gegenüber entweder unserer Satzung oder dem Parteiengesetz oder Ähnlichem eben begangen hat, dass es wirklich parteischädigend ist. Und das ist dann entsprechend rechtskräftig. Bei einer Ordnungsmaßnahme von einem Ortsverband, wir haben überhaupt nichts mit den Ordnungsmaßnahmen zu tun als Schiedsgericht in erster Instanz. Es ist so, dass die vom Vorstand beschlossen werden. Und dann ist es so, falls man das eben ankreidet, falls man sagt, okay, ich gehe gegen diese Ordnungsmaßnahme vor, dann erst kann man bei uns ankommen und sagen, okay, wir sind zuständig. Das ist nämlich ganz klar, dass eben erstmal die Zuständigkeit geklärt ist. Allerdings ist mit, was hattest du nochmal gesagt? Das war auf Kreisverbände bezogen. Der Kreisverband ist überhaupt nicht zuständig an sich normalerweise, beziehungsweise sollte nicht. Man darf die niedrigste Ordnungsmaßnahme verhängen, glaube ich. Das ist eine Ermahnung. Es kommt natürlich darauf an, was wir in unserer Satzung erlauben. Ich habe mich bisher noch nicht in die Materie reingekniet. Ich werde das tun, falls ihr mich wählt. Gut, zu der ersten Frage zur Ordnungsmaßnahme hat Ruben eigentlich schon alles gesagt. Da ist nichts weiter zuzufügen. Das Schiedsgericht hat halt nichts zu tun mit einer Ordnungsmaßnahme, bis das Mitglied die Ordnungsmaßnahme nicht anficht. Ficht das Mitglied die Ordnungsmaßnahme nicht an, bleibt das Schiedsgericht draußen. Wenn nicht, dann muss sich das Schiedsgericht angucken, ob die Ordnungsmaßnahme zulässig ist, ob sie angemessen ist und ob sie begründet ist. Entweder hebt das Schiedsgericht dann die Ordnungsmaßnahme auf oder bestätigt sie und dann kann das Ganze eventuell noch zum Bundesschiedsgericht gehen. Beim Parteiausschlussverfahren ist es wiederum anders. Das muss vom zuständigen Gremium beim Landesschiedsgericht beantragt werden. Und diese Ordnungsmaßnahme, also der Parteiausschuss, muss dann zulässig und begründet sein. Zulässig ist der, wenn unter anderem die Frist gewahrt ist. Wenn das zuständige Organ gehandelt hat, wenn das Mitglied auch wirklich Mitglied in dem Landesverband ist, wo die Ordnungsmaßnahme verhängt wird. Und begründet ist die Ordnungsmaßnahme, wenn die Voraussetzungen von, ich glaube, § 6 der Bundessatzung und § 10 Absatz 4 Parteiengesetz erfüllt sind. Nämlich, wenn das Mitglied gegen die Satzung verstoßen hat oder sonst gegen die Ordnung der Partei und dadurch einen schweren Schaden verursacht hat. Das muss beides kumulativ vorliegen. Ist das beides erfüllt und ist das dargelegt, dann wird vom Landesschiedsgericht der Parteiausschluss erklärt. Ist das nicht dargelegt, dann wird der Parteiausschluss abgelehnt. So, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, ich stimme den Vorrednern zu. Das mache ich aber nicht, weil ich kann das gar nicht überblicken. Das stimmt absolut. Ich habe mich in diese Materie noch nicht reingelesen. Deswegen kann ich nicht genau wissen, welcher Paragraf und warum und wieso und wie das genaue Verfahren ganz korrekt abläuft. Was ich aber weiß, ist, ich kann mich sehr schnell in solche Materien reinlesen. Ich kann sehr schnell Texte verstehen. Ich kann dann versuchen, das mit einem gesunden Menschenverstand und ich denke, der ist da natürlich am besten angebracht, abzuwägen. Und das, denke ich, ist eine gute Voraussetzung, um in diesen Job reinzustarten. Dankeschön. Wir unterbrechen jetzt die Fragerunde kurz, weil wir den Kandidaten Klaus Mann-Henke, da haben wir einen kurzen Text zur Vorstellung, den wir jetzt einschieben würden. Ganz kurz, weil er hat eine schriftliche Erklärung abgegeben, weil er nicht da ist. Falls er gewählt wird, nimmt er die Wahl an. Das ist schon mal ganz wichtig. Er ist Angestellter im EDV-Bereich und Elektro-Handwerksmeister, Ehrenamtvorstand im Kreiselternbeirat Kreis Marburg-Biedenkopf und, wahrscheinlich wesentlich wichtiger hier für den Job, ehrenamtlicher Arbeitsrichter am Arbeitsgericht Gießen als Arbeitnehmervertreter. Das also, um Herrn Klaus Mann-Henke besser einschätzen zu können, vielleicht auch, wenn er nicht da ist. Gut, dann setzen wir die Fragerunde fort. Gibt es weitere Fragen an die Kandidaten? Ja, ich habe eine Frage an Ralf. Also, es sind jetzt zwei Leute, die relativ unerfahren sind. Von Manuel habe ich gehört, dass er sich hier bewirbt, nachdem er sich zunächst mal angeschaut hat, was geht denn da und gemerkt hat, ihm liegt das. Von dir habe ich gehört, dass du über 14 Stammtische getourt bist, was ich jetzt ein relativ zweitrangiges bis fragwürdiges Kriterium finde. Kannst du da mal irgendwie Stellung zu nehmen, bitte? Ja, was außer einer Tour über 14 Stammtische lässt dich vermuten, dass du für ein Landesschiedsgericht geeignet sein könntest? Ja, ich habe eben den einen Satz vergessen. Also, ich habe ja schon seit ungefähr zwei Monaten einiges im Wiki stehen und das hätte man in den letzten Wochen nachlesen können. Ganz kurz, Ralf, du kannst vorne stehen bleiben. Meine Frage geht auch an dich. Du hast unter anderem auf einem Stammtisch gesagt, dass du als Vorsitzender Richter kandidieren willst, was ja nach Schiedsgerichtsordnung nicht geht, weil alle gleich kandidieren und ihr Vorsitz wird aus der Mitte der Richter gewählt. Die wählen die sich selber. Wenn du schon so Grundsätze der Kandidatur aus der Satzung nicht kennst, wie wichtig hältst du fachliche Eignungen im Kenntnis der Satzung und der Geschäftsordnung für die Ausführung eines Richteramtes, was ja über sehr wichtige Dinge entscheidet, aufgrund dessen? Diese Information ist falsch und ich hätte gern von dir, entweder über das Saalmikro oder unter vier Augen die Info, wer dir das gesagt hat. War die Frage soweit beantwortet, oder? Hau mir nicht meine eigenen Regeln vor den Kopf. Das ist gemein. Wie wichtig hältst du die fachliche, oder die Kenntnis der Satzung der Schiedsgerichtsordnung und rechtlicher Normen, die aufgrund dessen das Schiedsgericht entscheidet für die Arbeit des Schiedsgerichtes, da du ja auch gesagt hast, du hast dich damit noch nicht befasst. Wir haben eine Fragerunde, das geht vom Saalmikrofon zum Kandidaten und ich bitte da, andere Zwiegespräche einzustellen. Ich halte das für wichtig und bin bereit und fähig, mich da reinzuknien. Ja, ich habe eine Frage an alle Kandidaten. Wer von den Kandidaten hat schon mal die hessische Satzung gelesen? Und ob ihr antizipieren könnt, welche Beratungsleistung eventuell in den nächsten drei Monaten auf euch zukommt? Ich habe die Satzung gelesen, das ist aber jetzt schon etwa drei Monate her und werde die Frage bei Gelegenheit ausführlicher beantworten. Selbstredend kenne ich die hessische Satzung, ansonsten würde ich ein sehr schlechter aktueller Richter sein. Das wäre eine absolute Katastrophe. Ich habe sie natürlich auch mehr als einmal gelesen und ich habe auch nicht nur die hessische Satzung gelesen, sondern selbstredend auch das Parteiengesetz und zwar ausgiebig und auch Teile vom BGB und anderen Gesetzbüchern. Außerdem auch Urteile vom Bundesgerichtshof und so weiter und so fort. Das ist halt einfach der Job vom Richter. Da muss man sich auch mit anderen Dingen beschäftigen, die über die Satzung hinausgehen. Das ist auch nicht nur die hessische Satzung dann, sondern natürlich auch die Bundessatzung, die genauso für uns gilt. Dann zu der Frage, wie viel Beratung auf uns zukommt. Das ist etwas, was man schwer beantworten kann, finde ich, weil als Richter ist es generell so, eben das, wo gerade irgendwie im Landesverband gestritten wird. Da kann man schauen. Allerdings haben wir keine beratende Funktion. Wir werden angerufen, wenn ein Fall vorliegt. Und dann müssen wir auch erstmal darüber überhaupt urteilen beziehungsweise entscheiden, ob der Fall bei uns behandelt wird oder nicht. Wir können als Privatperson eine beratende Funktion einnehmen. ansonsten ist es nicht unsere Aufgabe als Schiedsgericht. Ich habe sonst immer was zu sagen und auch zu vielem eine Meinung, aber jetzt muss ich leider Ruben zustimmen. Sowohl die hessische als auch die Bundessatzung als auch die ganzen Bestimmungen, die für Wiesbaden natürlich für mich relevant sind, habe ich alle gelesen. Ich habe sie bestimmt nicht alle im Kopf. Das könnte ich jetzt gar nicht ad hoc sagen, aber ich weiß, wo ich auf jeden Fall nachgucken muss, wenn ich einen bestimmten Punkt nochmal nachlesen muss. Und damit, denke ich, kann ich dann auch ganz gute Antworten geben. Beim hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel habe ich erlebt, dass man dort versucht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Profis und Laien herzustellen. Deshalb würde mich mal interessieren, wie schätzt ihr euch ein? Wer von euch ist Profi und wer Laie, dass wir da auch ein ausgewogenes Verhältnis kriegen? Und vorher noch eine Orgel. Ich sage, der Emanuel Schach, möge bitte hier vorne zum Tisch der Versammlungsleitung kommen. Der Emanuel Schach, bitte. Nachdem ich beim letzten Mal nichts sagen durfte, fange ich jetzt mal an einfach. Also, soweit ich weiß, ist der hessische Verwaltungsgerichtshof als Verwaltungsgericht mit Berufsrichtern besetzt. Der Verwaltungsgerichtshof nicht. Du kannst es beim Verfassungsgerichtshof machen, du hast es teilweise beim Strafgericht, aber bei den Verwaltungsgerichten und gerade bei den oberen Verwaltungsgerichten sind Vollrichter. Das heißt nicht, dass ich das für das Hessische Landesschiedsgericht auch für gegeben halte, dass man nur Profis haben sollte. Eigentlich sollte man vielleicht schon Leute haben, die sich mit der Aufgabe des Richters auseinandergesetzt haben vorher, die wissen, was auf einen zukommt und die sich auch so einschätzen, dass sie Texte lesen und verstehen können und dann daraufhin die Lebenssachverhalte anwenden. Das ist eigentlich das, was man können muss und das denke ich kann nicht. Könnte ich es nicht, wäre ich, glaube ich, nicht Jurist geworden. Also um es ganz einfach zu machen, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ich bin kein Profi in dem Gebiet, aber ich denke, ich kann mich da sehr gut einlesen, aber auf jeden Fall bin ich erst mal ein Laie, der sich da neu einarbeitet. Ich bin ebenfalls Laie. Ja, nachdem ihr jetzt so schön die Reihenfolge auch mal umgeändert habt, damit ich nicht mal der Erste bin. Es ist so, was ist überhaupt ein Laie, ist eigentlich die Frage, weil ich bin zum Beispiel entgegen Bernheit kein ausgebildeter Rechtsanwalt und ich bin als solches ganz klar ein Laie, unabhängig davon, ob ich irgendwie die Sachen in meinen Augen gut beherrsche und da eine entsprechende Fachkenntnis bereits vorweisen kann. Das ist eben der Unterschied inzwischen den Professionellen, nämlich wirklich, dass man diesen Beruf gelernt hat und ausgeübt und den Leuten, die sich das privat angeeignet haben, so nebenbei. Danke. Gut, damit sind alle Fragen beantwortet. Es liegen keine weiteren Fragen vor. Damit schließe ich die Fragerunde an die Kandidaten. Der Jan wünscht noch, achso, wir müssen noch die Frage mit Gregory klären, deswegen unterbreche ich noch mal für drei Minuten. Das wären drei Minuten, wo vielleicht die Gelegenheit für jemanden besteht, noch ein Thema vorzustellen, was ihm auf dem Herzen liegt. Aktionen, Vorstellungen von KVs, irgendwie sowas. Nur mal ganz kurz für mich zur Information von den Leuten, die irgendwie hier aus Gießen oder Marburg kommen. Da ist ein Name drauf, wo sich jemand kandidiert, den ich nicht kenne. Ich bin ja selber aus Marburg. Kennt denn irgendjemand aus diesen beiden Kreisen eigentlich? Und da sind fast 20 Leute. Niemand? Okay, gut, danke. Hi, nächsten Sonntag ist Kreisparteitag in Groß-Gerau, vom Kreisverband Groß-Gerau in Groß-Gerau. Wer also Zeit und Lust hat, kommt gerne vorbei. Danke. 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 Dann repeate ich jetzt mal die Nachricht, die wir eben hatten für Darmstadt-Dieburg in zwei Wochen. Am 20. ist der außerordentliche Kreisparteitag. Das ist Kreisverband Darmstadt-Dieburg auf der Feste Ortsberg. Ja, ihr seid auch eingeladen und könnt herzlich kommen. So. Dafür, wofür wir jetzt gerade nach drei Minuten brauchten, das haben wir jetzt erklärt soweit. Der Ernst, wir hatten uns Emanuel Schach als Rechtsbeistand dazu geholt. Es gibt, wie ihr gesehen habt auf dem Beamer, es ist ein Kandidat gewesen, der Gregory Engels. Da war im Wiki ein Link auf dem YouTube-Video, was eigentlich eine Bewerbungsrede ist, aber wir haben weder was schriftlich noch es war seinen Vorstandgang noch an uns in irgendeiner Form, wo er erklärt, dass er kandidiert. Er muss es uns erklären. Er muss es uns erklären, schriftlich, mündlich, am Telefon. Ich habe ihn jetzt in der Zeit, wo die Vorstellungen waren, fünfmal angerufen. Es ist nicht möglich. Ja, es ist aber, er muss es uns erklären, entweder mir als Versammlungsleiter, dem Ernst als Wahlleiter, dem Thumai als Vorstand, dem Thumai, irgendjemandem mit einem Amt, mit dem gewählten Amt, muss er erklären, dass er kandidiert und das ist nicht geschehen und deswegen kann man seine Kandidatur leider nicht berücksichtigen. Wir haben uns jetzt wirklich die ganze Vorstellung damit befasst, ob da noch irgendwo was machbar ist, aber wir sind einhellig der Meinung, es ist leider so, wie es eingereicht wurde, nicht möglich. Vielen Dank. Wir setzen die Unterbrechung noch kurz fort. Es gab noch einen Redebeitrag, den jemand halten wollte. Vielleicht machst du es doch einfach gleich, weil da gibt es noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Dann mache ich noch mal kurz den Alleinunterhalter. Kreisverband Wiesbaden, wir haben am 24.02. eine OB-Wahl, haben ein sehr ambitioniertes Wahlprogramm. Wir werden das auch über die diversen Mailinglisten und so weiter veröffentlichen und wir werden dann auch zu einem Zeitpunkt um eure Unterstützung bitten, die sieht folgendermaßen aus, natürlich das Ganze weiter zu verbreiten, vor allem über die sozialen Medien und unter Umständen vielleicht auch in der Endphase des Wahlkampfs so ein bisschen körperliche oder Anwesenheitsunterstützung. Da wären wir sehr dankbar, wenn ihr das verfolgen würdet. Wir haben wirklich sehr, sehr viele ambitionierte Dinge vor. Einige davon sind auch, würde ich behaupten, Premiere für die Piraten und ja, wir brauchen da eure Unterstützung und es wäre schön, wenn ihr uns die geben würdet. Ja, hallo, ich würde gerne hier nochmal ein bisschen Werbung für den dritten Landesparteitag dieses Jahr in Butzbach machen, denn das ist ein programmatischer Landesparteitag und dafür brauchen wir vor allem noch eins, nämlich Programmanträge und nachdem der Satzungsänderungsantrag heute angenommen wurde, dass Programmanträge jetzt auch Fristen haben, bedeutet das, dass wir schon Anfang November die Antragsfristende haben. Das bedeutet, es wäre super, wenn noch möglichst viele Anträge bis da gestellt werden würden. Und dann ist noch ein Punkt, nämlich an dem Samstag des Landesparteitages hätten wir auch die Möglichkeit, die Weihnachtsfeier zu machen. Die ist ja, ja mittlerweile kann man fast sagen, historischerweise in Darmstadt, aber da wir jetzt einen Landesparteitag haben, der auch in der Weihnachtszeit liegt, wäre es halt die Möglichkeit, dass wir halt an dem Abend die Weihnachtsfeier machen würden. Da würde ich euch mal kurz bitten, so eine Art Meinungsbild einfach mal unverbindlich zu machen, wer denn Interesse daran hätte. Also wer wäre dafür, dass wir die Weihnachtsfeier an dem Landesparteitag Samstag machen? Okay, die Beteiligung ist relativ gering, aber deutlich positiv. Dankeschön. 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 So, liebe Versammlung, wir haben eine Willenserklärung von Gregory Engels jetzt noch nachträglich telefonisch erhalten, damit es ja auf der Kandidatenliste, er hat ein Video bei YouTube eingestellt. Ich habe das Video gesehen, wir können es leider nicht irgendwie in Ton und Video auf den Beamer bringen, deswegen kurz die Zusammenfassung. Er kennt die Satzung, er kennt die GO, er hat das jetzt schon ein Jahr gemacht und er fände es wichtig, wenn da ein bisschen auch Kontinuität mit drin ist und würde sich über die Unterstützung des Landesparteitags freuen. Wer das Video in Gänse sehen möchte, möchte sich bitte in den Twitter-Stream vom Herbert Förster, das ist twitter.com slash herb unterstrich foxley und er hat das Video getwittert und dann könnt ihr es auch noch mal angucken, aber das war so grob der Inhalt. Danke. Gut, damit ist die Kandidatenliste jetzt noch mal aktualisiert. Das sind die Kandidaten, die jetzt zur Wahl des Landesschiedsgerichts anstehen und wir kommen zur Durchführung der Wahl und dazu übergebe ich an den Ernst. Die Wahl des Schiedsgerichts läuft ab wie Wahl des Vorstands, selbes Verfahren. Wir haben sechs Kandidaten, ihr könnt jedem Kandidat eine Stimme geben oder sie ihm verweigern. Wir werden den Stimmzettel 8 benutzen, weil der Stimmzettel 7 gestern auch wieder mehrfach verloren gegangen ist. 9, Entschuldigung. Nein, Güte. Über 8 haben wir ja. Stimmzettel 9. Ich bitte jetzt mal die Wahlhelfer sich wieder aufzustellen und bereitzustellen. Wir brauchen ja wieder ein paar mehr. Wir haben sieben Urnen. Okay, alles klar. Hauptsache, wir haben zwei Wahlhelfer pro Reihe. So, also, Moment, warte du noch mal mit dem Vorzeigen, bis ich das ansage. Okay, also, Reihe 4, hinten 2, vorne 2, hinten 2 in der Reihe 3, vorne 2 in der Reihe 3, hier habe ich vorne 2. Wie sieht es aus hinten in der Reihe 2 und in der Reihe 1? Da brauche ich noch zwei Wahlhelfer, bitte. Einen sehe ich jetzt. Okay, dann zwei. Ja, okay, alles klar. Alle Wahlurnen sind besetzt. Okay, die Kandidaten stehen ja noch da, wie die Vögel auf der Stange aufgereiht. Ich möchte euch bitten, noch mal ganz kurz euren Namen zu sagen damit, also am Saalmikro, damit die Leute noch mal euer Gesicht mit Namen verbinden können. Einfach jeweils ans Saalmikro zu gehen. Ich bin Ruben Bridgewater. Ralf Donath. Bernhard Kern. Und Manuel Wüst. Vielen Dank. Jetzt könnt ihr auch die Bühne verlassen und euch vorbereitet. Wie gesagt, Stimmzettel 9. Ich bitte die Wahlhelfer, die Wahlurnen vorzuzeigen, dass sie leer sind. So, dann bitte ich die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, was Streaming und sonstige Sachen angeht, auch wenn ja Tonaufnahmen, Bildaufnahmen inzwischen erlaubt sind, aber halt das übliche Verfahren halt anzuwenden. Ja, das überprüfen wir. So, dann eröffne ich den Wahlgang. Musik. So, bitte alle noch, die noch keine Stimme abgegeben haben, zu den Wahlurnen. Dauert noch. Da hinten wird noch gewählt. Was macht denn weiter eigentlich? Wir können doch jetzt nicht mit den Erwatzrichtern weitermachen. Nein, weil da werden sich einige von... Genau, das geht nicht. Was machen wir denn dann mit den Kassenprüfern? Geht das schon? Das geht, das kannst du machen. Das muss ich nicht machen. Das ist ja eine offene Abstimmung. Das ist ja eine offene Abstimmung. So, letzter Aufruf für den Wahlgang. Bitte, wer jetzt seine Stimme abgeben möchte, bewegt sich klar und deutlich sichtbar zu den Wahlurnen. Scheint nicht der Fall zu sein. 3, 2, 1, 0. Der Wahlgang ist geschlossen. Auszählung wie immer hinten im Nebenraum. So, ich bitte dann alle wieder auf ihre Plätze. Wir machen dann weiter mit der Versammlung. Das ist ja eine offene Stimme. Gut, wir fahren dann fort mit der Wahl der Kassenprüfer. Die Ersatzschiedsrichter, da würden wir warten auf das Ergebnis der Wahl und es ist ja relativ wahrscheinlich, dass dann Kandidaten vielleicht auch für das Amt des Ersatzschiedsrichters noch zur Verfügung stehen. Bei den Kassenprüfern denke ich, können wir schon mal weiter fortfahren und insofern würde ich dazu aufrufen, Vorschläge bzw. Kandidaturen für das Amt des Kassenprüfer einzureichen, nach vorne zu kommen. Wir machen doch eine kleine Pause. Gut, wir machen weiter. Genau, der Knut kommt nach vorne, du möchtest kandidieren. Ich möchte kandidieren als Kassenprüfer. Bitte ans Mikro. Hallo, ich bin Kenat oder Knut, je nachdem wie ihr es haben möchtet. Ich kandidiere als Rechnungsprüfer, war mal Schatzmeister und habe auch immer noch Interesse an dieser Art der Verwaltungsarbeit, auch wenn den Schatzmeisterposten jetzt ein viel besserer Mann begleitet. Danke. Gar nicht ganz vorstellen jetzt, sondern irgendwie einfach nur sagen, dass ihr kandidiert, wer ihr seid und Vorstellung kommt dann gleich. Hallo, ich bin Martin aus dem KV Schwalmeda und ich kandidiere für den Rechnungsprüfer. Langhorst. Gibt es weitere Vorschläge oder Kandidaturen für das Amt des Rechnungsprüfers? Unsere Satzung sagt, wir wählen mindestens zwei, maximal drei Rechnungsprüfer. Die Wahl der Rechnungsprüfer ist die einzige, die in offener Wahl durchgeführt werden kann. So, gibt es noch weitere Vorschläge, noch Kandidaturen für das dritte mögliche Rechnungsprüferamt? Fünf, vier, drei, zwei, eins, dann schließen wir die Sammlung der Kandidaten. Dann würde ich euch beide bitten, euch kurz vorzustellen. Knut, vielleicht fängst du an. Hallo, wie gesagt, mein Name ist Knut oder Kenert. Ich war mal Schatzmeister und bin schon seit grauer Zeit auch Rechnungsprüfer seit letztem Jahr. Mir macht die Sache Spaß und mein Anliegen ist es, dafür zu sorgen, dass unbeabsichtigte Fehler bei irgendetwas sichtbar werden, damit der Rechenschaftsbericht anständig abgegeben werden kann. Das ist mein Ziel. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mich wählt, beziehungsweise mir euer Vertrauen ausspricht. Danke. Hallo, kurze Durchsage, wir haben einen Gewinner, die Nummer 189018. Ihr könnt es beim Antragsbüro abholen. Danke. Ja, wie gesagt, ich bin Martin vom KV Schwameda. Ich habe mal irgendwann bei der Sparkasse gelernt vor vielen Jahren, kann mit Zahlen umgehen, habe Spaß daran und ich denke, das ist eine Arbeit, die gemacht werden muss. Die Kassenführung darf nicht angreifbar sein und dazu dienen die beiden Rechnungsprüfer und das werden wir auch machen. Danke. Alles klar, vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Kandidaten? Der Lothar kommt. Martin, du bist im Vorstand eines Kreisverbandes. Wir haben ja in der Satzung das Verbot der Ämterkommunikation würdest du dein Amt als Kreisverstand aufgeben oder würdest du beantragen, dass die Ämterkommunikation für diesen Fall aufgehoben wird? Also aufgrund der Tatsache, dass wir so wenig Leute sind bei uns im Kreisverband, weil wir ein ganz junger Kreisverband sind, würde ich dann auch beantragen, das bis zu unserem nächsten Kreisparteitag im März nächsten Jahres weiterhin fortführen zu dürfen. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich sehe das nicht der Fall. Dann behandeln wir zuerst den Antrag auf Ämterkommunikation von Martin Langhorst. Kannst du den noch mal konkret formulieren? Also ich beantrage im Falle meiner Wahl, dass ich mein Amt als Beisitzer, als zweiter Beisitzer im Kreisverbandes Schwalm-Eder weiterhin fortführen darf, bis zum nächsten Kreisparteitag, den wir im 31. März nächsten Jahres haben. Also ich würde mich natürlich dann auch, gleiches gilt für eine Wiederwahl als Beisitzer, dass ich dann auch das Amt des Beisitzers weiterhin ausüben durfte. Okay, das brauchen wir jetzt einmal für die Antragskommission, dass wir das im Wortlaut tatsächlich parat haben. Gut, der Antrag ist jetzt auf dem Beamer. Der Antrag lautet, der Landesparteitag möge gemäß § 4.1 Landessatzung beschließen, dass Martin Langhorst für den Fall seiner Wahl als Kassenprüfer sein Amt als Beisitzer des Kreisverbandes Schwalm-Eder bis zur nächsten Landesvorstandswahl ausführen darf. Und darüber... Nee, bis zur Landesvorstandswahl. Das war dieser Aspekt irgendwie. Für die Amtszeit des Vorstands, also bis zur nächsten Entlastung ist es formuliert. Wer würde diesem Antrag zustimmen? Die blaue Karte. Wer dagegen ist? Die rote Karte, bitte. Der Antrag ist angenommen. Wie ist es mit dir? Dann eine Frage an die Akkreditierung. Wie viele Piraten sind aktuell akkreditiert? 177, sagt Lothar. Dankeschön. Dann bitte ich die beiden Kandidaten, den Martin und den Knut, nochmal nach vorne. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Kassenprüfer. Wir fangen mit dem Knut an. Wer ist dafür, dass Knut Kassenprüfer zum Kassenprüfer gewählt wird? Das ist eine deutliche Mehrheit. Herzlichen Glückwunsch, Knut. Nimmst du die Wahl an? Und jetzt nochmal für den Martin. Wer ist dafür, dass Martin Kassenprüfer des Landesverbandes wird? Auch das ist eine deutliche Mehrheit. Martin, nimmst du die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir zwei weitere Ämter vergeben. Im Moment ist noch die Auswertung des letzten Wahlgangs im Gange. Die dauert vielleicht noch zwei Minuten. Da gibt es nochmal die Möglichkeit, dass jemand einen Beitrag, eine Vorstellung aus dem KV, ein Thema hier vorstellen kann. Vielen Dank. Ja, ich möchte euch gerne einladen. Am Mittwoch, am 10. haben wir hier im Schwalm-Eder-Kreis in der Gemeinde Borken, das ist in der Nähe von Homberg-Efze, ein Thema, was uns hier alle ziemlich bewegt. Es geht also um Energiewende im Schwalm-Eder-Kreis. Wir haben den Leiter von E.ON Mitte gewonnen als Referenten, mal über die Energiewende im Schwalm-Eder-Kreis zu sprechen. Das Besondere ist, E.ON Mitte steht ja zur Disposition, soll ja verkauft werden. Da wurde also schon groß Interesse angemeldet von verschiedenen Städten, vom Landkreis selber, wie sich das also auch auf uns als Bevölkerung auswirken wird, was mit den Netzen passiert, wie es um Arbeitsplätze da geht und natürlich auch um die Preise. Und dazu möchte ich euch ganz herzlich einladen, vielleicht habt ihr auch mal daran Interesse, das mal zu hören, wir hatten also vorab ein Gespräch mit dem Leiter, Herrn Keil. E.ON wird ja auch häufig, sagen wir mal so, als Großkonzern ziemlich verteufelt. Ich muss sagen, der hat also ganz klare Statistiken mal so gezeigt, wie bei E.ON das alles aufgestellt ist und wie die Verhandlungen da laufen. Und ich denke, da kann man eine ganze Menge lernen, wenn man an dieser Infoveranstaltung teilnimmt. Und deswegen möchte ich euch recht herzlich einladen. ist also in Borken, da gibt es ein Freilichtmuseum. Borken ist früher mal ein Bergbaustandort gewesen, wo Kohle abgebaut worden ist. Und da gibt es ein Bergbaumuseum im Freilichtgelände. Und die haben eine Halle da und die haben wir angemietet. Und da findet das am Mittwoch um 19 Uhr statt. Danke. Ich bin Peter Dambier, Abgeordneter aus dem Kreis Bergstraße. Da draußen steht so ein schickes weißes Auto mit ein bisschen Reklame drauf. Das Auto fährt elektrisch. Karin und ich, wir sind im Moment die ersten Piraten, die elektrisch fahren, soweit ich das sehe kann. Und bei uns im Kreis Bergstraße sind wir sowieso einer der ersten, die elektrisch fahren. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Steckdosen. Wenn ihr am Internet mal googelt, Park and Charge, da zahle ich 40 Euro Flatrate. Nee, nee, das ist keine Werbung, das ist ein gemeinnütziger Verein. Die verbreiten einfach Steckdose für Autos. Du tankst Flatrate. Die Konkurrenz dazu, ich habe eben gerade was von E.ON gehört, es gibt einen Roaming-Verbund, E.ON, RWE und Konsorten. Dort kriegst du keine Flatrate, aber dort wird registriert, wann du, wo, wie viel getankt hast, damit auch jeder genau weiß, wo du warst und wie weit du fahren kannst. Wie gesagt, Flatrate, 40 Euro, es wird absolut nichts festgehalten. Deshalb googelt mal. Und wir brauchen dringend Steckdose. Wer in seinem Garten noch einen Platz hat für eine Steckdose, für Elektroautos, ist herzlich eingeladen. Ayos, was Kurzes? Ganz kurz in Ayos. Und dann machen wir weiter mit dem Ergebnis der Wahl. Ich wollte auch noch mal kurz die Gelegenheit, was für einen Bund anzubringen. Wir haben ja Bundesparteitag in Bochum. Und es finden jetzt in den nächsten Wochen so Antragskonferenzen statt, wo die verschiedenen gestellten Anträge schon mal vordiskutiert werden sollen. Ich weiß, es sind Veranstaltungen in Berlin, in Chemnitz, in Dortmund, in Frankfurt, in Schwerin, glaube ich. Aber das findet ihr im Detail im Wiki, also wikipiratenpartei.de slash Antrag-Konferenzen. Da findet ihr dann auch die ganzen Konferenzen. Also da, wenn ihr euch da beteiligen wollt, ich glaube, das macht Sinn, so eine Konferenz mal zu besuchen. Danke. So, kommen wir zur Verkündung des Ergebnisses der Wahl der Schiedsrichter. Abgegebene Stimmen 117, gültige Stimmen 115. Auf Ralf Donath empfiehlen 19 Stimmen, das sind 16,52%. Auf Klaus Mannhenke empfiehlen 24 Stimmen, das sind 20,87%. Auf Gregory Engels empfiehlen 53 Stimmen, das sind 46,09%. Auf Manuel Wüst empfiehlen 69 Stimmen, das sind genau 60%. Und auf Bernhard Kern empfiehlen 88 Stimmen, das sind 76,52%. Und auf Ruben Bridgewater empfiehlen auch 88 Stimmen, das sind auch 76,52%. Damit sind Ruben Bridgewater, Bernhard Kern und Manuel Wüst als Richter gewählt. Und ich frage trotzdem mal pro forma, ob Sie die Wahl annehmen. Ruben, wo ist Ruben? Ah, okay, alles klar. Ja, damit ist die Wahl beendet. Und wir kommen gleich zum nächsten Wahlgang, hoffentlich dann der letzte. Ah, ja, das ist immer dasselbe, also doch nicht der letzte. Also, es geht um die Ersatzschiedsrichter, wir müssen auch noch zwei Ersatzschiedsrichter wählen. Ja, das sind zwei getrennte Wahlgänge. Bedankt euch bei der Schiedsgerichtsordnung des Bundes. Ich bitte um Kandidatenvorschläge und eröffne die Kandidatenliste für die Wahl zum Ersatzrichter. Das musst du schon bestätigen. Also, da stelle ich kurz vor, deinen Namen nur. Ja, mein Name ist Marcel, ich habe mich im Wiki eingetragen als Ersatzrichter. Den Nachnamen noch. Achso, Marcel Hänselin, ja. Ich bin kein Jurist. Nee, noch keine Vorstellung, nur einfach eine Kandidaturerklärung. So, weiter, wir brauchen noch... Ich interpretiere, dass auch der Klaus Mannhenke auch für den Ersatzschiedsrichter kandidiert hat. Er hat das nicht genau ausspezifiziert, also würde ich ihn auch als Ersatzschiedsrichter auf die Liste setzen. Ich schlage den Püt oder auch Jan Leutert vor. Jan Leutert? Ja, hat Jago wohlgesagt. Okay, es war am Telefon, aber... Weitere Vorschläge? Also, du kandidierst als Ersatzschiedsrichter. Okay, Jan Leutert kandidiert. Den Klaus bitte vom letzten Mal auch noch aufnehmen. Gut, weitere Kandidaten? Ich würde Eike Busche vorschlagen. Wer sagt das? Er ist kein Mitglied der Versammlung. Ach. Aber vielleicht will ja die vorgeschlagene Person trotzdem kandidieren. Ich habe gerade gefragt, ob es den Vortrag verlangt ist. Gut, also dann nicht. Gut. Gut. Weitere Kandidaten, bevor ich die Kandidatenliste schließe? Wer ist mit IC Wiener? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Das, was du gesagt hast, habe ich nicht gesagt. Scheint ja nicht der Fall zu sein. Gut, letzter Aufruf. Sonst schließe ich die Kandidatenliste. Wer jetzt noch was sich aufstellen möchte, der muss das klar und deutlich zu erkennen geben. Das scheint nicht der Fall zu sein. 1, 3, 2, 1, 0. Die Kandidatenliste ist geschlossen. Hey. Du hattest doch schon, dachte ich. Na gut, okay. Dann sag nochmal. Ich schlage die Kia vor. Kia? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Sie will nicht. Okay. Eindeutige Willensbekundung. Jetzt muss ich alles nochmal von vorne. Zum dritten. Okay, jetzt endgültig letzter Aufruf. 3, 2, 1, 0. Die Kandidatenliste ist geschlossen. So, ich bitte die Kandidaten nochmal, sich vorzustellen. Marcel? Ja, dann nochmal. Marcel Hänselin. Bin kein Jurist. Ich habe die Piratenpartei so kennengelernt als Mitmachpartei. Und da habe ich überlegt, wo kann ich am besten mitmachen. Und ich denke, ich habe ein sehr gutes Rechtsempfinden. Und komme auch mit Gesetzestexten relativ gut klar. Und deswegen habe ich gedacht, als Ersatzrichter, das wäre was für mich. Und deswegen bin ich hier. Ja, wie habe ich gestern angefangen? Mein Name ist Jan Leuthel, ich bin 30 Jahre alt. Nein, also ich bin immer noch derselbe wie gestern und vor letztes Jahr und das Jahr davor. Ich habe jetzt zwei Jahre lang Landesschiedsgericht gemacht als Vorsitzender Richter. Ja, der Ersatzrichter kommt ja eh nur zum Tragen, wenn einer von den Schiedsrichtern befangen ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht am Verfahren teilnehmen kann. Das war bisher erst einmal in den zwei Jahren der Fall. Ich würde mich da zur Verfügung stellen, kann aber dann trotzdem auch noch beratend tätig sein am Schiedsgericht und so weiter. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt. Hallo, Entschuldigung, ich bin der Klaus Mann Henke, ich bin 46 Jahre alt und bin beim Arbeitsgericht in Gießen ehrenamtlicher Arbeitsrichter sozusagen für die Arbeitnehmerseite. Und habe von daher ein bisschen Erfahrung von, ich sag mal, Recht und Vorgehensweisen und stelle mich deshalb für das Schiedsgericht zur Verfügung. Danke. Alles klar, dann läuten wir die Fragerunde an die Kandidaten ein. Wer hat eine Frage an die Ersatzschiedsrichterkandidaten? Es gibt jetzt die Möglichkeit zu stragen, hinterher könnt ihr dann nicht sagen, ihr hättet nicht die Möglichkeit gehabt. Aber wenn die Vorstellungen soweit umfangreich und ergiebig waren, dann schließe ich hiermit auch wieder die Fragerunde. Also wenn jemand noch die Chance nutzen möchte, 3, 2, 1, die Fragerunde ist geschlossen. Und wir machen weiter mit dem Wahlgang und dem Ernst. Aha. Das habe ich gehört. So, ihr kennt ja inzwischen das Prozedere. Auch wenn es erstaunlicherweise immer noch bei jedem Wahlgang mindestens zwei Personen schaffen, falsch abzustimmen. Da auch wieder Leute den Stimmzettel 10 eingeworfen haben beim letzten Wahlgang, wird der jetzt einfach mal gestrichen. Wir kommen zu Stimmzettel 11. Das hat mit Analfabetismus nichts zu tun. Das hat was mit Verständnis zu tun. Ja, die Namen bitte nochmal einblenden. Also Stimmzettel 11. Ich bitte darum, die Wahlhelfer sich wieder an die Wahlurnen zu begeben. Wenn Wahlurnen fehlen, dann bitte nochmal schauen, wo die abgeblieben sind. So, hier vorne sehe ich meine Wahlhelfer versammelt jeweils. Hinten sieht es noch ein bisschen dünn aus. Jetzt wird es besser. Okay. Alles klar, überall sind zwei Wahlhelfer. Ich bitte das entsprechende Streaming und so Sachen zu beachten, was da wie üblich eingeschaltet oder nicht eingeschaltet wird. Ich bitte die Wahlhelfer, die Wahlurnen vorzuzeigen, dass sie leer sind. Gut, dann bitte ich euch, die Wahlurnen wieder zu schließen. Gut, dann bitte ich euch, die Wahlurnen wieder zu schließen und eröffne den Wahlgang. Gut, dann bitte ich euch, die Wahlurnen wieder zu schließen. dass keine Wahlzettel aneinander kleben, wenn er sie einwerft. Das ist halt schon öfter vorgekommen. Bitte keine handschriftlichen Notizen auf den Wahlzettel machen. Ja, auch du, Jürgen. Und Musik, wo ist die Musik? Letzter Aufruf zur Wahl. Wer jetzt noch nicht gewählt hat, bitte sich zur Urne begeben. Zu den Urnen. Wahrscheinlich der Fall zu sein. Doch? Okay, alles klar. Immer dieselben. Kaum in Amt und Würden. So, letzter Aufruf. Bewegt euch bitte zu den Urnen. Drei, zwei, eins, null. Wahlgang ist geschlossen. Was ist die? Ja, ich bin da nicht. Moin zusammen. Eine Frage. Ist jemand vielleicht auf dem Weg nach Hanau, wenn der Landesparteitag zurück ist, vorbei ist, ja? Mit Auto und... Also ich brauche ein Auto und einen Kofferraum, was sich nach Hanau bewegt und in dem ich nicht sitzen drin muss. Gut, wir haben jetzt noch zwei Tagesordnungspunkte im Bereich Wahlen. Das ist die Wahl der Vertrauenspiraten und das ist die Vertretung Hessens im Bundesfinanzrat. Das wären jetzt die beiden Tagesordnungspunkte, die noch kommen. An der Stelle übergebe ich die Versammlungsleitung jetzt nochmal an den Jan. Dann haben wir diesmal noch einen Verlierer und zwar der Fahrer des Wagens FMA. Die Nummer habe ich... 336, der steht in der Feuerwehrzufahrt und möge sein Fahrzeug bitte schnellstmöglich entfernen. Ich sitze vor einem Macbook. Brauscher, könntest du mal den Kanal 7, 8 zumachen? Danke. Man weiß halt, wo das Brummen herkommt. So, wir kommen zu... Ich rufe den Tagesordnungspunkt Wahl der Vertrauenspiraten an auf. Da gibt es einen Antrag. Ja, ich möchte beantragen, dass die Versammlung Vertrauenspiraten wählt, sofern welche zur Verfügung stehen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass die Vertrauenspiraten Ansprechpartner für alle Piraten sind, auch in den Fällen, dass es Konflikte mit Mitgliedern zum Beispiel des Vorstands geben könnte. Wenn die Versammlung die Vertrauenspiraten direkt wählt, hat das auf jeden Fall den Vorteil, dass sie nicht vom Vorstand beauftragt sind und diesem deshalb nicht direkt unterstehen und deshalb auch eine unabhängigere Position haben, wenn es darum geht, Konflikte mit Vorstandsmitgliedern zu verhandeln. Gut. Das ist ein sonstiger Antrag. Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es zu diesem sonstigen Antrag Redebeiträge? Stimmt, Meinungsbild. Gut, wer würde diesem Antrag zustimmen, wer das mit Ja beantworten kann? Die blaue Karte, dann ansonsten die rote Karte. Vielen Dank. Ohne Stimmkarte kann ich es leider nicht... Ich weiß, wie du abgestimmt hättest, aber trotzdem geht das Meinungsbild sehr positiv aus. Gut, dann kommen wir zu Fragen und Wortbeiträgen. Frage? Einfache Verständnisfrage. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der Vorstand ja auf der letzten Vorstandssitzung zwei Vertrauenspiraten bestimmt. Das heißt, also wenn ich den Antrag jetzt richtig verstehe, dann geht es darum, dass die beiden jetzt keine Vertrauenspiraten mehr sind, sondern dass Vertrauenspiraten generell vom LPT gewählt werden und wir die jetzt neu wählen. Habe ich das richtig verstanden? Julia, zur Beantwortung? Soweit ich weiß, wollte der Vorstand ohnehin das Amt der Vertrauenspiraten nochmal neu ausschreiben. Ich würde den Vorstand aber bitten, vielleicht kurz dazu Stellung zu nehmen, ob meine Information da richtig ist. Also ich weiß nicht, ob Tumay irgendwo hier ist, der ja sowohl alter als auch neuer Vorstand ist. Ich rufe den Landesvorstand in den Saal, den Vorsitzenden oder den stellvertretenden Vorsitzenden, den politischen Geschäftsführer. Wir haben einen Schatzmeister, dann nehmen wir halt den. Lothar, ich möchte dich aber persönlich bitten, das jetzt nicht der Vertrauenspiraten, die Kosten dafür aufzurechnen. Nein, bitte einmal kurz dazu Stellung nehmen. Ach, Tumay ist auch da. Herr Wendt, ich kann mich Tumay dann korrigieren. Aber es war geplant, dass wir Vertrauenspiraten erstmal ausschreiben. Aber dass damit die Anzahl Vertrauenspiraten nicht festgelegt ist. Sondern dass wir eigentlich froh sind, wenn es eine möglichst große Gruppe ist. Und es sollte auch die Option geben, dass der Landesparteitag auch welche wählt, weil das ja, Vertrauenspiraten benötigen ja erstmal Vertrauen der Mitglieder. Tumay? Ich muss gestehen, ich habe die Frage nicht mitbekommen. Ob der Landesvorstand den Posten des Vertrauenspiratens aneut ausschreiben möchte. Also nochmal eine Ausschreibung für Vertrauenspiraten. Bitte? Also ich würde ganz kurz Tumay, ich nehme da kurz das Wort weg. Ich bitte die Fragestellerin dann nochmal die Frage explizit zu stellen. Also um meinen Antrag zu konkretisieren, ich möchte mit der Wahl der Vertrauenspiraten auf dem Landesparteitag nicht die vom Vorstand benannten Vertrauenspiraten ersetzen, sondern zusätzliche wählen lassen. Also grundsätzlich bin ich absolut dafür, und das haben wir ja, wie der Lothar gesagt hatte, mit der Ausschreibung der Vertrauenspiraten gesagt, das ist kein einmaliger Vorgang, sondern wir wollten das durchaus auch weiter fortführen. und ich habe allerdings ein Problem, wenn wir jetzt hier anfangen, Vertrauenspiraten auf dem LPD zu wählen, weil wir hatten in dem Rahmen der Ausschreibung, die wir gehabt hatten, klare Anforderungsprofile gehabt. Wir haben Interviews geführt persönlich. Wir haben uns dann auch im Rahmen der Vorstandssitzung offen diskutiert und ausgetauscht. Wenn wir das jetzt hier anfangen einzuführen, setzen wir einen Präzedenzfall. Dann werden wir unter Umständen zukünftig nicht nur Wahlen haben von, weiß nicht, Vorständen, dann haben wir von Vertrauenspersonen, dann haben wir noch vielleicht Presse, dann haben wir noch alle möglichen anderen Sachen. Ich würde euch darum bitten, uns als Vorstand an der Stelle, weiß nicht, das zu vertrauen, dass wir im Rahmen jetzt, wenn wir unsere Arbeit aufnehmen, schnellstmöglich eine neue Ausschreibung machen, um wieder Vertrauenspiraten dann, die sich bewerben können und das dann sozusagen außerhalb jetzt des LPTs wieder in dem gleichen Verfahren mit dem Anforderungsprofil, mit persönlichen Interviews dann auch dann durchzuführen und dann hat jeder hier, nicht nur hier, sondern in Gesamthessen die Möglichkeit, sich auch zu bewerben und wir werden das zeitnah machen. Darum geht es halt dann. Gut, vielen Dank. Ich bitte den Patrick Rauscher, checkt mal das Orga-WLAN bitte. Dann nächste Frage. Nee, Wortmeldung. Ja, das ist jetzt schon zum zweiten Mal von Julia als Amt bezeichnet worden. Wäre das dann ein Amt in dem Sinne, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bewerben würde, dass ich dann mein Amt als Kreisvorsitzender aufgeben müsste? Da kann ich dir die Satzungseinschätzung geben. Nein, weil die Vertrauensperson ist eine Beauftragung, die vom Bundeslandesparteitag in dem Fall ausgesprochen werden würde und kein Amt im Sinne der Satzung, da die Satzung Ämter definiert, als Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden, Schatzmeister, Generalsekretär, politischen Geschäftsführer sowie Schiedsgericht. Bitte. Ach, übrigens Kassenprüfer habe ich vergessen. Und 0 bis 4 Beisitzer. Ich würde noch ganz kurz eine Sache nachschieben wollen. Und zwar, die Vertrauenspiraten haben wir bisher nicht irgendwie behindert, also jeder, der sich dafür geeignet fühlt, behindert, das auch zu machen. Es gab das Einzige, wo wir gesagt hatten, die Leute sollten halt schon ein bisschen eben Vertrauen gewonnen haben oder auch bekannt sein. Deswegen hatten wir zum Beispiel eine Person beim letzten Mal darum gebeten, vielleicht erst mal noch mal ein bisschen mehr reinzuschnuppern. Und ansonsten gibt es vom Vorstand, also ich wage das jetzt mal hier für alle zu sagen, keinerlei Behinderung. Also wer hier was machen will, soll gerne das tun dürfen. Dein nächster Redebeitrag bitte. Ja, ich bin ja einer von diesen beiden Vertrauenspiraten, deswegen möchte ich jetzt gerade dazu auch noch was sagen. Wir wären um eine Verstärkung des Teams, da spreche ich jetzt glaube ich auch im Namen von Reinhard, wären wir absolut dankbar. Insbesondere wäre es schön, wenn auch eine Frau dabei wäre, weil es natürlich bestimmte Situationen gibt, wo sicherlich ein weiblicher Ansprechpartner, also eine Ansprechpartnerin gesucht wird. Aber auch sonst hat eine Vergrößerung des Teams natürlich erkennbare Vorteile. Es gibt für Leute, die jemanden ansprechen möchten und sie finden jetzt nur einen Vertrauenspiraten vor, mit dem sie persönlich nicht können und der andere sitzt bei ihnen am Stammtisch. Gibt es vielleicht ein situatives Problem und so. Insofern wäre statt zwei irgendwie mindestens mal so drei, vier, fünf zu haben, auf jeden Fall wünschenswert. Ich halte allerdings den Landesparteitag dafür, ehrlich gesagt, für vollkommen ungeeignet, weil hier können sich Leute für wenige Minuten vorstellen und die haben jeweils einen Kreis, der sie kennt. Dieser Kreis von Leuten kann die Person gut beurteilen und wird ihr vielleicht eben Vertrauen schenken, weil sie dort gut bekannt ist. Aber dem Großteil der Leuten wird diese Person nicht über einen Eindruck von Integrität oder sowas bekannt sein, sondern nur über eine wenige Minuten dauernde Rede. Das ist viel weniger als jetzt bei den Bewerbungsgesprächen mit dem Vorstand passiert ist. Insofern, und das finde ich eine ganz unglückliche Grundlage dafür. Ich würde dich bitten, deinen Gedanken zu Ende zu führen. Das empfinde ich als eine ganz unglückliche Grundlage dafür, letztlich eine Vertrauensansprechperson zu sein. Insofern bitte ich, diesen Antrag zumindest abzulehnen. Und ja. Gut, vielen Dank. Brauscher, du arbeitest an dem Problem mit dem Tool? Danke. Dann nächstes Wortbeitrag. Ja, ich halte den Landesparteitag für sehr geeignet, über Vertrauenspersonen abzustimmen. Denn auch wenn es kein Amt ist, sondern nur eine Beauftragung, letzten Endes haben wir gehört, es geht auch darum, im Zweifelsfall Konflikte mit Mitgliedern und dem Vorstand zu lösen. Und von daher ist das für mich so etwas Ähnliches wie eine Kassenprüfung. Ich vertraue dem Vorstand, aber die Kassenprüfung beauftragt trotzdem nicht der Vorstand, sondern das macht der Landesparteitag. Also von daher fände ich ein unabhängiges Gremium, das diese Vertrauenspersonen wählt, fände ich besser. Vielen Dank. Der nächste Redebeitrag, bitte. Ich würde gerne die Christiane Busche vorschlagen. Ich weiß, dass sie beruflich damit zu tun hat und dass sie von der Ausbildung her geeignet ist und auch menschlich geeignet wäre aus meiner Sicht. Also ich schlage sie vor. Ich möchte übrigens die Redebeiträge darauf hinweisen, dass wir gerade zum Antrag sprechen und nicht zu Vorschlägen. Der nächste, bitte. Ich wüsste gerne, ob das zutrifft, was die Julia gesagt hat, dass sich die Vertrauenspiraten an den Vorstand gebunden fühlen. Weil wenn das nicht so wäre, wäre ihr Antrag eigentlich hinfällig, finde ich. Gut, Christian als einer der Vertrauenspersonen, kannst du die Frage beantworten für dich? Ob du dich an den Vorstand gebunden fühlst? Nein, also ich fühle mich keineswegs an den Vorstand gebunden. Ich muss übrigens auch eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen in dieser Beauftragung, die natürlich, also was jetzt Namen von Beteiligten oder erkennbare Merkmale von Beteiligten betrifft, genauso gegenüber dem Vorstand gilt. Gut, vielen Dank. Nächste Frage. Ich wollte jetzt auch noch mal fragen, was sind die konkreten Aufgaben von so einem Vertrauenspiraten dem Vorstand gegenüber? Und was wäre eine konkrete Situation, wo es, ich sage mal, ausgenutzt werden könnte, von irgendeinem Vorstandsmitglied jetzt einen bestimmten Vertrauenspiraten zu wählen? Weil ich kann mir im Moment keine solche Situation wirklich vorstellen. An wen richtet sich denn eine Frage? An den Antragsteller. Die Vertrauenspiraten sind Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen in Fällen von Konflikten innerhalb des Landesverbands. Sie können zum Beispiel eine Vermittlung anstreben. Wie gesagt, sie sind der Verschwiegenheit verpflichtet. Ich möchte noch mal deutlich machen, weil das jetzt häufiger gekommen ist, dass ich diesen Antrag nicht stelle, weil ich dem Vorstand in irgendeiner Form misstraue. Ich glaube nicht, dass eine gezielte Benennung von ungeeigneten Kandidaten stattfinden würde, wenn der Vorstand diese direkt beauftragt, sondern dass es psychologisch einen Unterschied macht für eine Person, die von einem Konflikt betroffen ist. Zum Beispiel gegenüber einem Vorstandsmitglied, sich an eine unabhängig gewählte Person zu wenden mit ihrem Problem oder an eine Person, die von eben diesem Vorstand beauftragt ist. Also ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass der Vorstand über seine Beauftragung gezielt so eine Situation manipulieren würde. Aber ich glaube, dass die Hemmschwelle, sich an eine Vertrauensperson zu wenden, wenn es um einen Vorstandsmitglied geht, bei einem unabhängig gewählten Vertrauenspiraten geringer wäre. Ja, ich finde es ein bisschen umständlich, ein bisschen merkwürdig, jemanden wählen zu wollen, dem man dann vertrauen soll. Also für mich macht das irgendwie keinen großen Sinn. Also ich glaube auch nicht, dass der Vorstand so drauf ist, wir bestimmen jemanden, dem ihr jetzt vertrauen sollt, sondern da melden sich Leute, die sagen, okay, ich bin vertrauenswürdig, schätze das ähnlich ein und dann wird der Vorstand sagen, ja, überleg dir das nochmal, ich kenne keiner oder irgendwas in der Art. Aber ich würde zu keinem gehen, der gewählt wird, weil man ihm vertrauen soll, sondern ich gehe zu Leuten, denen ich vertraue. Gut, vielen Dank. Wenn ich bei dir ein Ad machen will, dann schließt sich der Browser. Nee, ich habe die Frage, ich muss ein Ad machen, wie geht denn das? Ja, okay. Apfel L? Okay, danke. Dann bitte dran. Gut, dann mache ich es kurz. Nochmal ein Schlusswort auf den letzten Redebeitrag. Wie gesagt, das wäre eine Erweiterung des Teams. Eine Mehrheit wäre natürlich erforderlich, das heißt zumindest eine Mehrheit der Piraten, die hier anwesend sind, würde dieser Person vertrauen, aber natürlich stünde es dir weiterhin frei, dich an einen der beauftragten Vertrauenspiraten zu wenden, wenn du das möchtest. Das würde nur den Mitgliedern mehr Möglichkeiten eröffnen. Gut, dann der nächste Wortbeitrag, bitte. Also ich glaube, die Möglichkeiten ergeben sich dann, wenn sich genügend Leute finden, die sich als Vertrauenspersonen bereit erklären. Die muss man nicht wählen. Also eine gewählte Vertrauensperson ist immer noch recht sinnlos in meinen Augen. Entweder man vertraut denen oder man vertraut denen nicht. Meistens sind es die Leute aus dem Kreisverband, wo man hingeht, okay, wie Michael zum Beispiel, da gehe ich hin und sage, wie sieht es denn aus, ich habe ein Problem und dann klären wir das. Und das sind dann so interne, nicht gewählte Vertrauenspersonen. Aber eine Wahl, eine Wahl einer Vertrauensperson finde ich immer noch ziemlich sinnlos. Ich weiß, dass ich ein ziemlich breites Kreuz habe und im Prinzip keinen Vertrauenspirat gegenüber dem Vorstand brauche. Aber ich weiß, dass es auch andere Leute gibt. Und jetzt kommt mein Problem mit diesen Vertrauenspiraten. Was ist genau dieses Problem, wenn ich als Betroffener, der sich alleine nicht traut, niemand hat, dem ich von diesen Vertrauenspiraten, die ich nicht vertrauen kann eigentlich. Warum besteht dann nicht die Gefahr, dass jemand, dem ich vertraue, der das auch machen würde, es dann nicht machen darf, weil er ja kein beauftragter Vertrauenspirat ist? Kann nicht jeder von uns der Pirat eines anderen vertrauend sein, der sich entsprechend auch beim Vorstand gegenüber den Betroffenen einsetzt. Die Frage ist, brauchen wir denn wirklich exponierte Leute, die sowas machen? Und resultiert daraus nicht die Gefahr, dass der Vorstand dann andere Leute einfach ablehnt? Die Frage sollte sich jeder mal vergegenwärtigen und für sich selber beantworten. Danke. Gut, vielen Dank. Du möchtest von dem Recht gebrauchen, dich zu Wort zu melden. Da in diesem Wortbeitrag ja eine Frage versteckt war, was ist der Unterschied zwischen ich wende mich an eine mir befreundete Person und ich wende mich an einen Vertrauenspiraten. Also es wurde gerade zum Beispiel schon erwähnt, die Verschwiegenheitserklärung, die unterschrieben wird. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn ich mich an eine befreundete Person wende, dass die meinen Wunsch auf Vertraulichkeit respektiert. Aber in diesem Fall ist sie mir garantiert und das macht schon einen Unterschied. Ja, ich war, als es um den Antidiskriminierungsbeauftragten ging, habe ich sehr dagegen gewettert, so jemanden einzuführen, weil es einfach nicht zu machen ist, einen Katalog von Taten oder Nicht-Taten aufzustellen. An denen man eine Diskriminierung abgrenzt. Bei den Vertrauenspiraten, mit denen bin ich eigentlich sehr einverstanden. Allerdings möchte ich hier mal zu Bedenken geben, dass ich von einem Piraten erwarte, dass er für seinen nächsten Piraten und nicht nur für den ein Vertrauenspirat ist. Wir haben also in Hessen 2060 Vertrauenspiraten, wenn es nach mir ginge. Danke. Ja, es steht ja jedem frei, sich den auszuwählen, mit dem er sprechen möchte. Aber Knut hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Wir brauchen halt auch, sage ich mal, einen offizielleren Charakter für Leute, die sich halt nicht trauen. Und die Vertrauenspiraten, ob es jetzt zwei vom Vorstand beauftragt sind und noch zwei zusätzliche vom Landesparteitag beauftragt werden, sind für alle nur ein Angebot. Wer es wahrnehmen möchte, darf es gerne wahrnehmen, kann sich vertrauensvoll an sie wenden, weil sie zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Es hat etwas offiziellen Charakter, gerade wenn es um zwischenmenschliche Konflikte und so weiter geht. Und das ist, wie gesagt, ein Angebot, was wir den Mitgliedern als Landesverband geben. Bitte der Nächste. Übrigens bitte ich auch, ich weiß, ihr freut euch auf die Waffeln, aber macht es leise. Danke. Danke. Also ich finde die Idee mit dem Vertrauenspiraten gut. Ich finde es gut, dass es der Vorstand etabliert hat und ich vertraue meinem Vorstand, dass er nicht irgendeinen Vertrauenspiraten ablehnt, weil ihm die Nase nicht passt oder so, sondern wenn, dann weil er halt nicht geeignet ist für das Amt. Und wenn irgendwo ein Fall aufkommen soll, dass jemand sagt, ich bin perfekt ausgebildet und wäre der Vertrauenspirat, aber dieser Vorstand hat mich abgelehnt, dann vertraue ich darauf, dass ich da sofort auf der PPH drüber lesen würde. So. Ich sehe also keinen Sinn darin, unsere Zeit hier damit zu verschwenden, hier irgendjemanden zu wählen. Zumal ich auch nochmal sagen muss, hier wird sich irgendjemand aufgestellt, den ich nicht kenne. Dann kann ich, was kann ich da tun, um festzustellen, ob ich bin da überhaupt nicht geeignet zu, jetzt zu beurteilen, ob irgendeiner der Anwesende als Vertrauenspirat geeignet ist. Dazu würde ich mich mit ihm abstimmen wollen. Das heißt, ich sage, bitte lasst uns das hier sein lassen und nicht über diesen, also legt den Antrag ab. Das Vorstand soll das machen. Der nächste Wortbeitrag, bitte. Ich wollte einfach nochmal kurz so den aktuellen Stand ein bisschen zusammenfassen. Soweit ich das verstanden habe, ist ja erstmal ein Konsens da, dass es besser mehr Vertrauenspiraten geben sollte, als weniger. Das hat jetzt aber auch erstmal nichts mit dem Antrag zu tun, weil mehr kann ja auch der Vorstand beauftragen, schlicht und einfach. Dann ist ja scheinbar die Intention von dem Antrag, dass der Vorstand einfach unabhängiger ist, darin zu so einem Vertrauenspiraten hinzugehen. Und wir haben ja eben schon von den Vertrauenspiraten gehört, dass die jeder eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben mussten, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, es gibt ja schon mal zumindest einen Versuch, dem Vorstand diese Hürde irgendwo zu nehmen. Das heißt, für den Antrag spricht, dass diese Hürde vielleicht noch ein bisschen gesenkt wird, Vorstandsmitgliedern gegenüber. Und gegen den Antrag spricht meiner Meinung nach, dass es halt wieder unheimlich viel Zeit auf Landesparteitagen kostet. Wenn wir schlicht und einfach mal wieder zählen, wie lange wir jetzt schon wieder hier drüber diskutieren, es kostet halt einfach Zeit. Und wir haben ja jetzt auch schon unheimlich viele Ämter gewählt. Ich denke, ihr könnt es alle nachvollziehen. Und im Moment, also zwischen diesen beiden Sachen müssen wir, denke ich, einfach abwiegen. Wollen wir diese Zeit auf den LPTs, wollen wir die opfern dafür, dass der Vorstand vielleicht einfach eine niedrigere Hürde hat, zu diesen Vertrauenspiraten hinzugehen. Ich bitte dich zum Ende zurück. Ja, danke schön. Danke. Christian? Also die Zeit, finde ich, sollte man sich jetzt auch an so einer Stelle schon nehmen. Wir haben genug, auch ein verdammt nochmal soziale Probleme im alltäglichen Umgang miteinander im Landesverband, als dass eine Vertrauensinstanz durchaus mal ein paar Minuten Aufmerksamkeit ziehen darf. Und die Frage, wie die Mitgliedschaft dazu steht. Ich habe übrigens, als Tumai vorhin nicht wusste, zu welcher Frage er hier Stillung nahmen soll, dann deswegen, weil ich mit Tumai gerade draußen war und wir haben darüber gesprochen, dass jetzt irgendwie eine neue Beauftragungsrunde rausgegeben werden soll. Ich wollte noch eine Sache zu etwas sagen, was Knut gesagt hat, nämlich, dass er erwartet, dass der Vertrauenspirat neutral sein muss, damit er sich auch beim Vorstand für eine Person einsetzen kann. Nein, das ist überhaupt kein bisschen die Aufgabe des Vertrauenspiratens, sich beim Vorstand für jemanden einzusetzen. Der Vertrauenspirat ist ein Ansprechpartner, dessen Funktion zunächst mal nur zwischen dem, der ihn anspricht und dem Vertrauenspiraten besteht. Wenn ich zum Vorstand gehe und mich für jemanden einsetze, das kann ich unter Umständen tun, aber dann muss derjenige mich zum Beispiel erst mal von meiner Verschwiegenheitserklärung entbinden. Solange er das nicht tut, werde ich mich für gar nichts einsetzen. Und das genau ist eine wesentliche Qualität des Vertrauenspiratens, das er weiß, das bleibt jetzt erst mal hier in diesem Gesprächskreis. Gut, vielen Dank. Das war der 15. Redner, damit wird die Rednerliste geschlossen. Wer jetzt noch auf die Rednerliste möchte, möge sich bitte jetzt erkennbar Richtung Mikrofon bewegen. Das ist nicht der Fall. 3, 2, 1, 0. Und damit endet die Rednerliste hinter Bernd. Und deine 15 laufen eh wieder von vorne. Wir haben hier natürlich einen gewissen Widerspruch. Wir sind beauftragt zum Vertrauen. Vertrauen ist natürlich etwas, was nicht institutionell beauftragt werden kann. Das sehe ich auch so. Warum mache ich das trotzdem? Ich finde Konflikte und Auseinandersetzungen wichtig. Oder sagen wir Konflikte dann wichtig, wenn sie zu einer Auseinandersetzung führen und man sich in dieser Auseinandersetzung auch wieder zusammensetzt. Was ich erlebe, ist, dass sehr viele Konflikte auf eine persönliche Ebene kommen und auf dieser persönlichen Ebene dann überhaupt nicht mehr produktiv sind. Sondern letzten Endes schaden und zwar den Personen, die daran beteiligt sind und letzten Endes der ganzen Sache. Und das ist der Grund, warum ich mich dann institutionalisiert einfach bereit erkläre und wie das die Vorredner gesagt haben, das ist ein Angebot, ein Angebot, das man wahrnehmen kann. Man muss es aber nicht, denn Vertrauen ist, wie gesagt, nicht institutionalisierbar. Und jeder der Piraten ist Vertrauenspirat. Das sehe ich auch so, wenn er in Anspruch genommen wird. Bei meinem Angebot ist es einfach, dass bestimmte Rahmenbedingungen dazu erfüllt sind, wie zum Beispiel Vertrauenserklärung und auch eine gewisse Professionalität, weil ich eben eine Ausbildung in dem Bereich habe. Aber grundsätzlich ist natürlich jeder befähigt, Vertrauenspirat zu sein, wenn er in Anspruch genommen wird. Gut, vielen Dank. Ich möchte noch einmal um Ruhe bitten und der nächste Redner. Das erinnert mich so ein bisschen an den Klassensprecher in der Schule. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder der Lehrer hat gesagt, Christiane wird jetzt Klassensprecherin oder die Schüler haben den gewählt und das war meistens nicht der Beste in der Schule, sondern der, der am lautesten seinen Maul aufgerissen hat. Punkt eins. Punkt zwei ist, ein Vertrauenspirat ist da für jemanden, glaube ich, der sich vielleicht auf einer gewissen Ebene, wenn er auch angegangen wird, persönlich, nicht selbst wehren kann oder möchte. Ich habe jetzt kein Problem damit. Ich werde keinen Vertrauenspiraten brauchen, weil ich kann sagen, hör mal, du gehst mir gerade auf den möchte ich jetzt nicht sagen und kann das Thema selbst klären. Aber ich bin mir sicher, in der Vielfalt der Piratenpartei gibt es eben einige, die in mancher Situation einen Vertrauenspiraten gerne hätten und zwar den, den sie gewählt haben und nicht den, der der Vorstand vor die Nase setzt. Und dann, gut, Werner hat sie zurück und dann Julia zum Abschluss. Gut, Abschlussstatement, ich wollte noch mal ein Missverständnis aufklären. Also ja, was du gesagt hast, ein Vorstandsmitglied, das sich an die Vertrauenspiraten wendet, ist die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, ein Basismitglied, das sich mit einem Vorstandsmitglied im Konflikt befindet, könnte sich an die Vertrauenspiraten wenden wollen. Und es tut mir auch ein bisschen leid, dass diese Diskussion jetzt eine gewisse Zeit gekostet hat. Ich habe mir das gut überlegt. Ich halte es für wichtig, dass wir das hier diskutieren, weil es viele zwischenmenschliche Konflikte im Landesverband gibt und diese Konflikte sehr, sehr viel Zeit binden, Motivation binden und Menschen von der Arbeit abbringen. Und ich denke, diese Möglichkeit, dass es von der Basis gewählte Vertrauenspiraten gibt, ist eine weitere Möglichkeit, ein allweiteres Angebot, um solche Konflikte auszuräumen und Piraten auch wieder für die politische Arbeit freizumachen. Dankeschön. Gut, GO-Antrag auf. Ja, GO-Antrag auf. Was willst du denn? Sag es. Basinga. Okay, GO-Antrag auf Basinga. Für die, die es nicht, also für die, die sich jetzt wundern, was Basinga ist, kleiner Tipp, das nächste Mal lese die Geschäftsordnung, weil das ist mal wieder was Verstecktes. Ich rufe dann den Antrag SPSES auf. Stein, Papier, Schere, Echse, Spock. Die Regeln sind eigentlich total simpel. Wer es nicht kennt, jetzt, die Regeln sind total simpel. Spock schlägt Stein, Spock schlägt Schere, Stein schlägt Echse und Schere, Papier schlägt Spock und Stein, Echse schlägt Spock und Papier und Schere schlägt Echse und Papier. Habt ihr das soweit verstanden? Dann bitte jetzt mit eurem Tischnachbarn eine Runde Spock, Echse, Stein, Papier, Schere spielen. Spock, Echse, Schere, Echse, Echse, Ja, Ha, gewonnen! So, wer hat bei euch gewonnen? Alle mal die Hand heben, die gewonnen haben? Gut, alle die Hand heben, die es verstanden haben? Hier, Leute, wir sind in der Nerdpartei, das muss doch eigentlich Grundkenntnisse von allen sein, ja? Gut, wir kommen wieder zurück zum Antrag, wo ist er? Vertrauenspirat. Das ist der. So, und jetzt kommen wir zur Abstimmung des Antrags. Argumente wurden ausgetauscht und wir beschließen jetzt den sonstigen Antrag. Der Landesparteitag wählt zusätzlich zu dem von Vorstand benannten Vertrauenspiraten weitere Vertrauenspiraten in Wahl durch Zustimmung. Wer für den Antrag ist, hebt die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Wird angenommen. Wird angenommen. Und ich gebe an den Wahlleiter zum Essen des Kekses und zur Verkündung der Ergebnisse. Genau. Nicht die Ergebnisse zur Wahl des Vertrauenspiraten. Die haben wir ja noch nicht. Wahl des Ersatzschiedsrichters. Wir haben 96 abgegebene Stimmen, davon 89 gültige, also sieben ungültige. Es fehlen eigentlich nur noch Blümchen auf den Wahlzetteln, dann haben wir eigentlich schon alles gehabt. Ja, die Option 1, Marcel Hänselin hat 56 Stimmen bekommen, das sind 62,92 Prozent. Die Option 2, Jan Leutert, hat 59 Stimmen bekommen, das sind 66,29 Prozent. Und Klaus Mannhenk in Abwesenheit hat 60 Stimmen bekommen, das sind 67,42 Prozent. Das heißt, Jan Leutert und Klaus Mannhenke sind Ersatzschiedsrichter. Jan, nimmst du an? Ja. Der Klaus hat beschrieben... Entschuldigung, also... Ach, der ist ja später dazugekommen, das hatte ich dann gar nicht mitbekommen, alles klar. Gut. Ja, dann nimmst du auch an, gehe ich mal davon aus. Gut. So, damit ist die Wahl beendet. Gut, dann machen wir weiter mit der Wahl der Vertrauenspiraten. Gibt es Kandidaten zur Wahl zu den Vertrauenspiraten? Sebusch? Was? Wer? Kevin Kulina? Der hebt den Zeigefinger und sagt nein. Kia? Dann komm hoch. Bernd, du auch? Wer noch? Tut mir leid, deinen Namen kenne ich nicht. Christiane, denen fällt? Busche. Dann bitte auch hoch. Noch weitere Kandidaten oder Vorschläge? Christian, der ist ja schon vom Vorstand benannt, das geht ja zusätzlich zu den vom Vorstand benannten. Gibt es weitere Vorschläge oder Kandidaten? Bastian Zapf. Dann komm hoch. Stefan Stefan Stefanowski? Stefan, du wurdest vorgeschlagen. Er lehnt ab. Weitere Vorschläge oder Kandidaten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Letzter Aufruf. Drei, zwei, ich bitte in Ruhe. Da ist noch eine Meldung. Neben dem Christoph Hampe. Eduard, hast du dich gemeldet? Ach so. So einfach kann man das werden. Dann drei, zwei, eins, null. Schließe ich dann den Aufruf zur Kandidaten. und noch mal ganz kurz fürs Protokoll, dass ihr euren Namen, das ist Bastian Zapf. Ah, okay. Sehr schön. Nö. Ja, warte. Nö. Nö. Dann ist es eine offene Wahl. Das ist aber eine offene Wahl. Und dann gibt es noch den Kandidaten Boris Behnke, der hat bereits vor dem sonstigen Antrag mir telefonisch die Kandidatur erklärt. Der schickt auch gleich noch einen Text, den ich dann verlesen muss. Da muss ich bloß jetzt erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Und ja, also für das Protokoll nach, Boris Behnke. Sind wir soweit? Gut. Bastian Zapf, da fehlt noch. Kia fehlt da noch? Da steht trotzdem nicht drauf. Ich habe recht. Ich weiß. Guckt mal, ob ihr richtig geschrieben seid. Ja? Gut. Dann in Reihenfolge, Christiane, ja genau, du hast fünf Minuten. Ja, guten Tag Piraten. Mein Name ist Christiane Dienfeld-Busche. Ich bin mit dem hier anwesenden Eike Busche verheiratet, bin seit circa einem Jahr Pirat und bin im Schwalm-Eder-Kreis im Vorstand tätig als Beisitzer. Und ich finde es ganz wichtig, dass eine Frau eine dieser Funktionen übernimmt, weil ich denke mal, einige von immer wiederkehrenden Problemen, die so diskutiert werden müssen, sollten auch von weiblicher Seite mitdiskutiert werden können und mitberaten können. Ich bin von Beruf her Sozialarbeiterin und bin auch ausgebildete Mediatorin. Von daher weiß ich, um was es geht. Und ich denke, ein Stück Professionalität gehört auch dazu, Konflikte zu bearbeiten und zu lösen. Ja, meine Intention, auch hier in diesem Rahmen mitzuarbeiten, ist auch immer wieder die Außendarstellung von Piraten und manchmal ist es doch wichtig, auch ganz wichtige Situationen nicht öffentlich zu diskutieren, sondern in der Verschwiegenheit zu bearbeiten, weil letztendlich häufige Auseinandersetzungen nicht nur der Person oder den Personen nicht gut tun, sondern auch letztendlich unserer gesamten Partei. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Ich bitte, achso, da sitzt du ja schon. Ja, du darfst dich vorstellen. Okay, ich bin Bernd Föhringer, es kam ja vorhin schon durch, dass ich der Vorsitzende des Kreisverbands Wiesbaden bin. Ich habe keinerlei Hintergrund, wie sie jetzt gerade gesagt hat, also weder mediatorischen noch sonst irgendeinen Hintergrund, aber ich habe halt einfach das gute Gefühl, dass man mir einfach vertrauen kann, dass ich von vornherein schon mal, und dass man das auch tut, das sehe ich in meinem Kreisverband ganz klar. Meine Aufgabe wäre in erster Linie, Piraten, die sich angegriffen fühlen und dadurch eine persönliche Schwäche offenbaren, will ich, ich sage das jetzt mal einfach so platt daher, dahin zu führen, dass sie ein eigenes Rückgrat entwickeln. Es soll also jeder möglichst sich selbst verteidigen können. Meine Hauptagenda wäre also die Anleitung zur Selbstverteidigung. Dankeschön. Ich bitte, bitte um Ruhe während der Kandidatenvorstellung. Ralf Braschack möge bitte dringend zum Versammlungsbüro kommen. Ich habe gehört, die haben zu wenig Anträge. Nein, Ralf Braschack bitte dringend zum Versammlungsbüro. Des Weiteren kommen wir als nächstes zur Vorstellung von Boris Binkel. Ich habe eine E-Mail erhalten, wo die Vorstellung an Volker Perkuth Haut übertragen wird. Und bitte Volker. Ja, hallo Boris im Stream. Ich übernehme das natürlich gerne, dich kurz vorzustellen. Und zwar ist der Boris im Kreisverband Kassel aktiv. Der kommt aus Kaufung. Ja, es ist regelmäßig auf Treffen. Er hat da verschiedene Aufgaben übernommen. Vorbereitung von Versammlungen und von Aktionen. Steht da auch immer für persönliche Gespräche zur Verfügung. Ansonsten weiß ich jetzt nicht ganz viel über die Ideen zur Kandidatur. Deswegen würde ich das vielleicht einfach dabei belassen. Gut, vielen Dank. Dann ist jetzt als nächstes die Anna dran. Fühlt mich ärgern. Mein Name ist zwar Anne Päffe Köwer, aber bitte nennt mich Kia. Ich mag meinen Namen nicht besonders. Ich komme aus dem KV Frankfurt. Ich habe kein Amt. Ich strebe kein Mandat an, bin aber Fraktionsgeschäftsführerin bei den Elf Piraten der Fraktionen in Frankfurter Römer. Ich habe das Ganze hier angeleiert. Und das tut mir ein bisschen leid, dass dabei jetzt so viel Zeit drauf gegangen ist. Aber ich fand das wichtig. Ich finde es auch schön, dass ihr euch dafür entschieden habt, das vom LPT wählen zu lassen. Ich bin der Meinung, dass wir so viele Vertrauenspiraten wie möglich brauchen, vor allem aus den vielen verschiedenen LVs, damit die Leute Ansprechpartner haben, die sie auch persönlich kennenlernen können, auch über eine längere Zeit. Denn wenn man etwas mit einem Vertrauenspiraten besprechen will, sind das meistens sehr persönliche Dinge. Ich habe keinerlei beruflichen Hintergrund, der etwas mit Mediation zu tun hat. Ich halte mich aber für einen diplomatischen Menschen. Ich habe keinerlei Probleme, die Verschwiegenheit zu wahren. Und ich würde die Leute nicht mal fragen, ob sie mich davon entbinden möchten. Das müsst ihr schon selber entscheiden, ob ihr das mit demjenigen, der andere Seite, die betroffen ist, klären wollt, oder ob ihr nur mit mir darüber sprechen möchtet. Ich würde mich einfach freuen, wenn nicht nur eine Frau dabei ist, weil ich habe direkt erst einmal gefragt, sie ist aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Wir brauchen mehr Vertrauenspiraten. Ich würde mich auch freuen, wenn noch mehr hier oben stehen würden. Gut, vielen Dank. Vor der nächsten Vorstellung, Brauscher, fix mal das LAN. Fix mal das Orga-WLAN. Nein, das funktioniert nicht. Dann fix mal deinen VL-Tool-Server. Bastian. Ja, die meisten, ich sage mal, viele kennen mich wahrscheinlich. Ich bin Bastian aus dem Kreisverband Marburg-Biedenkopf. Dass ich hier als Vertrauenspirat vorgeschlagen wurde, mag vielleicht überraschen, denn ich bin unter anderem als kontroverser Diskutant mit sehr starken politischen Ansichten bekannt. Es ist aber so, dass ich vielleicht auch gerade deswegen relativ häufig auch das Vertrauen von meinen Mitpiraten genieße. Das merke ich in persönlichen Gesprächen sehr, sehr häufig. Das ist auch der Grund, warum ich mich hier hinstelle. Ich habe keinen beruflichen Hintergrund in Mediation oder in Sozialarbeit. Ich hatte aber persönlich bereits mehrere Male, wie soll ich das nennen, Erfahrungen mit schwierigen Themen. Mit schwierigen Themen wie zum Beispiel Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, Menschen in psychiatrischen Verhältnissen. Ich habe dadurch gemerkt, dass mir das auch was gibt, anderen Menschen helfen zu können, mit anderen Menschen auf persönlicher Ebene zu reden, auch Geheimnisse zu bewahren, was sicherlich zu dieser Arbeit dann dazugehört. Ich denke also, dass ich dafür qualifiziert bin. Ich fände es schön, wenn so eine persönliche Ebene häufiger in der Piratenpartei praktiziert würde. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der Struktur der Partei zusammen, dass das selten der Fall ist. Ich möchte aber auf jeden Fall mich dafür zur Verfügung stellen, als Ansprechpartner solche Kommunikation, solche Verhältnisse auch eben zuzulassen. Von daher halte ich die Idee, Vertrauenspiraten zu bestimmen oder zu wählen, überhaupt für eine sehr gute und möchte darum um meine Wahl bitten. Gut, vielen Dank. Dann bitte ich. Das war's. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Also, wir haben jetzt ein Problem. Im Antrag, im sonstigen Antrag steht Wahl durch Zustimmung. Das heißt, ich muss jetzt zu allen, die Zustimmung, alle, die über 50 Prozent in der Zustimmung haben, sollen gewählt sein. Gut. Jetzt kommen wir zur Fragerunde. Ja, ich muss mich dann auch schon darauf vorbereiten, deswegen wollte ich das vorher geklärt haben und so. Gut, wir kommen zu Fragen an die Kandidaten. Age. Ich erteile Julia als erster Fragestellerin das Wort. Vor dir ist die Schlange. Meine Frage richtet sich an Bernd Fachinger. Ich möchte dich fragen, ob du dich für dieses Amt für qualifiziert hältst, angesichts einiger Aussagen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Dazu gehört, dass du dich auf der PPH sehr verächtlich über die Anti-Harassment-Policy auf der Open Mind-Konferenz geäußert hast, die uns als Organisatoren der Open Mind als eine sehr positive Sache von vielen Leuten herangetragen wurde. Also, das hat viele Leute die Teilnahme erleichtert, die von Konflikten betroffen waren. Du hast vor der Open Mind mit Verweis auf diese Anti-Harassment-Policy getwittert, warum die Open Mind eigentlich Open hieße, ob das daran liege, dass Birgit Redlewski im Impressum steht. Du hast auf der Vorständeliste die NPD als weniger gefährlich als die CDU bezeichnet. Denkst du nicht, dass unter solchen Umständen nicht Leute gerade davon abschrecken würden, die Vertrauenspiraten anzurufen, wenn du durch solche Aussagen aufgefallen bist? Das ist die eine Frage. Die andere Frage, du hast in deiner Vorstellungsrede jetzt gesagt, du möchtest den Menschen, die sich an dich wenden, helfen, Schwäche abzubauen und Rückgrat zu entwickeln. Das klingt für mich so, als würdest du eigentlich die Leute, die sich an Vertrauenspiraten wenden, als das Problem ansehen. Ich bitte nicht, deine eigenen Fragen zu beantworten. Ja, also deshalb wollte ich fragen, ob du diese Kaltschnäuzigkeit, also die Eigenschaft, sich nicht von persönlichen Konflikten beeinflussen zu lassen, für eine wichtige oder notwendige Eigenschaft für politische Beteiligung hältst. Die zweite Frage wirst du gleich noch bitte noch mal stellen müssen. Zur ersten kann ich ganz klare Aussagen machen. Also ich habe tatsächlich gesagt, dass ich die NPD für weniger gefährlich halte, als zum Beispiel die CDU oder die SPD, das habe ich gesagt. Denn bei uns hat die NPD noch keine Gesetze erlassen. Also deswegen bin ich nicht Pirat. Ich bin nicht Pirat, weil die NPD in Hessen irgendwelche gesetzgeberischen Unfug machen würde. Das machen die großen Parteien. Deswegen bin ich Pirat, weil die meiner Ansicht nach Blödsinn machen. So, das ist das eine. Dann hast du mich gefragt, ach so, wegen der Open Mind. Moment, ja, ich habe, ich muss da jetzt ein kleines bisschen ausholen. Es ging genau zu diesem Zeitpunkt auch um den Antidiskriminierungsbeauftragten, gegen den ich ja, wie ich vorhin schon sagte, gewettert habe, weil ich den für so schwammig halte, dass ich sowas nicht haben will in Hessen. Ich habe mich mit den Vertrauenspiraten dann aber anfreunden können, weil der Vertrauenspirat dann doch auf einer sehr viel niederschwelligeren Ebene ist. Die Open Mind, diese Bemerkung zur Open Mind oder andersrum, nachdem nun festgelegt wurde, beziehungsweise auf der Hessen-Telco, die Vertrauenspiraten gewählt wurden, dauerte es keine 24 Stunden und ich hatte einen Antrag auf Ordnungsmaßnahmen am Hals, wegen genau diesem Tweet. Und das zeigt mir ganz deutlich, dass, wenn es so eine Institution gibt, dass sie auch ge- beziehungsweise missbraucht werden kann. Genau das ist nämlich passiert. Niemand ist auf mich zugekommen, hat mich gefragt, wie der Tweet gemeint war oder sonst irgendwas. Niemand hat das getan, sondern ich kriegte dann vom Vorstand, vom Hessen-Vorstand eine E-Mail. Bitte? Letzter Satz, nein, es gibt Redezeiten. Okay, also ich wurde gefragt und ich bin da klar missverstanden worden, es hat aber niemand für nötig gehalten, mich zu fragen, sondern hat mir gleich mit diesem ganz neu geschaffenen Instrument eine Ordnungsmaßnahme an den Hals gehängt. Und sowas finde ich völlig daneben. Vielen Dank. Gut, deine zweite Frage kann ich leider jetzt nicht mehr beantworten. Redezeit ist leider zu Ende. Also, hier die Uhr, die... Nein, zwei Minuten, zwei Minuten. Ich habe hier Uhren. Kannst du da oben nachlesen? Guck da, links. Gut. Okay, nächste Frage bitte. Okay, ich wende mich dann mal an Bastian Zapf. Ich zitiere aus einer Mail. Ich greife Menschen, die mich mehrmals aufs Übelste beleidigt haben, gerne und häufig an. Noch lieber solche, die widerliche Dinge über Leute sagen, die ich leiden kann. In diesem Fall André Stern. Ich habe nachgefragt, was ich André Stern getan habe. Da hast du nicht geantwortet. Am liebsten tue ich das so, dass sie sich nicht mit ihren Werkzeugen wehren können. Glaubst du allen Ernstes, dass jemand, der selber Anlass ist, dass Leute sich an den Vertrauenspiraten wenden, geeignet ist, Vertrauenspirat zu sein? Bitte zur Beantwortung, Bastian. Also zunächst glaube ich nicht, dass ich von jedem Menschen das Vertrauen genießen kann. Ich glaube auch nicht, dass man in diesem Amt oder wie wir es jetzt bezeichnen wollen, als Vertrauenspirat von jedem Menschen das Vertrauen genießen muss. Ich habe dir auf diese Frage geantwortet. Ich weiß nicht, warum du das nicht gelesen hast. Dass ich Menschen angreife und dass im politischen Alltag, im politischen Geschehen Angriffe durchaus dazugehören. Das, wie soll man sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Welt ohne politische Auseinandersetzung, unter die ich das jetzt mal subsumieren würde, aussehen könnte. Von daher, du kannst es mir gerne erklären. Ich habe dich da auch persönlich öfter mal gefragt, aber das kommt ja da an. Da kommt ja nichts. Und von da herein, ich glaube wirklich nicht, dass ich von jedem das Vertrauen genießen muss, dass ich deines nicht habe, das weiß ich. Aber darum kann es ja an dieser Stelle nicht gehen. Vielen Dank. Der nächste Redner, bitte. Eine Frage an alle Kandidaten. Es gab ja eine Ausschreibung zum Vertrauensberaten vom Vorstand. Die Frage, habt ihr euch da drauf beworben? Wenn ja, warum seid ihr dann jetzt nicht Vertrauensberater oder warum glaubt ihr dann, dass ihr das dann nicht geworden seid? Und wenn ihr euch nicht beworben habt, warum habt ihr euch da nicht beworben und jetzt hier? Danke. Ich bitte um eine, bevor der Beantwortung, bitte ich um eine Sekunde. Jetzt. Weil manchmal im Leben ist auch Spontanität sehr wichtig. Und ich habe mich heute spontan dafür entschieden. Ich habe die Frist verpennt. Nächster. Auch ich habe mich spontan dafür entschieden. Und das hängt auch damit zusammen, dass der, den ich am liebsten als Vertrauenspiraten gehabt hätte, leider aus diversen Gründen es dann nicht werden konnte. Deswegen, ich habe quasi ein bisschen eine Stellvertreterposition. Vielen Dank. Nächster. Nächster. Also zunächst, heute wurde ich vorgeschlagen und habe mich dazu entschieden zu kandidieren. Ich habe das Angebot des Vorstands nicht wahrgenommen, da ich diesen Weg vom Vorstand dazu ernannt zu werden, zu seinem Amt, für mich persönlich als nicht den richtigen mir vorgestellt habe. Also ich habe mit dem Gedanken liebäugelt, auf diesen Vorschlag zu antworten des Vorstands. Aber ich habe mir dann gesagt, wenn dann nicht so. Gut, vielen Dank. Nächste Frage. Wir haben jetzt alle. Nächste Frage. Eine Frage an den Basti. Du hast ja gesagt, es gibt politische Auseinandersetzungen, die man auch führen muss. Du bist unter anderem mal aufgefallen durch die Aussage auf einer Mail-Liste. Wenn jemand meine Kinder in die Schule zwingt, steche ich sie ab. Du hast mir persönlich auch mal in einer Mail etwas geschickt, was ich als Drohung aufgefasst habe, wo ich auch darauf geantwortet habe. Also glaubst du nicht, dass eine Person wie du dieses Amt oder diese Aufgabe als Vertrauenspirat insgesamt absolut in den Dreck ziehst und im Endeffekt damit überflüssig machst, weil das Vertrauen in alle Piraten durch dich zerstört wird, die als Vertrauenspiraten agieren? Christian, bitte. Ich sage es mal so, wenn jemand von meiner Person auf alle Piraten schließt, dann ist das erst mal sein Problem. Wenn jemand die Überzeugung ist, dass gewisse Sachen, die ich sage, im Übrigen hast du mich da falsch zitiert und im Übrigen habe ich auch auf das, was du eine Drohung genannt hast, ich sage mal differenziert geantwortet und ich glaube nicht, dass wir diese Unterhaltung zu Ende geführt haben. Genau. Also ich denke nicht, dass der Ruf eines einzelnen Menschen auf seine Gruppe, auf die gesamte Partei beispielsweise ausstrahlen müssen sollte. Ich glaube auch, wenn wir damit anfangen, dann brauchen wir letztendlich gar nicht mehr darüber reden, was wir hier veranstalten. Dann brauchen wir eigentlich einfach nur noch eine Person, die steht dann für die gesamte Gruppe oder wir stellen uns irgendwie so einen Mischmasch aller Personen, die in der Gruppe vertreten sind, vor als die gesamte Gruppe. Also das ergibt irgendwie keinen Sinn für mich. Vielen Dank. Der nächste Redner, bitte. Ich habe eine Frage, die ich gerne von allen beantwortet wissen möchte, wobei mich die Antwort von Bastian persönlich am meisten interessiert. Wir wählen euch hier, eine Mehrheit von mehr als 50 Prozent würde euch als gewählt ansehen. Da bleiben ja immer noch eine Minderheit übrig, die auch Vertrauenspiraten nötig hätten unter Umständen. Wärt ihr also im Falle des Nicht-Erreichens einer Mehrheit von mehr als 50 Prozent persönlich bereit, euch den Bedingungen, die den Vertrauenspiraten auferlegt werden, sprich Verschwiegenheit, auch zu stellen, um der Minderheit eine Möglichkeit zu geben, mit jemandem im Vertrauen zu sprechen. Danke. Du gibst sehr schön wieder... Ich bitte zur Beantwortung. Darf ich? Du gibst sehr schön wieder, was ich eingangs gesagt habe. Ich bin der Ansicht, jeder sollte Vertrauenspirat sein. Danke. Der Nächste, bitte. Ich denke mal, es ist ganz wichtig, in jeder Lebenssituation jemanden zu haben, mit dem man vertraulich sprechen kann und selbstverständlich stelle ich mich auch zur Verfügung, wenn ich nicht gewählt werden sollte, dieses Amt in Anführungsstrichen zu übernehmen. Der Nächste. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Persönlich halte ich das schon immer so, wenn mich jemand um Verschwiegenheit bittet, dass ich die hinterher auch einhalte. Ich würde mir da nur diesen Hut aufsetzen, aber mich kann selbstverständlich jederzeit jeder um Verschwiegenheit bitten oder über ein Thema mit mir reden, was ihm wichtig ist und was vielleicht dann auch ein bisschen ins Persönliche hineingeht und brauche dann nicht zu erwarten, dass ich das, was ich da erfahre, gegen ihn verwende oder über ihn lästere oder sowas. Darum geht es ja da am Ende. Gut, vielen Dank. Kia noch? Wenn ich gewählt werden sollte, wäre ich so oder so immer noch nur Vertrauenspirat für diejenigen, die mir vertrauen möchten. Und wenn ich nicht gewählt werden sollte, gilt das genauso. Der einzige Unterschied für gewählte Vertrauenspiraten ist der, dass Fremde eine geringere Hemmschwelle haben, diese anzusprechen. Und das ist der Grund, warum ich hier stehe. Vielen Dank. Dann der nächste Frage, der bitte. Ich habe eine Frage an den Basti. In diesem Landesverband werden Leute gerne mal als Justizwichser bezeichnet. Wenn sich da jemand vertrauensvoll an dich wendet, dass das aufhört, wie reagierst du denn dann? Besitz der Beantwortung? Ich weiß nicht, wie ich die Verwendung eines Wortes verhindern kann. Ich könnte natürlich darauf... Ganz kurz, das geht nicht von deiner Redezeit ab. Ich bitte die Versammlung daraufhin. Zwischenrufe, auch in leicht beleidigender Form, sind durchaus zulässig. Das war allerdings jetzt schon unter der Grenze und ich rüge das. Ich denke, damit ist zu dem Thema eigentlich auch alles gesagt. Also wenn wir hier anfangen, Worte zu verbieten oder es auch nur zu versuchen. Ich meine, mal im Ernst, ist dieses sogenannte Äußerungsrecht, das ist seit Jahrzehnten ein kontroverses Thema. Ob es überhaupt sinnvoll ist, jemanden für Beleidigungen zu bestrafen. Wir werden das nicht lösen können, das Problem. Und wir werden es vor allem nicht dadurch lösen können, dass ich jetzt sage, bitte sagt nicht mehr XYZ. Geht nicht. Gut, bitte der nächste Fragende. Ich möchte vorsorglich bei dir dann auf die Redezeit von zwei Minuten nochmal extra hinweisen. Ja, erstmal, Bernd, möchte ich dir natürlich nochmal die Möglichkeit geben, auf meine zweite Frage zu antworten. Also die mit den Schwächen abbauen und Rückgrat zeigen, ob du die Schuld für die Anrufung oder das Problem bei der Anrufung von Vertrauenspiraten bei der Person siehst, die sie anruft. Und zweitens möchte ich dich fragen, das musst du natürlich nicht beantworten, ob vom Vorstand dir zweimal herangetragen wurde, dass sich jemand über diesen Tweet beschwert hat. Denn einmal habe ich das getan, ich habe allerdings keine Ordnungsmaßnahme beantragt. Also ob es da noch einen zweiten Fall gab. Falls das nicht der Fall war, denkst du nicht, dass so ein Missverständnis gerade ein Zeichen ist, dass wir Vertrauenspiraten als unabhängige Institution brauchen, um gut ausgebildet als Mediator solche Missverständnisse zu vermeiden. Dankeschön. Vielen Dank, deine Zeit. Gut, also zu meiner ersten Frage, ob ich die Anrufenden zu den Schuldigen mache, so war es glaube ich, verstehe ich jetzt nicht wirklich. Wenn jemand Redebedarf hat, dann soll er reden können. Also ich sehe jetzt nicht, wieso er da irgendwie auch nur in die Nähe der Schuldigkeit gerückt werden könnte. Also ist mir, da gehen wir irgendwie, da verstehe ich deinen Gedankengang nicht. Dann eine zweite Frage, es gab nur diese eine, diese eine, diese einen Mailkontakt, also diese eine Kontaktaufnahme vom Vorstand zu mir, der Vorstand hat das übrigens, das habe ich vorhin ein bisschen fälschlich klargestellt, stellvertretend für die Vertrauenspiraten gemacht, also in seinem Amt als Vertrauenspirat quasi. Und es gab nur diese eine und sonst war da nichts. Nein, es war, es war eine, die Frage, die Frage ging dahin, ob über mich eine Ordnungsmaßnahme verhängt werden solle, weil ich diesen Tweet abgesetzt habe. Und ich weiß auch nicht, wer das war. Ich hatte auch darum gebeten, über den Vorstand, demjenigen zu sagen, er möge mit mir in Kontakt treten oder er möge das auch gerne öffentlich machen, da ist nichts weiter geschehen. Danke. Gut, vielen Dank. Tumai? Ich hätte eine Frage an das Plenum. Ich bitte die Frage an die Kandidaten zu richten, wir sind in einer Kandidatenbefragung. Ich hatte dir gerade die Frage gestellt. Du hast gesagt, du wolltest eine Frage an alle richten. Ja. Ach so. Alle. Ja. Du möchtest einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes stellen? Ich weiß nicht, ob das, nee, es ist kein Meinungsbild. Dann, vielen Dank. Du möchtest einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes stellen. Glaube es mir. Du möchtest es. Wenn du sagst, dass ich eine Meinung, ein Meinungsbild einholen will, okay. Dann möchte ich, dass sich jeder die Frage stellt, ob diese Fragerunde dazu dient, persönliche Abrechnungen hier stattfinden zu lassen. Oder ob es darum geht, einfach zu gucken, ist jemand grundsätzlich befähigt, als Gesprächspartner, also, ja. Ich formuliere das mal für dich. GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Seid ihr der Meinung, also zwei Meinungsbildes, seid ihr der Meinung, dass hier jetzt nur persönliches Klein-Klein abgehalten wird? Wer das mit Ja beantworten kann, hebt mir die blaue Karte. Wer das mit Nein beantworten kann, die rote Karte. Vielen Dank. Danke. Gut, damit ist deine Frage beantwortet. Gut, dann bitte Christian. Okay, zunächst eine Anmerkung zu Bernd. Etwas vorhin war missverständlich. Du hattest die Bestellung der Vertrauenspiraten mit einer Ordnungsmaßnahme gegen dich, wegen dieser OM-Sache, irgendwie in Verbindung gebracht. Zumindest war das so möglich, das zu verstehen. Da gibt es überhaupt keinerlei Verbindung. Eine Frage an alle vier. Also, dass man in seinem persönlichen Umfeld als möglicherweise vertrauliche Personen angesprochen wird und zur Verfügung steht und das gut macht, ist ja etwas, dafür muss man ja nicht gewählt werden. Das heißt, die Mehrwert einer Wahl hier besteht darin, dass danach auf offizieller Seite, in diesem Fall auch tatsächlich einer Wiki-Seite, Leuten, die einen nicht kennen, signalisiert wird. An diese Person kannst du dich wenden mit einem sehr persönlichen, eben vertrauensverlangenden Anliegen. Das setzt auch voraus, dass man mit seinen eigenen, möglicherweise dabei berührten Konflikten irgendwie umgehen kann. Also, es ist möglich, dass jemand mit einem Anliegen kommt, was bei mir selber... Christian, möchtest du auf eine Frage hinauskommen? Ja, ich möchte genau an alle vier fragen, ob sie sich sicher sind, dass sie mit ihren eigenen Konflikten so weit umgehen können, dass sie auch mit jemandem umgehen kommen, der mit etwas kommt, was sie an einer persönlichen Stelle berührt. Die Frage richtet sich ein wenig explizit an Bernd, weil ich diese Selbstverteidigungsstrategie irgendwie ganz bedenklich finde, von einer Vertrauenskonstellation, aber auch an alle anderen drei. Gut, vielen Dank. Dann machen wir da eine Folge. Christiana. Ich möchte etwas anmerken. Und zwar, ich merke ganz eindeutig und deutlich, dass dieses Thema Vertrauen und Vertrauen... Darf ich dir ganz kurz den Saal mal ruhiger machen? In Baden-Württemberg hatte ich sowas gemacht, da habe ich mal von fünf ruckwärts gezählt und gesagt, ich schreie gleich. Dann habe ich das Mikrofon ausgemacht und in Ruhe geschrien. Ich möchte das nicht, weil meine Stimme eh nicht mehr so gut ist. Ich bitte Gespräche, wenn ihr dringende Gespräche zwischen euch machen wollt, geht bitte raus. Ansonsten bitte ich, die Gespräche so zu halten, dass sie nicht hier vorne bei uns ankommen. Das gilt auch für Mitglieder der Versammlungsleitung. Das gilt auch für Mitglieder der Versammlungsleitung. Ja, Julia, du bist gemeint. Danke. Okay, dann fange ich nochmal von vorn an. Also ich denke mal, es wird hier sichtbar, wie wichtig dieses Thema Vertrauen, Vertrauenspersonen, alles, was damit zusammenhängt, ist und ganz besonders auch hier für Piraten ist. Und ich denke mal, das Thema oder ein Thema ist ganz wichtig hier zu benennen, dass es auch was mit Professionalität zu tun hat. Denn wenn ich in meiner Arbeit als Mediatorin muss ich Emotionales trennen und etwas Emotionales auf eine Sachebene bringen. Und in dem Moment, wo ich das schaffe, wird mich auch ein eigenes Thema nicht berühren. Also ich denke mal, hier wird es ganz wichtig zu wissen, dass Mediation und ein klärendes Gespräch ein Unterschied ist. Ein Unterschied deshalb, weil man von der Professionalität abgeht. Und jedes persönliche Gespräch hat auch was mit Persönlichem zu tun. Und immer dann werde ich auch an mein persönliches Erlebnis erinnert. Anders gesehen ist das Gespräch, Mediation zu sehen. Vielen Dank. Der Nächste. Deine Frage war... Ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren. Ja, okay, machen wir das mal an. In weniger professionell formuliert, das was Christiane gesagt hat, kriege ich hin. Okay. Bastian. Da der Bernd noch nicht soweit ist. Ich glaube, es gibt Situationen, in denen ich... Oder es gäbe dann in diesem Verhältnis Situationen, in denen ich so befangen wäre, dass ich sagen müsste, ich kann an dieser Stelle nicht mehr weiterarbeiten, du musst dir irgendwie eine andere Möglichkeit suchen, damit umzugehen. Ich weiß nicht, wie häufig das der Fall sein würde und das hängt auch sicherlich sehr stark von den genauen Umständen ab. Aber ich würde natürlich versuchen, damit so umzugehen, dass eben diese Tätigkeit davon nicht negativ beeinflusst wird. Gut, vielen Dank. Okay, ich versuche es nochmal. Also, bekanntermaßen läuft ja 80% der Kommunikation nonverbal und nur 20% verbal ab. Das heißt, dieses ganze Nonverbale, was wir zum Beispiel auf Mailinglisten nicht mitkriegen, das führt natürlich dazu, dass wir... Das führt zu Missverständnissen. Dazu kommt, dass natürlich jeder in seiner eigenen Wirklichkeit lebt und das entsprechend filtert, was er liest und hört. So, jetzt haben wir also einen Konflikt da. Dieser Konflikt müsste eigentlich nicht entstehen, wenn man sich auf Sachebene, und das ist jetzt auch der Anknüpfpunkt zu dir, verständigen würde. Und zwar, wenn ich sage, dass ich dafür sorgen möchte, dass Piraten sich selbst verteidigen können, dann meine ich damit, dass die Rückgrat entwickeln, ja, dann meine ich damit, dass die lernen, in eben so einer schwierigen Konversationssituation wie der Mailingliste beispielsweise oder in Kurznachrichten auf der Sachebene zu bleiben und sich nicht davon beeindrucken lassen, dass irgendwer irgendetwas persönlich meinen könnte, ja. Man filtert nämlich sehr gerne erstmal dahingehend, dass man etwas persönlich nimmt. Ja, das muss nicht sein. Und das hätte ich gern so. Und ich finde, ich finde ganz einfach, dass das etwas ist, was... Ich bitte dich zum Ende zu kommen. ...jeder, wo jeder dem anderen beistehen kann. Ich finde also, ja, man bräuchte diese ganze Veranstaltung hier jetzt gerade nicht zu machen eigentlich. Dankeschön. Danke. Ja, einige dieser Antworten waren so komplex, dass ich vergessen habe, was ich fragen wollte. Deswegen versuche ich es simpel zu fassen. Glaubt ihr, dass ihr das euch entgegengebrachte Vertrauen nutzen könnt, um allen zu beweisen, dass ihr auch anders könnt? Einige von euch, das hat man gerade gesehen, sind in einige Konflikte veredet. Ich würde mal sagen, haben eventuell sogar eine Außenseitepositionen. Glaubt ihr, dass ihr vielleicht auch gerade deswegen für andere Außenseite erst rechten Ansprechpartner sein könnt? Der Pressesprecher bittet mich zu erwähnen, dass um 2 Uhr, also jetzt, eine Pressekonferenz mit dem neu gewählten Vorstand stattfindet. Ich bitte... Ich bitte zur Beantwortung. Also das ist eine sehr schöne Kontrastbetrachtung. Natürlich kann auch eine Außenseiterposition in einer Konfliktsituation eben genau dazu führen, dass man sich Vertrauen erarbeitet, insbesondere wenn man öffentlich damit umgeht. Und ich persönlich habe kein Problem damit, mit irgendwelchen Konflikten umzugehen, weil ich selbst irgendwelche Konflikte austrage. Ich kann das sehr wohl trennen und gebe gern meine Erfahrungen weiter. Vielen Dank. Nächste Antwort. Ich habe das jetzt so verstanden, dass die Frage an alle gerichtet war. Ich sehe mich ehrlich gesagt nur in einer einzigen Position als Außenseiter. Ich habe nicht so viel Zeit, um überall physisch anwesend zu sein. Aber da kann ich nichts dran ändern. Aber man kann auch dadurch tun. Ich bitte keine Zwiegespräche mit dem Kandidaten. Dann habe ich die Frage nicht verstanden. Tut mir leid. Gut. Nächste bitte. Ich denke mal, wir sind alle irgendwo an einer Position im Leben immer Außenseiter. Der, der keine Kinder hat, der, der oder diejenigen hier, die allein lebend sind, was auch immer. Und ich denke mal, was ganz wichtig hier ist, dieses Thema Außenseiter ist schon etwas, was zu diskutieren wäre. Und deshalb würde ich dieses Wort auch so nicht benutzen wollen. Vielen Dank. Also Außenseiter dürfte wohl jedem klar sein, insbesondere mir ist das klar. Da kann ich, oder ich kann mir das nicht aussuchen. Es ist einfach so. Ich weiß nicht, woher es kommt. Und ob mich das in einer besonderen Art und Weise befähigt, wage ich zu hoffen. Worauf ich nicht hoffe, ist, dass mich diese exponierte Stellung, dass mir das die Möglichkeit gibt, mich selbst darzustellen. Das ist auch gar nicht mein Ziel bei dieser Veranstaltung. Man könnte das sicherlich so gebrauchen oder so missbrauchen vielleicht auch, aber das würde ich so nicht wollen. Also mir ist es schon ein bisschen unangenehm, mich hier hinzustellen und zu sagen, ihr könnt mir vertrauen. Gut, vielen Dank. Damit sind wir durch die Beantwortung. Dann kommt die nächste Frage. Okay, um das Ganze ein bisschen sachlicher zu gestalten. Um das Ganze verständlicher zu gestalten, bitte direkt ins Mikrofon. Danke. Ich würde vorschlagen, dass ich einen Fall konstruiere. Und zwar geht es um jemanden, der Hilfe sucht, weil er... Ganz kurz, zwei Dinge. Einmal bitte ins Mikrofon reden und bitte eine Frage stellen. Okay, die Frage ist, es ist ein Fall. Neue Piraten wenden sich an euch. Wie wäre eure Vorgehensweise, die Hilfestellung zu geben über Frage XY, lasst sonst wie nennen. Einfach ganz kurz die Vorgehensweise. Wie würdet ihr versuchen zu helfen, dass das Ganze ein bisschen sachlicher gestaltet wird? Gut, vielen Dank. Dann bitte einmal die Beantwortung. Ich habe jetzt nicht verstanden, wie du das meinst. Also wenn jemand neu in die Piratenpartei eintreten möchte, hat das ja nichts mit Konflikten zu tun. Keine Zwiegesprache. Was ist denn jetzt? Du möchtest eine Verständnis-Darffrage. Dann bitte kurz. Ja. Der Fall ist, jemand sucht Hilfe. Er kommt nicht mehr weiter in seinem Kreisverband. Egal wer es. Wie würdest du vorgehen, wenn dieser Pirat sich an dich wendet? Wie würdest du versuchen, Hilfestellung zu geben? In erster Linie würde ich die Person erst mal reden lassen, wenn es überhaupt ein Problem gibt oder ob es überhaupt ein Problem da ist. Weil ich kann ja nicht ins Blaue hinein reden oder ins Blaue hinein beraten. Also grundsätzlich ist doch, wenn jemand in die Piratenpartei aufgenommen werden möchte, ist nicht grundsätzlich damit ein Problem verbunden. Wenn aber dieser Pirat oder dieser zukünftige Pirat sagt, ich komme nur in die Partei, wenn eine Person XY nicht mehr im Vorstand ist. Ich habe es jetzt wirklich nicht verstanden, um was es dir geht. Ich bitte keine Zwiegespräche zwischen Fragen und Frageantworter. Gut. Vielen Dank. Dann kommen wir. Ich bitte übrigens auch noch mal ein bisschen um Ruhe und wir kommen zum nächsten. Ich habe das jetzt so verstanden, dass du nach der Strategie fragst, die man anwendet, wenn jemand mit einem Problem auf uns zukommt. Ich habe dafür keine Strategie, weil das situationsbedingt ist. Ich weiß ja nicht, was derjenige für Probleme hat, ob der Probleme mit anderen Piraten hat. Natürlich erst mal zuhören und demjenigen vor allem auf möglichst objektive Weise das spiegeln, was er einem erzählt. Man muss das ja auch erst mal verstehen. Und dann muss man im Gespräch schauen, wie es weitergeht. Vielen Dank. Der Nächste bitte. Also da muss man ja erst mal unterscheiden, ob das irgendwie sachbezogene Probleme sind, die jemand hat. Also angenommen, er weiß nicht, wie er ins Wiki findet. Dafür gibt es Anleitungen. Die kann man ihm zeigen. Dann kann man ihm sagen, was weiß ich, was das Bier auf dem Stammtisch kostet. Ich bin mir jetzt nicht ganz klar. Also das sind halt alles Sachen, sachliche Dinge, die lassen sich so sachlich ganz einfach lösen. Und alles andere, wenn jemand Probleme mit jemand anderem hat und das auch nicht selbst ausräumen kann. Klar, dann stehe ich natürlich als Ansprechpartner zur Verfügung sowieso. Also mir ist deine Intention auch nicht ganz klar. Danke. Der Nächste bitte. Also sachlich kann ich mich meinen Vorrednern fast nur durchgängig anschließen. Ich kann noch hinzufügen, ich betrachte diese Aufgabe gewissermaßen als psychosozial. Das soll nicht heißen, dass wenn mich jemand fragt, wo man Hilfe bekommt, wie man jetzt einen Text auf irgendeine Website stellt oder sowas, dass ich dem nicht versuchen würde, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu antworten. Aber ich erwarte nicht, dass diese Form der Fragestellung besonders häufig auftaucht in dieser Tätigkeit. Vielen Dank. Der Nächste. Eins, zwei, drei. Ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht oder sowas. Ich würde gerne ein Meinungsbild einholen, ob sich die Anwesenden jetzt befähigt sehen, ihren Vertrauenspiraten zu wählen. Ich gebe dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild positiv ausgeht und jetzt kannst du. Gut, bitte. Ich habe das Ergebnis zur Kenntnis genommen. Ich will nur kurz sagen, ich habe bei der Antragsformulierung einen schwerwiegenden Fehler begangen. Da der Antrag schon angenommen wurde und die Wahl, die Kandidatenaufstellung abgeschlossen ist. Wir sind in einer Fragerunde. Ich versuche das Problem jetzt durch eine Frage an die Kandidatinnen und Kandidaten zu heilen. Und zwar, würdet ihr die Anforderungen, die für die Beauftragung der Vertrauenspiraten durch den Vorstand bestehen, das heißt, unterschreiben einer Vertraulichkeitserklärung und insbesondere Angabe einer Kontaktmöglichkeit, also eurer Telefonnummer im Wiki, würdet ihr dem zustimmen. Ich würde euch einfach bitten, das kurz dem Protokoll gegenüber zu erklären. Dankeschön. Und dann bitte ich jeden zu beantworten. Auch wenn ich nicht wirklich einsehe, warum ich eine Vertrauenserklärung unterschreiben soll, das ist sowas von selbstverständlich, würde ich das tun. Ich würde auch meine Telefonnummer angeben und dann gab es da, glaube ich, noch etwas Drittes, nämlich irgendwie fähig zu sein, Mediation zu betreiben. Oder war da nicht irgendwas als Anforderung drin? Das habe ich nicht, ganz klar. Danke. Gut, vielen Dank. Nächste Antwort, bitte. Ja, ich werde das selbstverständlich tun. Und ich denke mal, ganz besonders wichtig an dieser Stelle, vielleicht ist das falsch rübergekommen, ich denke mal, dieses Amt oder nein, diese Fähigkeit, Vertrauenspirat zu sein, hat nichts mit der Professionalität zu tun, sondern sicherlich auch an dieser Stelle, nur an dieser Stelle auch mit einem sogenannten gesunden Menschenverstand und auch mit Lebenserfahrung. Vielen Dank. Nächste Beantwortung. Verschwiegenheitserklärung, ja, Nummer im Wiki und sonst wo auch, ja. Danke, Bastian. Also meine Telefonnummer steht schon im Wiki und Verschwiegenheitserklärung würde ich natürlich auch unterzeichnen. Vielen Dank. Nächste Frage. Ich knüpfe nochmal daran an, dass die Beauftragung verbunden ist, mit der Möglichkeit, angesprochen zu werden und der Möglichkeit, in einen Fall hineinzukommen, in dessen Verlauf sich herausstellt, dass Themen angesprochen werden, die mich selber sehr stark betreffen und mit denen ich sehr große Probleme habe, umzugehen. Und die Frage an euch ist, habt ihr Möglichkeiten, damit umzugehen, im Sinne einer Super- oder Intervision? Vielen Dank. Nächste Beantwortung, genau. Nein. Aber ich sehe das Problem nicht. Nächste Antwort, bitte. Ich sehe, wie vorhin schon gesagt, sehe ich das Problem so ein bisschen. Ich hatte vorhin gesagt, im Notfall müsste ich mich sozusagen zurückziehen und an einen anderen, beispielsweise an einen anderen der Vertrauenspiraten oder an den Vorstand zu verweisen. Supervision ist meines Erachtens nicht veranstaltet, also da gibt es keine Pläne zu oder sowas. Ich würde das natürlich tun, wenn es denn angeboten würde in irgendeiner Form. Vielen Dank. Nächste Beantwortung. Ich denke mal, jetzt muss ich doch noch etwas dazu beitragen, zur Professionalität. Supervision ist nichts anderes wie die Betrachtung von außen. Und wenn ich ein Problem habe, was ich selber nicht lösen kann, dann suche ich mir jemanden, der von diesem Problem Verständnis hat. Und Supervision ist eine Technik und die muss man erlernen. Und dazu braucht man mindestens drei Jahre Studium. Also ich würde mich jetzt hier nicht als Supervisorin darstellen. Und ich denke mal, was auch ganz wichtig ist, wir sind als Vertrauensperson keine Person, die sogenannte dunkel-hell-grün-weiß-gestrickte Wollmilchsau ist. Vielen Dank. Nächste Beantwortung. An der Zeit haben wir eine solche Institution nicht. Natürlich bin ich immer noch ein Subjekt und es kann passieren, dass ich nicht handeln kann. Ich bin aber reflektiert genug, um das früh genug zu merken, denke ich. Und auch reflektiert genug, um sehr, sehr lange objektiv zu bleiben. Wenn es eine solche Institution irgendwann geben sollte, hätte ich das Problem, dass das mit dem Betreffenden, der sich an mich gewandt hat, erst mal besprochen werden muss, weil ich habe eine Verschwiegenheitserklärung abgegeben. Und die werde ich nicht übergehen. Keinfalls. Gut. Vielen Dank. Wenn ich mich nicht verzählt habe, waren das alle vier, dann kommen wir erst mal zur Schließung der Rednerliste. Wir hatten 15 Redebeiträge. Damit wird die Rednerliste geschlossen. Wer noch auf die Redeliste möchte, möchte ich bitte jetzt erkennbar Richtung hier von Redeliste begeben. 3, 2, 1, 0. Damit ist die Redeliste geschlossen und endet mit dir und du bist dran. Ich habe nur auch noch einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Mein Problem mit der Sache ist, dass wenn hier 51, also Wahlprozedere bedingt, wenn hier 51 Prozent einer Person zustimmen, die anschließend im Wiki gegenüber völlig fremden und hier nicht anwesenden Parteimitgliedern als diese Person ist vertraulich ausgewiesen wird. Das könnte man nur unterlaufen, wenn man gegen alle stimmt. Meine Frage als Meinungsbild wäre, seid ihr euch, also könnt ihr das gutheißen? War das verständlich? Das ist eine Ja-Nein-Frage. Kannst du das gutheißen? Ja oder nein? Aber ich glaube, du solltest noch mal eine eindeutigere Frage stellen. Ja, Entschuldigung. Könnt ihr gutheißen, dass eine Person, die hier 51 Prozent der Stimmen bekäme, anschließend gegenüber dritten Unbeteiligten, die diesen Prozess nicht mitbekommen haben, auch als vertrauenswürdige Ansprechperson ausgewiesen wird? Das ist quasi eine Frage nach den Grundlagen dieses Wahlprozesses. Gut. Dann gibt es, dann sind wir immer noch in einem GO-Antrag. Ich möchte den Herrn, ich möchte dich darauf hinweisen, eine Club-Mate-Flasche ist kein Abstimmungswerkzeug. Dann bitte ich um, wer die Frage mit Ja beantworten kann, hätte bitte die Ja-Karte, wer die Frage mit Nein beantworten kann, hätte bitte die Nein-Karte. Ich gebe dem Antragsteller mit, das Meinungsbild geht gemischt aus mit einem leichten Trend ins Jahr. Nee, ich würde sagen, eher so 2, 53 Prozent, aber ich möchte mich jetzt nicht auf die Kommastelle genau einigen. Dann bitte die Frage. Ja, nur eine kleine Frage an die KIA. Du hattest am Anfang gesagt, du hast die Frist verschlafen und diesen Antrag hier mitinitiert, so ein bisschen. Könntest du dir vorstellen, zukünftig auf Fristen zu achten? Ja. Ja, schon, aber ich werde hier nichts versprechen. Gut. Damit sind wir am Ende der Frageliste angekommen. Dann kommen wir nämlich jetzt zur Wahl. Welcher Stimmzettel? Es gibt keinen Stimmzettel, noch ist es offen. DO-Antrag auf geheime Wahl, genau das war bestimmt angekündigt, ich wollte bloß warten, bis der gestellt wird. Deswegen war ich jetzt so explizit. Unser lieber Wahlleiter, mein Schnuckelputzel Ernst Preußler, freut sich tierisch auf diese Wahl, auf die Durchführung. Und dafür übergebe ich an ihn. Wer ist denn angenommen? Ein, bei einer Wahlrechte. Ah, hast du ja recht. Ich weiß. Und die Orga mögen mal bitte einen Müllbeutel hier vorbringen. Ja, der Müll vom Püt und der Püt selber möchten entsorgt werden. Das zählt nicht. Ich habe noch eine Bekanntmachung zu machen, betrifft auch die Wahlen. Und zwar die Wahl zum politischen Geschäftsführer, den Sascha Brandhoff. Leider haben wir noch ein paar Wahlzettel gefunden. Keine Panik. Der Sascha wird bestimmt noch mal wieder gewählt. Das ist doch kein Thema. Nein, im Zuge dessen habe ich die Wahl nachgezählt und habe dann die korrigierten Zahlen eingetragen. Dadurch ist der Sascha sogar mit noch mehr Prozenten gewählt worden. Und die Wahl selber ist dadurch aber nicht in irgendeiner Art und Weise gefährdet. Wer gerne noch mal selber nachzählen möchte, kann das auch gerne von mir verlangen oder so. Dann machen wir noch mal eine öffentliche Nachzählung. Aber, wie gesagt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Die gefundenen Zettel wurden aufaddiert. Es gab noch einen Fehler bei der Zählung, der wurde auch korrigiert. Und wer jetzt mit 102 von 121 gültigen Stimmen ist er gewählt worden. Das sind also über 84 Prozent statt nur 82 Prozent. Hat sich also noch erhöht. Das möchte ich nur noch bekannt geben. Ich hätte auch eine Frage dazu. Wo wurden denn die Stimmzettel gefunden? Weil sonst lege ich auch mal irgendwelche Stimmzettel hin und addieren die dann auch später auf. Die Stimmzettel wurden unter dem Tisch gefunden, auf dem ausgezählt wurde und sind beim Ausschütten der Urne offensichtlich unter den Tisch gefallen. Wie man so schön sagt. Ja, wir schaffen das auch schon noch, den Sascha auf 100 Prozent zu kriegen. Oder 10, ja. Ja. Dann beantrage ich Auszählung der Stimmzettel auf dem Boden. Da das ein GO-Antrag ist, obliegt das mir als Versammlungsleiter. Ich weise dich darauf hin, dass das kein gültiger GO-Antrag im Sinne der Geschäftsordnung ist. So, also kommen wir jetzt nun zur Wahl der Vertrauenspiraten. Ich lese gerade mal vor oder ich versuche es vorzulesen. Also die 1 ist Boris Behnke, der ist aber nicht anwesend, soweit ich weiß. Die 2 ist? Christiane Dehnfeld-Pusche. Busche. Bernd Fachinger ist die 3. Anne Päffeköfer. Alias Kia ist die 4. Und Bastian Zapf ist die 5. Damit könnt ihr jetzt, glaube ich, die Bühne verlassen. Wir nehmen den Stimmzettel 13. Sind wieder diverse Stimmzettel irgendwo verloren gegangen. Aber solange ihr nicht noch ein paar Anträge auf Wahlen von Pressepiraten, Vertrauenspiraten oder sonst was stellt, kriegen wir das dann schon noch hin. Wahl durch Zustimmung. Wahl durch Zustimmung. Ihr könnt jedem dieser Kandidaten eine Stimme geben oder auch nicht. So, ich bitte wieder die Wahlhelfer an die Position. So, da hinten sehe ich noch keine, in der Reihe 2. Wie gesagt, Stimmzettel 13. Nur Stimmzettel 13. Keine handschriftlichen Notizen, nichts durchstreichen, nur die Kreuze machen in den dafür vorgesehenen Kästchen. Oder wenn ihr ein Kreuz rückgängig machen wollt, dürft ihr das Kästchen komplett schwarz ausmalen. Das ist die einzige Möglichkeit der Korrektur auf den Stimmzetteln. So, haben wir jetzt an allen Wahlurnen 2 Wahlhelfer. Bitte nochmal die Wahlurnen hochhalten und zeigen, dass sie leer sind. Die Wahl ist noch nicht eröffnet hier vorne, bitte. Vorsichtig. Hallo, hier vorne. Habt ihr die Urne gezeigt, dass sie leer ist? Haben das Leute gesehen? Okay, gut. Dann eröffne ich hiermit die Wahl. Musik. Ding, 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 ding. D, 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 d. Jetzt ein bisschen Fahrstuhlmusik. So, kommt. Lothar Kraus. Kannst du uns mal gerade sagen, wie viele Leute akkreditiert waren? Insgesamt? 179. Kommen wir langsam mal alle wieder rein. Es gibt gleich ein Ergebnis. Ich rufe schon mal jetzt auf, dass ihr reinkommt, weil dann sparen wir Zeit. Die Julia möchte mir auch noch was sagen. So, wir haben keines, glaube ich, 18 Uhr oder so. Naja. So, da ich jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, die Versammlungsleitung wurde gekleidungstechnisch ausgestattet vom Kreisverband Kassel. Wo ist der denn? Wo ist der? Michamo? Michamo? Der ist nicht da. Ach, die bauen ihr Zelt ab. Ich habe noch eine Ankündigung tatsächlich. Es gibt noch einen Aufruf. Die AG Öffentlichkeit sucht viel Hilfe, da wir nächstes Jahr zwei Wahlen haben. Wer gerne helfen möchte, kommt um 16 Uhr, das sind 30 Minuten, ins Foyer. Also die AG Öffentlichkeitsarbeit braucht noch ein bisschen Hilfe und die möchten sich gerne um 16 Uhr treffen und wer Interesse hat, da mitzuhelfen, einfach um 16 Uhr vorne im Foyer zu sein. Und der Martin möchte auch noch was sagen. Ja, wenn wir bei Veranstaltungsankündigungen sind. Am Donnerstag, dem 8. November gibt es in Frankfurt eine Veranstaltung der SPD, wo sie ihrer Basis Open Data beibringen wollen und ich bin da der Hauptredner. Ich kann euch alle einladen, es ist am Donnerstag, dem 8. November um 19.30 Uhr, glaube ich, im Puls. Das ist die Stammlokalität der Piratenmitte. So, und dann wollte ich gerade noch... Ah, hast du ein Ergebnis? Dann gebe ich an den Wahlleiter zur Verkündung des Ergebnisses. Das muss noch... Achso, es muss noch eingetragen werden. Dann machen wir noch... Ah, ist schon. Ist schon? Okay, super. Ja. Okay, das Ergebnis zum politischen Geschäftsführer. Jetzt in echt. Wir haben 113 abgegebene Stimmen, davon gültige 110. Also alle haben es immer noch nicht hingekriegt. So, für Sascha Brandhof haben gestimmt genau 100. Gegen ihn haben gestimmt 10. Das bedeutet, er hat 90,91% der Stimmen bekommen. Applaus Und wo ist der Sascha? Ah, da. So klein und hilflos. Nimmst du die Wahl jetzt mal wieder an? Ja, der Püt redet mich hier zu komischen Sachen, aber ich tue das einfach mal so. Ja, vielen Dank, ich nehme die Wahl an. Achso, ich übergebe an die Versammlungsleitung. Ja, ja. Ich habe so ein Problem, die noch als Versammlungsleitung wahrzunehmen, so wie er jetzt neben mir sitzt. Ich bin nicht Werbung für Wiesenhof, ich bin Werbung gegen Homophobie. Ja? Ja, bitte. Und ich bin durchaus der Meinung, ich kann das tragen. Das passt sehr farblich sehr gut zu meinem Bart. Gut, machen wir mal weiter. Wir haben jetzt die Wahl des Finanzrates. Es gibt noch einen GEO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. GEO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung, § 28 Absatz 1 wird geändert, sodass die Rednerliste nach sieben Wortbeiträgen statt wie bisher 15 geschlossen wird. Begründung, sieben mal zwei Minuten sind 14 Minuten, 15 mal zwei Minuten sind 30 Minuten. Der Antragsteller geht leider hier nicht ganz raus. Das ist der Markus Brechtl. Möchtest du kurz was dazu sagen? Ja, genau. Also die Rednerliste wird zurzeit nach 15 Redebeiträgen geschlossen. Das wäre im Prinzip nach, wenn alle ihre Redezeit ausloten sind, 30 Minuten. Ich denke halt, dass nach sieben auch langen würde und da können immer noch, da ergibt sich ja schon eine Diskussion von circa einer Viertelstunde, wenn die Leute ihre Auslösung sind. Also okay, wenn die Leute eine Minute sprechen, das ist ein bisschen weniger. Aber dann ergibt sich schon, ob die Redebeiträge da sind und da könnte man schon sagen, dass das ausreicht, weil dann die Rednerliste früh geschlossen wird. Wir würden in Diskussionen vielleicht ein bisschen schneller fertig kommen. Daher der Antrag. Gut, gibt es dazu Wortbeiträge? Gegenreden? Formell? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, hebt die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote? Ich habe angenommen. Ja, der Antrag ist angenommen. Gut. Dann. Bitte? Gut. Dann kommen wir zur Wahl der Mitglieder des Finanzrates. Gibt es dafür Kandidaten? Ja. Und ich muss mir gerade raussuchen noch. Kassenprüfer, Vertrauenspirat, Folge, 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 genau. Die Wahl der Vertreter der Piraten im Finanzrat. Knut, das ist eine diffamierende Aussage, mir ein Zelt als Mantel anzudrehen. Wir können gerne unsere Brüche vergleichen und die Aufnahmeprüfung zur AG dicken Piraten machen und gucken, wer gewinnt. Ich weiß. Ich weiß, dass ich das Mikro anhabe. Wir müssen einen, ja. Wir brauchen, Knut, bei dir brauchen wir einen Fusionsbeschluss, Kombulationsbeschluss. Bei dir auch. Also das ist ein sonstiger Antrag, den müssen wir dann noch kurz vorher an. Gut, es gibt Kandidaten, einmal Knut Bench, einmal Lothar Kraus. Gibt es weitere Kandidaten für die Piraten als Vertreter im Finanzrat? Das, der Alios kann nicht kandidieren hier. Obwohl, doch kannst du, wenn dich jemand vorschlägt. Aber, gut, gibt es weitere Kandidaten? Das ist eine offene Wahl, deswegen kann ich das machen. Letzter Aufruf. Drei, zwei, eins, das nicht. Dann ist die Kandidaten des Tickets geschlossen. Möchtet ihr euch vorstellen? Ja, kommt hoch. Hoch. Brut, 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 Brut. Nein, die Wiesenhof hat eine andere. So, Knut, du darfst zuerst. Hallo, ich bin nach wie vor der Knut oder Kennert. Mir war nicht bewusst, dass dies ein Amt entsprechend ist. Ich bin auch von einer Beauftragung ausgegangen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich hier für bewerben. Für den Finanzrat, das ist eine Gruppe von Piraten, unter anderem ein Vertreter der Basis, welcher sich trifft, um über die Verteilung der Bundesfinanzen, die an die Länder ausgeschüttet wird, zu beraten. Ja, das war's. Und ich bräuchte von euch dann auch den Beschluss, dass ich eine Ämterkumulation für genau diese Versammlung betreiben darf. Danke. Vielen Dank. Lothar? Ja, ihr kennt mich. Ich bin Lothar Kraus, gestern gewählt als Schatzmeister. Ich bräuchte von euch dann auch den Beschluss, dass die Ämterkumulation für diesen einen Zweck erlaubt wird. Der Hintergrund, warum ich es für sinnvoll erachte, dass der Landesschatzmeister hier mit dem Finanzrat ist. Es hat sich gezeigt, dass eine wesentliche Aufgabe davon ist, die Finanzen der Landesverbände zusammenzutragen, die Finanzzahlen. Und da sind die kurzen Wege natürlich wesentlich besser. Und nur wenn die Gesamtfinanzzahlen für den Gesamtbund bekannt sind, dann kann auch entsprechend darüber diskutiert werden, wie man es am besten verteilt. Ich war jetzt schon seit Gernsheim Vertreter Hessens Finanzrat. Es gab dabei eine Real-Life-Sitzung in Dortmund am 1.7. und jetzt kürzlich, vorletzten Freitag, eine Mammelsitzung. Da habe ich halt auch darauf hingewiesen, jeweils, dass Hessen auch das Problem hat, dass eine Landtagswahl mit den Bundestagswahlen ansteht, hier dann auch entsprechend mehr Finanzmittel benötigt werden und wir das Problem mit der Parteienfinanzierung haben, dass Hessen dort sozusagen die Arschkarte gezogen hat. Von daher bitte ich euch zum einen um den Beschluss, die Amterkommunikation hier zu erlauben und für den Fall, dass dies erlaubt wird, kandidiere ich als Vertreter Hessens Finanzrat. Gut, vielen Dank, Lothar. Gibt es Fragen oder Wortbeiträge? Wie viele Vertreter sind denn zu wählen? Zwei. Gibt es weitere Fragen? Oder wolltest du das in Kandidaten fragen? Entschuldigung, gut. Also laut Abschnitt C der Satzung der Finanzrat, Quatsch, Abschnitt B der Satzung ist der Finanzrat, besteht der Finanzrat aus 33 Piraten, dem amtierenden Bundesschatzmeister sowie zwei Vertretern aus jedem Landesverband. Gibt es weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen an die Kandidaten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann machen wir erst die Kommunationsanträge, die Amterkommunation für Knut Bench. Wer dafür ist, hebt die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote. Damit ist der Antrag angenommen. Entschuldigung, ich habe vergessen zu fragen, gibt es zu diesen Kommunationsanträgen Wortbeiträge oder Fragen? Gut. Dann kommen wir zur Amterkommunation von Lothar Kraus. Wer dafür ist, die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Vielen Dank. Dann ist auch diese Amterkommunation bestätigt. Dann kommen wir zur Wahl. Wir haben zwei besetzende Posten, das heißt, wir wählen beide einzeln. Wer für Knut Bench ist in den Finanzrat, der hebt die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Damit ist Knut Bench gewählt. Wer für Lothar Kraus ist in den Finanzrat, hebt die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Damit ist Lothar Kraus gewählt. Und ihr nehmt sicherlich an. Ich bedanke mich und nehme die Wahl an. Und ich schließe mich meinem Vorredner an. Dann kommen wir zu einem GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Gibt ein GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Der Landesparteitag möge zurück in die ursprüngliche Tagesordnung springen und den Bereich der Satzungsänderungsanträge erst mal verlassen. Fernermögel der LPT. Ich gebe mal ganz kurz. Ganz kurz. Nein, das war meine Arbeitsstelle. Der Aufzug ist stecken geblieben. Nee, das wart ihr ausnahmsweise mal nicht. Fernermögel der LPT den sonstigen Satzungsänderungsantrag 14, Verkürzung der Einreichungsphase von 8 bis 6 Wochen vorziehen. Sonstigen Antrag 14 von 8 auf 6 Wochen vorziehen, damit das Antragsfenster für Putzbach noch offen ist. Der Antrag besteht aus zwei Punkten. Der erste Punkt ist derzeit nicht möglich, weil wir uns nicht in Satzungsänderungsanträgen befinden. Aber es geht jetzt um die Vorziehung des sonstigen Antrags 14, Verkürzung der Einreichungsphase von 8 auf 6 Wochen. Möchte der Antragsteller dazu was sagen? Ja, wir haben ja das Fristenkonzept heute Morgen beschlossen und wir wollen ja auch, dass wir ordentliche Anträge vorbereiten können und Putzbach ist halt schon in neun Wochen. Mit der verkürzten Frist befinden wir uns halt noch so, dass das Antragsfenster offen ist, um auch Anträge stellen zu können. Von daher bitte ich, dies anzunehmen, damit wir ordentlich arbeiten können in Putzbach und zwar inhaltlich. Danke. Gut, vielen Dank. Gibt es dazu Gegenreden? Das ist nicht der Fall, dann stimmen wir ab. Wer dafür ist, die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Damit ist der Antrag angenommen. So, dann kommen wir zum sonstigen Antrag 14, Verkürzung der Antragsfrist für Satzungsänderungsanträge zum LPT in Putzbach. Das steht angenommen. Was ist denn sonst? War es das? Ja, was ist denn sonst? Ja. Nee, die Satzung gibt sowas vor, dass man sowas machen kann. Ja, ja. Ja, ja. Intelligente Folgeanträge. Gut, wir kommen zu diesem Antrag. Jetzt zu diesem Antrag. Möchtest du den vorstellen, Ralf? Es ist aber ein neuer Antrag, deswegen musst du dich fragen, ob du ihn vorstellen möchtest. Gut, es ist dasselbe wie gerade eben. Dieselbe Vorstellung. Gibt es weitere Redebeiträge zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung des Antrages. Wer für den Antrag ist, hebt die blaue Karte, wer dagegen ist, die rote Karte. Damit stelle ich fest. Heißt, Putzbach hat eine Antragsfrist von sechs Wochen für Programmanträge. Dann kommen wir zur Wiedervorlage Verlängerung und Kosten des Tor-Servers. Wir betreiben einen Tor-Exit-Note bei der GPF, der German Privacy Foundation, und sind da Mitglied. Die Kosten belaufen sich auf x Euro, 59 Euro in den Mitgliedsbeitrag. Der Lothar sagt uns gleich, was es kostet. Die Kosten belaufen sich auf 700 Euro im Jahr. Hier wurde auch gerade die Frage gestellt, wer der Antrag gestellt hat. Das geht auf einen Beschluss des Landesparteitages, ich glaube vor zwei Jahren zurück, dass dieser Beschluss jedes Jahr auf Wiedervorlagen gelegt wird. Also an Frau Schausen, wo wir den Tor-Server beschlossen haben, haben wir auch gleichzeitig beschlossen, wir stimmen jedes Jahr auf den Landesparteitag über die Kosten erneut ab, um einfach immer wieder das Basisprodukt dazu einzuholen. Gut, gibt es weitere Fragen oder Wortbeiträge zu diesem Antrag? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für die Weiterverlängerung der Kosten ist, behebt die blaue Karte, wer dagegen ist die rote Karte. Vielen Dank, damit ist der Antrag angenommen. Dann kommen wir zum Programmpunkt Bestätigung der virtuellen Meinungsbilder. Wir müssen nach Satzung, alle virtuellen Meinungsbilder sind bis zum nächsten Landesparteitag gültig. Alle positionierenden virtuellen Meinungsbilder sind bis zum nächsten Parteitag gültig und wir müssen sie neu abstimmen, um sie als Positionspapiere oder als Positionen zu übernehmen. Das erste Meinungsbild war die Rückführung des Uniklinikums Gießen und Marburg in Landeseigentum. Das wurde abgestimmt, ich muss mir gerade mal die Folie hier holen, wurde abgestimmt mit Die Zahlen kann ich gerade leider nicht sagen, weil ich die nicht habe. Gibt es zu dieser, stimmt, ich kann hier im V&B nachgucken. Wie mache ich denn hier? Machen wir es so. Road minus Politik. Mit 70,4% wurde es im Meinungsbild angenommen und dann mit dem Rest ab. Hier haben wir es doch. Haha, wäre doch gelacht, wir haben ja Internet. Wurde mit 70,4% angenommen, 20,93% Gegenstimmen und 8,59% Einhaltung. Gibt es zu diesem oder gibt es zu dieser Positionierung Redebeiträge, Martin? Ich habe das durchgelesen. Ich möchte mal jemanden, der näher dran ist, aus Marburg bitten, zu erklären, ob das noch aktuell ist. Ich weiß nicht, wie lange das Meinungsbild her ist, weil gerade in dem Bereich Rückkauf oder Wiederverstaatlichung der Klinik Marburg tut sich ja beinahe täglich was und deswegen würde ich das gerne nochmal auf dem aktuellen Stand haben. Zur Information, das Meinungsbild wurde im Zeitraum vom 10.07. bis zum 25.07.2012 erhoben. Ich gebe dir zur Beantwortung das. Ich nehme dann nun Verteidigungsantrag, dann gebe ich dir das Wort. Ja, mein Name ist Jens Fricke, aus dem KV Marburg-Biedenkopf, dort auch im Kreistag vertreten. Eigentlich wollte der Christoph Steltner hier dazu sprechen, der aber sich entschuldigen lässt, weil er derzeit im Staatsexamen sich befindet. Aber ich kann dazu auch was sagen. Das Uniklinikum ist seit sechs Jahren in Besitz der Röhn-Klinikum AG. Ausgangspunkt des Vmbs war, dass eine Entlassung von bis zu 500 Mitarbeitern am Klinikum in Redestand zunächst abgestritten wurde, sich aus der Belegschaft in Eigeninitiative eine Bürgerinitiative gegründet hat zum Erhalt dieser Stellen. Das wuchs sich aus bis hin zur Unterstützung, bis hin zur Gründung eines Bündnisses, dem der KV Marburg-Biedenkopf auch beigetreten ist, zum Erhalt des Uniklinikums Marburg-Biedenkopf und der Entwicklung von Standards zur Pflege und zur gesundheitlichen Vorsorge. Dann stand an, dass Fresenius die Röhn-Klinikum AG übernehmen sollte. Der Privatisierungsvertrag mit dem Land Hessen ein Vorkaufsrecht für das Land Hessen vorsieht, wenn ein Change of Control eintritt. Das heißt, wenn die Eigentumsverhältnisse zu 90 Prozent von der Röhn-Klinikum AG an einen anderen Besitzer übergehen. Das war damals in Rede. Daraufhin wurde gefordert, dass das Land Hessen dieses Vorkaufsrecht wahrnehmen soll. Also das ist mit Rückkauf des Klinikums gemeint. Das kam nicht zustande, weil Erklepsius oder wie die werden heißt, dann wiederum mit 5 Prozent eingestiegen ist bei der Röhn-AG. Das Ganze basiert auf einem geheimen Vertrag. Die Landkreise, die Landkreistage Gießen und Marburg sowie die Städte, die Stadtparlamente Gießen und Marburg haben bereits ein letzter Satz gleichlautende Beschlüsse gefasst. Und ich würde euch bitten, mit der Annahme dieses Meinungsbildes und der Bestätigung dieses Meinungsbildes auch die Mandatsträger und die Kreispiraten in den betroffenen Gebieten zu unterstützen. Dankeschön. Gut, danke. Das ist jetzt auch wieder mehr eine formale Frage. Ich bin auch nicht sicher, vielleicht habe ich das irgendwie auch falsch gesehen, aber es gibt doch auch noch einen Programmantrag zu diesem Thema. Sind die identisch oder unterscheiden die sich irgendwo? Wäre es sinnvoll, den vielleicht vorzuziehen oder entfällt der dadurch, dass wir das jetzt annehmen? Da hätte ich einfach gerne noch mal einen Kommentar zu. Also die Versammlungsleitung möge mich hier korrigieren. Ich habe den Eindruck, dass die Satzung vorsieht, dass VNBs zunächst bestätigt werden müssen vom Parteitag. Der Programmantrag soll dazu führen, dass diese Position auch im Landesprogramm der Piratenpartei Hessen festgeschrieben wird. Und insofern gibt es einen technischen Unterschied, meine ich. Ich würde der Versammlung den Vorschlag machen. Die sind jetzt wortgleich, die Anträge. Wir diskutieren die Anträge jetzt und ich ziehe dann den Programmänderungsantrag direkt hinter die Positionierung und wir machen das in einem Abbausch, dann sparen wir uns zwei Diskussionen. Dem Applaus entnehme ich, dass das per Akklamation angenommen wurde. Nächster Wortbeitrag, bitte. Herr Knopf. Zu allen drei virtuellen Meinungsbildnern wollte ich nur kurz anmerken. An den Abstimmungen, speziell an der wir hier reden, haben sich 454 Piraten beteiligt. Das waren sehr viel mehr Piraten, als sie jemals auf einem Landesparteitag waren. Wir müssen formal, weil eben dieses Verfahren, was wir hier anwenden, manipulierbar ist, diese Dinge hier bestätigen. Aber ich möchte jedem bei der Abstimmung das zu bedenken geben, dass es hier eine ganz klare Aussage der Basis zu dem Thema gibt, weil ich glaube nicht, dass diese Meinungsbildner aktuell so manipuliert wurden, dass das alles hier Humuk ist, was da vorne steht. Von daher bitte auch beachten, wie viele Leute bei diesen Abstimmungen schon mitgemacht haben. Danke. Gut, dann gibt es weitere Wortbeiträge? Allgemein zu diesem Thema. Knopf? Okay, ganz kurz inhaltlich, warum ich diesen Antrag befürworte, auf jeden Fall. Ich kenne mich im Gesundheitsbereich und speziell im Krankenhauswesen aus und bin der Meinung, dass private Klinikunternehmen durchaus zu Problemen in der Gesundheitsversorgung führen, insbesondere in den konkreten Fall des Uniklinikums Gießen-Marburg, weil die Patientenversorgung und die Forschung, die Forschung wird nach wie vor von Land finanziert, nicht sauber getrennt ist und weil Unternehmen das Ziel haben, Gewinne zu erwirtschaften, die nicht wieder zurück investiert werden in die Gesundheitsversorgung und damit der Gesundheitsversorgung entzogen werden. Gut. Vielen Dank. Zweitere Wortbeiträge? Ich sehe das nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur ersten Abstimmung der Bestätigung der Positionierung des VMBs. Dafür ist eine einfache Mehrheit notwendig. Wer dafür ist, hier gibt es die blaue Karte, wer dagegen ist die rote Karte. Knapp, aber ist angenommen. Dann kommen wir zum selben Antrag als Programmantrag. Erst nochmal die Frage, besteht deswegen weiterer Diskussionsbedarf? Ich sehe das nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Jetzt ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Wer dafür ist, hier gibt es die blaue Karte, wer dagegen ist die rote Karte. Vielen Dank. Damit haben wir den ersten Programmantrag beschlossen. So, dann kommen wir zum nächsten VMB. Das nächste VMB. Medizinisch nicht notwendige Beschneidung an nicht einwilligungsfähigen Kindern. Ich verfahre einfach mal genauso wie vorher. Dieses VMB, das ist das VMB, das VMB Position Beschneidung 1, ist mit 74,27% Ja-Stimmen, 19,11% Nein-Stimmen und 6,363% Enthaltungen bei 649 abgegebenen von 1.923 möglichen Stimmen angenommen wurden. Ich würde auch sagen, wir verfahren immer so, dass das vorliegt am Anfang. Gibt es zu diesem positionierenden VMB Wortbeiträge? Und auch hier ziehe ich wieder den, da gibt es glaube ich auch einen Antrag zu. Gibt auch einen Antrag zu, der ist auch wieder wortgleich. Ähnlich, ich ziehe den Antrag dann dazu wieder vor. Gibt es zu diesem VMB Wortbeiträge? Dann bitte. Ist der Antrag wortgleich oder ähnlich? Das bin ich gerade am prüfen. Ja, ich weiß. Sie sind nicht wortgleich, sind inhaltlich ähnlich und wir werden die dann, also wir werden jetzt erstmal über die Positionierung reden. Und wir werden jetzt nochmal über die Positionierung reden, dann zeigen wir euch auch nochmal die Anträge und reden nochmal kurz über die Anträge. Aber wir machen das inhaltlich in einem Block jetzt. Aber es sind ja auch dann wie vorher auch unterschiedliche Abstimmungen. Also gibt es jetzt allgemein zu diesem positionierenden VMB noch Wortbeiträge? Ja, ich habe mit diesem VMB ein Problem beziehungsweise mit den drei Anträgen, dem Programmänderungsantrag 16a, b und c. denn es sind Fehler drin. Also zum einen hat sich in der Zwischenzeit was getan, nämlich die Bundesregierung hat mit Abstimmung zum 1. Oktober inklusive der SPD-Beteiligung einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sagt, dass die, das ist eine Gesetzänderung des BGB, der besagt, dass die Personensorge der Eltern ebenfalls das Recht umfassen soll, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht Einwilligungs und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zweckes das Kindeswohl gefährdet wird. Und dazu würde im Einzelfall eine gebotene und wirksame Schmerzbehandlung dazugehören. Außerdem gibt es sowieso schon eine Aufklärung über folgenden Risiken, die ist erforderlich. Dadurch ist also, es ist weiterhin eine Körperverletzung, die Strafbarkeit wird dadurch entfernt. Es wird das Kindeswohl berücksichtigt und es wird gesagt, Aufklärung und Schmerzbehandlung muss sein. Der Antrag A ist insofern auch noch fehlleitend, denn dort werden sämtliche medizinisch nicht notwendigen chirurgischen Eingriffe abgelehnt. Das bedeutet also auch Schönheitsoperationen. Das heißt also, es gibt auch durchaus Geburtsfehler, die vielleicht medizinisch nicht notwendig wären oder Entfernung eines nicht bösartigen Hauttumors. Das würde darunter auch fallen. Bitte kommen wir zum Ende. Okay. Außerdem wird dort gesagt, dass Kinder unter 14 grundsätzlich nicht einwilligen könnten. Das stimmt nicht. Zum Beispiel, wenn Ohrlöcher gestochen werden, können auch schon Sechsjährige einwilligen, denn es geht um die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Kindes und nicht, ob sie jünger oder älter als 14 sind. Ich wollte nur anmerken, wir haben damals zwei virtuelle Meinungsbilder dazu eingeholt und ich denke auch der 16a und 16b sind analog zu diesen beiden Meinungsbildern als Programmanträge gestellt und der 16c, den auch von mehreren Piraten gestellt worden ist, soll sozusagen diese beiden Positionen in diesen Meinungsbildern vereinigen, um daraus einen Programmantrag zu machen, nicht, dass wir es doppelt und redundant im Programm haben und ich würde auch bitten, dass wir vielleicht den sonstigen Antrag, falls wir dieses Programmpunkt beschließen sollten, mit verhandeln, dass wir, falls wir das annehmen, auch entsprechend, falls das Gesetz von der Bundesregierung beschlossen werden sollte oder vom Bundestag eben Verfassungsbeschwerde mit initiieren oder unterstützen, dass das auch mitverhandelt wird, dass wir ein bisschen Biss in unser Programm bekommen. Danke. Vielen Dank. Kann ich ein bisschen draufhören? Nee, einfach reden, es leuchtet. Ich habe nur eine Frage an die Initiatoren der Meinungsbilder. Wäre ganz gut, wenn du direkt ins Mikro sprichst. Ich habe nur eine Frage an die Initiatoren der Meinungsbilder beziehungsweise die Antragsteller. Ich möchte nämlich wissen, inwieweit sie sich informiert haben, nicht nur medizinisch aus eigenem Menschenverstand oder ihrer eigenen Meinung her, sondern auch Informationen eingeholt haben von Angehörigen der Gruppierungen für die Beschneidung, ich rede jetzt nur von der Beschneidung von Jungen, eine wichtige Tradition seit Jahrhunderten ist. Ist da überhaupt eine Diskussion gekommen oder ist das allein aus dem Willen der Antragsteller? Ich gehe davon aus, die Antragsteller gehören nicht zu derartigen Gruppierungen. Nächster bitte. Hallo, ich kann nur dafür werben, den Antrag anzunehmen. Jedem Menschen steht es frei aus eigenem Willen, sich beschneiden zu lassen oder sonst irgendwelche medizinische Handlungen vornehmen zu lassen. Es kann aber nicht sein, dass das in einem Alter entschieden wird, wo er das noch gar nichts von seinem vermeintlichen Glück weiß. Es ist völlig klar, wenn irgendwelche medizinischen Gründe dafür sprechen, dass dann, dass ein Kind nicht gewartet werden kann und das Kind das entscheiden kann, klar. Aber es kann nicht sein, dass aus irgendwelchen vermeintlichen Traditionen gesagt wird, wir machen das jetzt und das Kind hat keine Chance mehr, es zu korrigieren. Wie gesagt, ich will nicht das grundsätzlich verbieten, dass es solche Behandlungen gibt, aber bitte erst, wenn das Kind selbst einwilligen kann und auch nicht zu sagen, hier irgendwie, okay, wenn es sechs ist, kann es das schon entscheiden, weil es kann es dann oftmals nicht, weil es dann so ein Druck oftmals von den Eltern ausgibt oder das Kind weiß es einfach nicht besser. Also ich bitte euch, ich bitte euch herzlich, den Antrag anzunehmen. Dankeschön. Ich tue mich mit der Bewertung dieses Meinungsbildes sehr schwer. Ich stimme zu, dass die körperliche Unversehrtheit des Kindes Vorrang zu haben hat. Ich bitte aber zu bedenken, dass wir uns auch die Frage stellen müssen, welche Maßnahme denn diese körperliche Unversehrtheit am ehesten sicherstellen kann. Ein Verbot der Beschneidung, also ein tatsächliches strafbewehrtes Verbot, könnte der illegalen Beschneidung von Kindern unter nicht medizinisch sichergestellten Bedingungen Vorschub leisten. Es würde außerdem ganze Bevölkerungsschichten unter einen Generalverdacht stellen, also insbesondere auch rassistischen und religiösen Vorurteilen Vorschub leisten, wenn zum Beispiel die gesamte muslimische Bevölkerung Deutschlands unter den Generalverdacht gestellt würde, eine Straftat begangen zu haben. Ich finde eigentlich den Vortrag, ich finde strafbar, also entschuldigen, du hast mich jetzt, also ich finde verboten, aber nicht strafbar einen guten ersten Schritt, um in den Religionsgemeinschaften die Diskussion anzuregen, damit sie selbst über kurz oder lang aus eigener Vernunft und nicht durch Verbot zu dem Schluss kommen können, dass die Beschneidung nicht in Ordnung ist. Dankeschön. Gut. Knut. Hallo. Es stellt sich durchaus die Frage, ob Kinder schon eigene Menschenrechte haben und wenn sie eigene Menschenrechte haben, sollte man ihnen Entscheidungsoptionen offen halten, bis sie in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Und das ist im Endeffekt die Intention dieses Antrags und zu meiner Vorrednerin kann ich auch sagen, kulturell war es auch lange Zeit durchaus üblich, den Kindern rechts und links eine, ich sage mal, ins Gesicht zu schlagen, es nannte sich Ohrfeige und das galt als schick und strenge Erziehung. Und auch das ist eine kulturelle Geschichte, die wir in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland mittlerweile, abgelegt haben. und ich denke mir, das ist gut so und wir sollten auch dafür sorgen, dass die Unversehrtheit unserer Kinder bis zu dem Zeitpunkt, wo sie selber entscheiden können, wann immer der sein mag, erhalten bleibt. Danke. Vielen Dank. Damit war der siebte Redner in der Reihe. Damit ist die Rednerliste jetzt geschlossen. Wer noch auf die Rednerliste möchte, möge sich bitte jetzt erkennbar, ja, du kannst hier sitzen bleiben, du musst dich jetzt hinstellen, möglichst bitte jetzt erkennbar, Richtung Rednerliste bewegen. Ich schließe die Rednerliste in 3, 2, 1, 0, die Rednerliste endet hinter, den Namen schon wieder vergessen, Michael Pein, genau. Emanuel, du hast das Wort. Knut, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich und die Ohrfeige, die nicht wirklich kulturell und schon gar nicht religiös begründet ist, mit einer religiös begründeten Beschneidung zu vergleichen, ist leicht daneben. Ich sehe das Problem ähnlich wie die Julia. Ich verstehe alle Argumente, die für das Kindeswohl sprechen. Die allerdings sind eben nur die Argumenten der einen Seite. Wir haben aber das Problem, dass wir Religionsgemeinschaften haben, die zum nicht geringen Teil ihrer Religion darüber definieren, dass die Beschneidung Teil davon ist und zwar wesentlich. Bei diesem Antrag fehlt mir jede Auseinandersetzung mit der Frage, wie gehen wir damit um, dass es diese Religionsgemeinschaften gibt und wie positionieren wir uns denen gegenüber. Weil für die bedeutet dieser Antrag, ein offener Affront und da haben wir keine Option und keine Gegenlösung. Der Ansatz von der Julia wäre sicherlich ein Weg, aber sich hinzustellen und zu sagen, alle die ihre Religion so ausüben, sind aus Sicht der Piratenpartei kriminell, halte ich für problematisch und solange es da keine Gegenpositionen gibt, kann ich diesen Antrag nicht befürworten. Danke. Vielen Dank. Also ich frage mich dabei, wo man die Grenze ziehen soll. Ich meine, es gibt diverse Formen von Genitalverstümmelung. Wo zieht man jetzt genau die Grenze? Und wer soll das festlegen? Wie? Also ich bitte euch sehr dafür, einen dieser Anträge anzunehmen, weil ich denke, bei einer klaren Linie, dass wir sagen, wir lehnen jede Form dieses Eingriffes in die körperliche Unversorgtheit ab, dann setzen wir eine klare Position dafür, dass wir für die Menschenrechte auch von Kindern stehen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, dass wir uns auch noch sicherlich mit diesen Gegenargumenten auseinandersetzen müssen, die sind sehr gut, aber ich finde es wichtig, dass wir uns positionieren, dass Kinder auch Menschenrechte genießen und diese körperliche Unversorgtheit ihnen zugute kommt. Vielen Dank. Ja, die Freiheit des Individuums hört dort auf, wo die Freiheit eines anderen angegriffen wird. Kinder sind Grundrechteträger und sie haben selbst eine Religionsfreiheit, sie haben selbst das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das steht hier im Konflikt zur Ausübung der Religionsfreiheit der Eltern, also wir müssen abwägen und dann, wo wir hier sagen, wir schützen die Kinder und bewahren ihre eigenen Grundrechte, die wir als Piraten, egal für welchen Bürger verteidigen, da haben wir uns zu positionieren und das tun wir an dieser Stelle und das sollten wir auch tun. Danke. Als allererstes sollten wir andere Religionen respektieren, dann kommt immer wieder dieses Argument der körperlichen Unversehrtheit. Wichtig ist bei diesem Punkt zu bedenken, wenn das medizinisch gereikt gemacht wird mit einer Betäubung, ist überhaupt kein Problem. Ich wurde auch beschnitten und ich habe keinen Schaden davon getragen. Also wie man vielleicht merkt, dieser Brauch, denn nun, also Raphael hat es vorhin wahrscheinlich versehentlich eine vermeintliche Tradition genannt, da möchte ich nochmal einhaken, es ist ja eine tatsächliche Tradition. Die Frage ist jetzt also, ob diese Tradition mehr wiegt als diese restlichen Erwägungen. Ich möchte hier nicht die ganze Debatte wiederholen. Was ich anregen möchte, ist in Antragsform gestellt, einmal den letzten Satz dieses Textes zu streichen, wenn das noch geht, also die Strafbarkeit daraus zu nehmen. Ich glaube, bei den Programmanträgen würde das noch gehen. Ein anderer Antrag lautet auf geheime Abstimmung, denn ich persönlich halte das für sinnlos, so eine Abstimmung mit Stimmkarten durchzuführen. Ganz kurz, das mit den Ändern muss ich gerade gucken. Könnt ihr das mal in den Antragskonzept, Änderungsantrag Protter? Protter? Könnt ihr das mal prüfen, bitte mit der Änderung und ich würde bitte mal einen anderen Versandungsleit noch mit auf die Bühne und übergebe dann nämlich erstmal auch. Ich prüfe das gerade, das ist kein Problem, das machen wir jetzt so. Kommt jetzt, jetzt übernimmst du, der Volker begleitet dich und ich gehe mal das prüfen. Ich gebe, ich gebe die, nee, ich übergebe die Versammlungsleitung an Volker Berghaut. Also ich würde dringend davor warnen, die Strafbarkeit rauszunehmen aus dem Antrag, weil dann können wir im Prinzip auch den Antrag komplett ablehnen. Da gibt es einen schönen Vergleich hier zu der Abgeordnetenbestechung. Auch die ist verboten, sie steht allerdings nicht unter allen Umständen unter der Strafe. Das heißt, wenn wir sagen, es ist zwar verboten, aber wir bestrafen es nicht, läuft es letztendlich hier auf ein leeres Gesetz hinaus und dann ist es ehrlicher zu sagen, okay, wir lehnen halt den Antrag ab. Also ich sehe da keinen Sinn darin. Ja und ich sage mal, Religion ist eine Sache, die kann jeder machen, wie er will, aber die soll auch jeder sich selbst aussuchen können. Und ich sage ganz einfach, ganz klar, Kinder sind keine Menschen zweiter Klasse. Auch sie dürfen die Entscheidung selbst treffen. Es kann nicht sein, dass das schon in einem Alter, wo sie das gar nicht treffen können, von anderen bestimmt wird. Also ich gehe hier nochmal meinen Appell an euch, bitte stimmt dem Antrag zu. Dankeschön. Ich habe da eine etwas andere Meinung zu. Ich habe nämlich keine, aus folgenden Gründen. Punkt eins, das Ganze ist natürlich so ein bisschen das Geschmäckle, dass wir plötzlich Leute missionieren wollen, die tatsächlich eine Tradition haben. Auf der anderen Seite, ich kann es nicht nachvollziehen, was passiert ist, wenn die Vorhaut weg ist, aber es ist natürlich so, dass wirklich unter Umständen die Kinder geschützt werden müssen. Mir geht es aber um was anderes. Wieso wird dieses Thema hier aufgegriffen? Das Thema wird deswegen hier aufgegriffen, weil es eigentlich ein Thema ist, was andere losgelöst haben. Und ich bin persönlich der Meinung, dass wir heute hier und jetzt nicht unbedingt zu jedem und allem und auch nicht zu diesem Thema ein Statement überhaupt abgeben müssen, weil vielleicht die Diskussion noch gar nicht so weit gedient ist und weil wir ausnahmsweise mal, und das ist wirklich das einzige Beispiel, was mir einfällt, den Medien folgen, anstatt die Medien vor uns herzutreiben. Müssen wir wirklich dazu eine Meinung haben heute? Ich habe keine. Ganz kurz, das ist die Klärung von dem gerade eben. Nein, die Änderung des Antrags geht es nicht. Du hast aber die Möglichkeit, einen Dringlichkeitsantrag einzureichen, indem du das quasi auf Zettel schreibst mit deiner Änderung und dann brauchst du 50 Unterschriften. Danke. Nein, du, das war kein Wortbeitrag, das war ja, das war jetzt nur formell einfach mal. Ja, ich denke, wir müssen auch nicht bei jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, uns daran beteiligen. Die Sache ist nämlich insgesamt ziemlich kompliziert, da stehen nicht nur zwei, sondern vier Rechte gegeneinander. Das ist auf der einen Seite das Kindeswohl, wo ich auch sehr dafür bin, eben das Kindeswohl zu schützen. Auf der anderen Seite die Religionsfreiheit, das Recht der Eltern als Elternbestimmungsrecht und das Vierte ist Minderheitenschutz. Und das finde ich ganz extrem. Wir haben dort eine ethnische Minderheit. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut, Juden sind eine Bevölkerung in der Diaspora, die unter anderem dadurch durch die Pflege der Tradition das Aufrechterhalten. Und ich wende mich sehr dagegen, dass wir über die Rechte und Strafbarkeit von Minderheiten reden und darüber als Mehrheit ohne die Beteiligten bestimmen. Also ich würde auch nicht über Rechte und Pflichten von Roma, ohne mit Roma zu reden, das entschließen wollen. Und zu guter Letzt, also ich finde bei allen drei Anträgen sind eben auch Schlagstellen drin, die eben entweder behaupten, dass unter 14-Jährige noch nicht das entscheiden könnten, was nicht stimmt, die bei dem Antrag B die anderen Rechte nicht einbeziehen, also zum Beispiel die von ethnischen Minderheiten oder das Elternrecht und bei Antrag C die alleinige Entscheidungsfreiheit dem Arzt überlassen. Da wird in dem ersten Satz gesagt, grundsätzlich alle Eingriffe sind fehlerhaft und in dem zweiten wird gesagt, bei Überschneidungen soll der Arzt entscheiden. Das heißt also bei Ohrlochstechern soll dann auch der Arzt entscheiden und das also deswegen sind die handwerkliche Fehler überall. Martin, bitte kommen zum Schluss. Okay, die Redeliste ist beendet. Es gibt einen GO-Antrag von Ernst. Das ist ein Antrag auf Wiedereröffnung der Redeliste. Wer ist dafür, die Redeliste wieder zu eröffnen? Wer ist dagegen mit der roten Stimmkarte? Das ist eine Mehrheit dagegen. Die Redeliste bleibt damit geschlossen. Es gab die Information, dass es möglich wäre mit einem Geschäftsordnungsänderungsantrag mit 50 Unterschriften nochmal eine Änderung an dem Antragstext vorzuschlagen vor der Abstimmung. Da würde ich gerne fragen, ob das jemand machen möchte. Nee, ist richtig. Ganz kurz zum Vorgehen. Bastian, du hast jetzt noch ungefähr fünf Minuten Zeit. Also ich weiß, du hast es fertig geschrieben. GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Ja, der Jan möchte ein Meinungsbild stellen. Bitte formuliere die Frage. Möchtest du Bastian's Änderungsantrag unterstützen? Ja oder nein? Wer ist mit Ja beantwortet? Achso, du musst das ja machen. Also das Meinungsbild ist über die Frage, wer möchte den Antrag von, oder den Vorschlag von Basti, den Antragstext, um, vielleicht formulierst du es nochmal selber? Also ich habe ja einen Satz aufgeschrieben unter das Wort Dringlichkeitsantrag. Bei den Anträgen zum Thema Beschneidung werden Sätze, die sich zur Strafbarkeit beziehen, gestrichen, um eben dieses Element aus der Debatte rauszunehmen. Da habe ich schon zwei Unterschriften, da bräuchte ich jetzt noch 48. Quasi zeigt an, wo er hingehen muss, dass er die Unterschriften kriegt. Das ist ein Antrag auf ein Meinungsbild, deswegen wäre die Frage, wer würde den Weg, den Basti gehen möchte, unterstützen. Ich teile dem Antragsteller mit, dass da eine Menge blaue Karten sind. Gut. Also wir stimmen jetzt tatsächlich erstmal über die Positionierung des VMBs ab, ob die Positionierung bestätigt wird oder nicht. Die Programmänderungsanträge kommen dann später, weil es da Missverständnisse gibt. Ich habe es Ihnen gleichzeitig damit erklärt. Es gibt noch einen Geoantrag. Also ich hätte gern nochmal ein Meinungsbild und zwar ein Meinungsbild dafür. Seid ihr dafür oder dagegen, den Beschluss zurückzustellen, eventuell auf den nächsten Landesparteitag, bisher besser formuliert ist und die Unstimmigkeiten rausgenommen sind, dass wir da einfach Zeit gewinnen. Gut. Wer ist dafür, das zurückzustellen? Wer ist dagegen mit der roten Karte? Das war eine deutliche Mehrheit für ein Zurückstellen für den Antragsteller. Weil es etwas komplizierter wird. Der Volker kommt mal zum Brotter und erklärt ihm gerade mal, was er jetzt alles gemacht hat. Weil das wurde jetzt etwas kompliziert. Gut. Als Versammlungsleiter stelle ich einen Geoantrag, Ruhe bitte, also entsprechende Intention des letzten Meinungsbildes, stelle ich als Versammlungsleiter einen Geoantrag auf Änderung der Tagesordnung. Tagung dieser Beschneidungsanträge auf den Parteitag in Butzbach. Zur nochmal Diskussion, wie es halt jetzt gerade gefordert wurde im Meinungsbild. Das würde allerdings bedeuten, oder das möchte ich dazu sagen, das bedeutet, dass die Positionierung zwischen diesem Parteitag und dem Parteitag in Butzbach dann verfällt, weil wir dann ja nicht über die Positionierung nochmal abgestimmt haben. Ich möchte trotzdem kurz das Votum dieser Versammlung haben, wer stemmt den TO-Antrag auf Vertagung dieser Anträge zu? Die blaue Karte, wer dagegen ist die rote Karte? Ne, wer dafür ist die blaue Karte, wer dagegen ist die rote Karte? Wie schon seit zwei Tagen? Der ist jetzt schwierig. Der Ernst mal auf die Bühne. Der Ernst. Guck mal her. Mal nur die Ja-Karten. Guck mal mit. Guck dir das mal an. Bitte nur die Nein-Karten jetzt. Das ist mehr Ja. Damit ist der TO-Antrag angenommen. Dann sind die Anträge vertagt. Und wir kommen weiter in den Satzungsänderungsanträgen. Das ist auch Beschneidung. Hän? Hm? Hm? Jetzt steht hier nicht gut. Ja? Ja, der Landesparteitag reicht nicht einfach gerade am nächsten Landesparteitag ein. Gut, dann kommen wir noch zu einem VMB, das stand bei uns in der Tagesordnung jetzt nicht drin. Ja, wir kommen jetzt noch zur Bestätigung des VMBs-Programmentwurfs. Bitte? Das waren alle Anträge, die mit Beschneidung zu tun haben. Die VMBs und die Programmenträge mit Beschneidung werden auf den nächsten Parteitag verpackt. Das war es meiner. Ich hatte die PO-Änderung, das war das Meinungsbild und der PO-Änderungsantrag voraus. Ich schreibe einfach mal, nachfrage, ich mache das nachher so. Dann kommen wir nämlich weiter. So, wir haben ein VMB noch gehabt, das Meinungsbild Programmentwurf, das kommen wir jetzt noch. Kann ich euch leider nicht auf den Beamer legen, weil wir das nicht vorbereitet haben. Tut mir leid, bis wir das Bild jetzt da drin haben, sind wir auch fertig. Das Meinungsbild besagte, soll der vorliegende Programmentwurf als Programm der Piratmata Hessen bestätigt werden. Da wurde ein Programmentwurf dann vorgeschlagen. An dem Meinungsbild haben 269 von 1943 möglichen Stimmen teilgenommen. Ja, haben gestimmt 196, das sind 72,86 Prozent enthalten, haben sich 14,87 Prozent und mit Nein haben 12,27 Prozent gestimmt. Ralf? Ja, ihr kennt mich ja von der Mailingliste mit den unendlich vielen Mails, dass wir unser Programm endlich mal an den Start bekommen. Wir durch die Positionierung, das Meinungsbild haben wir ja schon, war ja versprochen von mir am letzten Landesparteitag, dass es auf die Webseite kommt, das haben wir geschafft. Auch kurz vor knapp. Ich würde euch bitten, diese Position erneut zu bestätigen und auch danach den PA005 sozusagen zu beschließen, dass wir endlich ein Programm als Grundlage haben, worauf sich dann alle anderen Programmenträge beziehen und wir jederzeit wissen, was für ein Programm wir haben. Vielen, vielen Dank. Gut. Genau, das ist nämlich dann auch der Text des VMBs. Gibt es Wortbeiträge zu diesem VMB? Also ich ziehe dann auch wieder diesen Programmantrag zum VMB vor. Das sollten wir das nächste Mal eigentlich direkt in die GO schreiben. Das so als Anmerkung für mich für das nächste Mal. Oder im Satzungsänderungsantrag. Ja, du bist. Also ich habe bei dem virtuellen Meinungsbild teilgenommen und habe den gesamten Text durchgelesen und habe bei zwei Drittel aller Anmerkungen, der Text kommt von da oder von dort, das nachgeprüft und habe keine Abweichungen gefunden. Es ist in der Tat so, dass hier nur bestätigt wird, dass die Arbeit korrekt gemacht wurde, dass alle Beschlüsse, die wir bisher gefasst haben, korrekt zusammengefasst wurden. Und wie gesagt, das haben auch noch wohl wahrscheinlich andere gemacht, aber ich kann sagen, es ist wirklich nur das gemacht worden. Es ist hier keine inhaltliche Aussage in irgendeiner Form gemacht worden, wie wir nicht vorher schon beschlossen haben. Wollte ich nur noch mal klarstellen. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Wortbeiträge dazu? Ich sehe das nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zuerst wieder zur Aufrechterhaltung der Positionierung. Wer für die Aufrechterhaltung der Positionierung aus dem VMB ist, hebt die blaue Karte. Wer dagegen ist die rote Karte? Vielen Dank, damit ist es angenommen. Dann kommen wir jetzt zu dem PA005. Gibt es da noch Diskussionsbedarf? Ich sehe das nicht der Fall. Dann kommen wir dazu ab. Jetzt brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Wer dafür ist, hebt bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Damit ist der Antrag angenommen. Fällt dir noch ein VMB ein, Ralf? Aber nichts, was du schon durchgeführt hast. Also es sind Mails von dir zu erwarten. Gut, dann kommen wir zu Satzungsänderungsanträgen. Warum? Weil das in der Tagesordnung als nächstes kommt. Bildungsantrag? Gibt es einen? Ja. Du brauchst noch vier Stimmen? Gibt es denn hier? Gibt es denn hier? Ralf? Mal nicht positionierend. Da. Übrigens, so funktioniert Zusammenarbeit, dass man auch Leuten, die man nicht mag, unterstützen kann. Gibt es denn hier? Hm? Genau. So. Nee, es gibt... Ähm, Ralf? War das Bildungs-VNB auch positionierend? Nee, ne? Sepp? Das war nicht positionierend, ne? Genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. So, es gibt einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Ja. Vorziehung des sonstigen Antrags 17. Das ist der GO-Antrag 27. Vorziehen des sonstigen Antrags Nummer 17. Das ist der sonstige Antrag mit dem Titel Basisbegehren, außerordentlichen Bundesparteitag bezüglich des Bundesvorstandes, bezüglich Neuwahl des Bundesvorstandes. Erstmal zur Tagesordnungsänderung. Gibt es da Gegenreden? Außer formeller Natur. Dann stimmen wir darüber ab. Wer ist für die Änderung der Tagesordnung für diesen Punkt? Damit ist der Antrag angenommen. Dann rufe ich sonstigen Antrag, nee, dann gebe ich die Versammlungsleitung ab an Volker Berghut. Gut, dann geht es los mit der Vorstellung des Antrags. Ralf, bitte. Ja, wir waren ein paar Piraten, die zusammen einen Antrag formuliert haben. In dem Fall sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube, 10 Antragsteller. Ich lese den Antrag einfach mal kurz vor. Und danach werde ich noch kurz was dazu sagen. Der Landesverband Hessen initiiert oder unterstützt die Unterschriftensammlung von mindestens 10% der Piratenpartei Deutschland oder Mitglied der Piratenpartei Deutschland zur Einberufung eines außerordentlichen Bundesparteitages gemäß § 9b Absatz 2 der Bundessatzung, um die Frage einer möglichen Neuwahl des Bundesvorstandes zu entscheiden und diese gegebenenfalls direkt durchzuführen. Was ich nicht möchte, ist, dass wir hier über die Arbeit des Bundesvorstandes an der Stelle kritisieren, weil er ist nämlich nicht anwesend, sondern es geht allein darum, um die Frage, dass wir, deswegen heißt der Antrag auch Basisbegehren im Vergleich zu einem Bürgerbegehren, dass wir die Basis in die Lage versetzen, darüber entscheiden zu können, mit einem außerordentlichen Bundesparteitag. Es geht nicht darum, hier jetzt Bashing in irgendeiner Art und Weise durchzuführen, sondern allein die Frage zu diskutieren, wollen wir die Basis in die Lage versetzen, dies tun zu können oder wollen wir das nicht? Danke. Also ich bin ja, ich sehe mich als Basis, ich brauche keinen Landesparteitagesbeschluss, um einen außerordentlichen Bundesparteitag und einen Landesparteitag einzubrufen, aber sehen wir es doch mal gerade so ein bisschen faktisch, wenn dieser Beschluss initiiert wird, muss der Vorstand eine Ausschreibung machen, muss genügend Piraten machen, die sich dann da finden, die sich darum kümmern und dann diese Unterschriftensammlung starten. Das sagen wir mal, es sind zehn Leute. Wir sagen, sie schaffen es in vier Wochen, die 3.500 Unterschriften zu kriegen, die nach Satzung für die Eigenberufung eines 3.500, wir haben 35.000 Mitglieder, die für die Einberufung eines außerordentlichen Bundesparteitags notwendig sind. Dafür brauchen sie circa eine Woche, damit ist die Einladungsfrist für den im November stattfindenden Bundesparteitag verstrichen und das ist ein Punkt, der muss in der Einladung erwähnt werden. Ein Bundesparteitag hat eine Vorlaufzeit in der Organisation, das weiß ich zufällig, weil ich da schon ein paar Mal daran beteiligt bin, von circa einem halben Jahr, dann sind wir circa Mitte, Ende, Anfang, Mitte, zweiten Quartal 2013. Oh Wunder, wenn man sich anguckt, Nürnberg hat sich schon in dieser Zeit auf den Bundesparteitag beworben, also es findet so und so einer statt. Es gibt auf dem Bundesparteitag in Bochum einen Antrag, der besagt, ob überhaupt der Vorstand auf dem Parteitag neu gewählt werden muss. Das heißt, wir stimmen eh demnächst darüber ab. Das heißt, wir binden jetzt für eine Aktion, die so und so stattfindet, zehn Piraten, die in den vier Wochen eigentlich sinnvollere Arbeit machen könnten, als Unterstriften sammeln, die wir im Landesverband Hessen eh nicht alleine leisten können, weil wir noch 1.400 Unterschriften brauchen, die wir im Landesverband Hessen gar nicht haben an Mitgliedern. Also wir müssen auch noch in die anderen Landesverbände. Das heißt, wir binden einfach nur Arbeitskraft und die können wir auch politisch einsetzen oder in Form von programmatischer Arbeit. Da ist sie, glaube ich, besser gebraucht. Wir sind eine Partei und kein Bundesparteitagseinberufungsverein oder so ähnlich. Vielen Dank. Ich darf dich ganz kurz unterbrechen. Wir haben nämlich etwas vergessen. Wir holen ja normalerweise nach GO ein Meinungsbild, direkt nach der Antragsvorstellung ein. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Das würde ich jetzt aber möglichst früh einfach nachholen wollen. Aber ich würde das jetzt einfach machen und wir würden dann ja weiter die Diskussion fortsetzen und am Ende dann zu einem Beschluss kommen. Deswegen würde ich jetzt fragen, wer würde dem Antrag, so wie er vorgestellt worden ist, zustimmen wollen? Das ist eine Mehrheit dagegen. Wir setzen die Aussprache fort. Bitte. Ja, also die Argumente, die Jan gerade gebracht hat, die kann ich komplett nachvollziehen. Auch ich sehe das, dass das tatsächlich technisch gesehen erst mal gar keinen Sinn macht. Denn in der Tat haben wir einen nächsten Parteitag im Frühjahr und üblicherweise wäre es ja so, dass dort der Bundesvorstand neu gewählt wird. Wir wissen aber, über die Vorständeliste ist ja die Anfrage des Bundesvorstands gelaufen, ob diese Wahl vielleicht dann doch erst stattfinden soll nach vollzogener Bundestagswahl. Das ist auch satzungstechnisch überhaupt kein Problem, dass der erst Ende des nächsten Jahres wieder neu gewählt wird. Ich denke, es ist aber so, dass wir dem Bundesvorstand, also sozusagen, wenn wir der Basis das Votum über diese Sache geben, dass wir als Landesverband Hessen damit auch ein ganz deutliches Signal setzen, die Basis entscheidet bei uns und eben nicht die Vorstände. Darum ging es uns eigentlich, also mir zumindest. Wir werden immer eine Menge Leute haben, die mit dem Vorstand unzufrieden sind, völlig egal, wer da drin sitzt. Wenn wir jedes Mal, wenn uns ein bisschen Pipifuck stört, sowas initiieren, dann haben wir nur noch Wahlparteitage und können den Parteikammer auch komplett sein lassen. Was mich irritiert bei einigen Antragstellern, es heißt immer, ja Leute, nicht immer nur quatschen und wir brauchen nicht für alles Beschlüsse, sondern einfach mal machen. Ihr seid Mitglieder des Bundesverbands, dann macht doch einfach. Wozu braucht es bitte die Legitimation dieses Landesparteitags für diese Unterschriften zu sammeln? Ich kann das Argument der Basisdemokratie an dieser Stelle nicht nachvollziehen. Der Bundesvorstand ist basisdemokratisch gewählt. Der Satzungspassus, dass er bis zu knapp zwei Jahre im Amt bleiben kann, wurde auf dem Bundesparteitag 2009 basisdemokratisch nach Diskussionen genauso beschlossen, damit er diese Möglichkeit hat. Wenn dieser Antrag, also wenn der Antrag nicht gestellt wurde, einfach nur, damit die Basis immer über alles abstimmen kann, weil das kann sie ja, dann müssen ja irgendwelche Differenzen mit dem Bundesvorstand vorliegen. Und da bitte ich einfach auch um ein bisschen Verständnis für die Mitglieder des Bundesvorstands, auch wenn man mit jeder Entscheidung nicht zufrieden ist, dass sie eine sehr schwierige Aufgabe zu erfüllen haben. Sie sind auch für solche Dinge wie Umfragewerte nicht verantwortlich. Dafür sind für alle verantwortlich, dass wir einfach mehr Themen nach vorne bringen. Und eigentlich jetzt wieder einen Parteitag nur zur Wahl eines neuen Bundesvorstands oder für die Möglichkeit zu bringen, ist eigentlich so der Inbegriff von Überköpfen reden statt über Themen. Und ich finde, wir sollten die Zeit wirklich in programmatische Arbeit stürken. Dankeschön. Auch aus meiner Sicht ist es über Köpfen reden, wenn der Bundesvorstand und der Umgehung all dessen, was wir bisher immer gemacht haben, selbst entscheiden möchte, wie lange er im Amt bleibt, nämlich die maximal nach der Satzung mögliche Zeit. Natürlich kann er das tun. Fakt ist aber, dass wir alle bisher immer im Bundesvorstand ein Jahr hatten und im Frühjahr neu gewählt haben. Ich hätte kein Problem damit, wenn der Bundesvorstand hergegangen wäre und hätte gesagt, liebe Piraten, gebt uns mal ein kurzes Feedback, was meint ihr? Und dann das Feedback bekommen und das dann machen. Die Art und Weise, wie das hier allerdings gemacht wird, dass der Bundesvorstand für sich entschließt, das so zu tun und uns das dann mitteilt, dass er das so zu tun gedenkt, das finde ich nicht in Ordnung. Egal, was wir an Satzungsänderungen damals beschlossen haben, das ist formal alles richtig. Es ist umgekehrt allerdings auch formal richtig, dass die Satzung uns die Möglichkeit gibt, diesen Unmut mit einem Bundesvorstand, der entscheidet und uns davon in Kenntnis setzt. Und nicht wie es früher üblich war, der Vorstand verwaltet die Meinung der Basis, sondern die jetzt die Basis hat, die Meinung des Vorstandes zu akzeptieren. Das wird dagegen ein Zeichen setzen und da brauchen wir keine Legitimation. Aber ich finde, es wäre ein sehr schönes Zeichen für unseres Verständnisses von Basisdemokratie, wenn wir sagen, das halten wir nicht für in Ordnung. Danke. Ich möchte kurz auf Jan und Julia eingehen. Das, was die Basis für sinnvoll erachtet, was sie arbeitet, das sollte man akzeptieren. Und wenn zehn Leute glauben, es ist mehr als sinnvoll, sich dafür einzusetzen, dann müssen wir diese zehn Leute akzeptieren, dass sie in dieser Richtung arbeiten möchten. Weil, wäre ihnen was anderes wichtiger, würden sie ja vielleicht dort dran arbeiten möchten. Und ich denke mir, dass dieser Landesparteitag auch eine Form der Organisation ist, Unterstützer hierfür zu finden und das Ganze, ich sage mal, öffentlicher zu machen. Damit zum Beispiel dann an diesem Parteitag in Nürnberg halt doch ein neuer Vorstand gewählt wird und damit das, was der Emanuel gesagt hat, eben nicht stattfinden kann. Danke. Arjos, bevor du anfängst zu sprechen. Der Beitrag von Knut war der siebte Redebeitrag. Damit schließt sich die Rednerliste automatisch. Wer noch einen Beitrag leisten möchte, müsste sich jetzt anstellen. 3, 2, 1. Ja, da kommt doch der Saal in Bewegung. Dann 3, 2, 1. Die Rednerliste ist geschlossen. Arjos, wir hören auf dich. Ja, moin. Zunächst wollte ich mal sagen, dass ich eigentlich ganz dankbar bin für diesen Antrag, dass der jetzt kommt, weil zumindest in meiner Filterbubble habe ich diese Forderung natürlich, ja quasi von Anfang an gibt es immer wieder Forderungen, der Bundesvorstand sollte doch zurücktreten oder einzelne Mitglieder. Das ist halt nur immer mega schwer zu identifizieren. so, wie, was steht da eigentlich hinter? Und dadurch würdet ihr dann jetzt einfach mal ein quantifizierbares Bild abliefern. Das ist halt mehr wert, als irgendwie, wer schreit am lautesten auf Twitter oder im Mumble. Also von daher so grundsätzlich für den Antrag bin ich dankbar. Ich kann kurz nochmal erzählen, was wir im Bundesvorstand gemacht haben. Wir haben halt genau das Thema diskutiert, haben halt irgendwie verschiedene Argumente gebracht. Dazu zählt zum einen, dass wir alle gemerkt haben für uns, dass wir quasi bis jetzt oder höchstwahrscheinlich auch noch andauernd überhaupt erstmal die Zeit gebraucht haben, um da reinzukommen, um uns untereinander irgendwie klar zu kommen, um in die Bereiche, die wir nach Geschäftsordnung übernommen haben, uns reinzufinden. Also es hat eine ganze Zeit gedauert. Ich würde jetzt mal sagen, wie drei Monate bis einem halben Jahr. Und da waren wir eigentlich alle der Auffassung, dass das nicht besonders klug ist, diese Phase genau mitten in die heiße Phase des Wahlkampfs zu legen. Das war, glaube ich, so eines der stärksten Argumente, die wir da hatten. Und es war nicht irgendwie ein, wir wollen das jetzt, wir wollen das nicht, dass der zweite Parteitag, sondern es ist einfach nur das Votum des Vorstands. Wir halten das nicht für sinnvoll, so zu verfahren. Unter anderem zum Beispiel aus diesem Grund. Ein zweiter Grund, der genannt wurde, dass es potenziell relativ schwierig werden könnte, Personal zu finden. Zum einen, weil dann eben halt auch viele dann schon auf den Listen sind, ob die dann nochmal für den Vorstand kandidieren. Dann hat man diese Ämter-Mandats-Diskussionen und vielleicht kandidiert dann jemand schon oder viele gute Leute kandidieren für den Bundestag und würden dann natürlich nicht nochmal ein Bufo-Amt anfangen. Das wäre ja auch komisch irgendwie, ich kandidiere für eine Liste für den Bundestag. Also es könnte zu einem Personalproblem kommen. Das war noch ein Argument. Aber ich glaube, meine Zeit ist so. Bitte kommst du zum Schluss, genau. Ja, das wäre so meine Two Cent. Also was ich nicht verstehen kann, ist, warum wir jetzt als Mitgliederversammlung eines Landesverbandes einen Vorstand beauftragen wollen, ein Basisbegehren durchzuführen. Also irgendwie klingt das für mich ja jetzt sehr über Bande gespielt. Ich kann verstehen, wenn der Bundesvorstand sagt, es wäre mal ein quantifizierbares Ergebnis. Aber ganz ehrlich, wer das inhaltlich möchte, Püt hat eben schon ausgeführt, wie sinnlos es von dem Zeitablauf her inhaltlich wäre, aber wer es denn trotzdem als Zeichen möchte, der hätte gestern anfangen können, mit einem leeren Blatt Papier durch die Reihen gehen und hätte, wenn er denn überzeugend wäre, 180 Unterschriften gehabt. Das wären 180 mehr, als er jetzt hat. Ich bezweifle, selbst wenn das Ding einstimmig angenommen werden würde gleich, dass wir nochmal auf 180 Positionen kommen. Also ich weiß nicht, was das soll. Die Basis muss sich durch nichts legitimieren, außer durch machen. Und der Vorstand ist nicht zu beauftragen für ein Basisbegehren. Also das Ding ist sowas von widersinnig wie nur irgendwas. Ich bitte dringend darum, es abzulehnen. Ja, da kann ich ja gleich drauf antworten. Und der Sinn der Veranstaltung war ja nicht, dass der Vorstand hier etwas macht, sondern dass wir die Mitgliederversammlung befragen, wie sie die Sache sieht. Und nichts anderes steht da eigentlich drin. Da steht, der Landesparteitag möge beschließen. Und die Frage ist, beschließt der Landesparteitag das oder eben nicht. Dass wir Unterschriften sammeln können, wenn wir das wollen, ist das eine. Aber ich denke, wir sind ja auch als Landesparteitag das höchste Gremium. Deswegen halte ich es immer noch für sinnvoll, dass wenn wir sowas machen, dass wir es von hier aus machen. Ja, wir haben uns eben auch noch mal kurz beraten. Wir können natürlich auch den Antrag einfach zurückziehen und hoffen, dass der Alios, sag ich mal, die aufgegriffene Kritik, die heute hier geäußert worden ist, mitnimmt und das auch einfach im Bundesvorstand als Gremium mal thematisiert ist. Wir in Hessen uns einfach damit beschäftigt haben. Damit wäre, glaube ich, für den Anfang auch schon mal viel geholfen. und wir können weitergehen zum Inhalt. Ralf, wir könnten... Ist das eine... Ich würde gerne ein Meinungsbild einholen, ob wir ihn zurückziehen möchten oder nicht. Ich teile dem Antragsteller mit, dass eine Mehrheit dafür wäre. Dann würden wir ihn zurückziehen. Also wir tun ihn zurückziehen. Dann ist die Aussprache damit beendet. Wir kommen zum nächsten Tag. Ach so. Möchte den Antrag jemand übernehmen? Nein. Das ist nicht der Fall. Doch, Moment. Dann haben wir einen GO-Antrag. Der Antrag ist zurückgezogen. Ich hatte gerade Alios gefragt, ob es für ihn okay ist, wenn wir einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild machen, wie zufrieden die Versammelten mit der Arbeit des Vorstandes sind. Das würde nämlich ein quantifizierbares, Ergebnis liefern. Dazu gibt es einen GO-Alternativantrag. Nein, einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes, der richtig gestellt ist. Das GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Seid ihr mit der Arbeit des Bundesvorstandes zufrieden, ja oder nein? Ich muss eine Ja-Nein-Frage stellen. Die Frage ist, seid ihr mit der Arbeit des Bundesvorstandes... ... ... Also, es ist ein GO-Antrag gestellt, es kommt von einer automatischen... Nein, es ist ein GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes, der nach Geschäftsordnung nicht abgestimmt wird, sondern direkt zur Ausführung führt. Genau, deswegen bleibt die Frage, seid ihr mit der Arbeit des Bundesvorstandes zufrieden? Wenn ihr zufrieden seid, die blaue Karte, wenn ihr nicht zufrieden seid, die rote Karte. Ich teile dem Antragsteller und dem Bundesvorstand mit, dass es ein überwiegend rotes Bild ist. Wir kommen dann in den Bereich Satzungsänderungsanträge. Da wäre der nächste Antrag, den wir verhandeln, der Satzungsänderungsantrag 3, Finanzordnung, Begrenzung der Spendenannahme. Ich sehe ein GO-Antrag. Ralf, bitte. Ja, ich... Eigentlich müsste ich ihn jetzt schriftlich einreichen, dass wir GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, ich brauche zehn Leute, die mir helfen, dass wir die Programmanträge vorziehen. Also, zehn Leute schnell an das Antragsbüro und dann formulieren wir das und können das abstimmen. Die Frage ist, wollt ihr Satzungen beschließen oder wollt ihr Programm beschließen? Ich bin eindeutig für Programm, also brauche ich zehn Unterschriften. Danke. So. Bis der Antrag gestellt ist, machen wir weiter mit dem Satzungsänderungsantrag 03. Ich bitte den Antragsteller auf die Bühne, um ihn vorzustellen. Der Erik Manneschmidt, ist der da? Der Antragsteller ist offensichtlich nicht da. Möchte jemand den Antrag für Erik übernehmen? Der Michael Stark? Also, inhaltlich geht es in dem Antrag darum, die bisherige Spendenpraxis, die sich anlehnt an die Regeln von Transparency International, noch weiter zu verschärfen, dass wir sagen, wir nehmen Geld nur von natürlichen Personen. Punkt eins. Obergrenze pro natürliche Person 10.000 Euro und das pro Jahr. Ich denke, das ist nicht nur ein Satzungsänderungsantrag, was es natürlich formal ist, es ist auch ein ganz klares Zeichen, wie wir uns das vorstellen könnten, wie sich der Politikbetrieb finanzieren soll. Deswegen werbe ich sehr stark dafür, diesen Antrag anzunehmen. Bei diesem Antrag habe ich ein Problem mit diesen natürlichen und juristischen Personen. Jeden muss klar sein, dass die natürliche Person nur die Privatleute sind, die juristische Person auch Firmen sind. Wenn wir das so irgendwie beschließen sollten, wie ich das gerade überlesen habe, hätten wir nur also die ganzen Firmen ausgeschlossen. Wäre irgendwie aus meiner Sicht Wahnsinn. Also wir sind schon sehr streng, aber Wahnsinn, wenn wir das wirklich so machen würden. Also ich kann die Intention verstehen, dass man sagt, man will da nicht von irgendwelchen Firmen abhängig sein. Ich werde mich wahrscheinlich bei dem Antrag enthalten und zwar aus einem Grund. Der Antrag klingt zwar ganz schön, aber wenn ich es darauf anlegen würde, mich irgendwie in eine Partei einzukaufen, ich darf als juristische Person nicht spenden, ja dann spende ich halt als Privatperson oder mal lasst das über eine Sockenpuppe laufen. Also ich weiß nicht, ob der Antrag so hilfreich ist. Also die Intention ist gut, aber die Wirksamkeit bezweifle ich. Ja, der Michael fragt, ob er antworten darf. Du darfst einmal je 15 Wortbeiträge antworten. Dann möchte ich dazu was sagen. Es gibt ja viele gesetzliche Regelungen zum Aufteilen von Spenden. Was du gerade beschrieben hast, wäre nämlich eine jetzt schon verbotene Praxis der illegalen Spendenstückelung. Wir gehen natürlich davon aus, dass neben unserer Satzung wir und auch unsere Spender, die uns unterstützen wollen, weiterhin an Gesetze halten, bzw. dass eben der Verstoß gegen Gesetze weiterhin auch verfolgt wird. Wir legen für uns hier eins fest, nämlich wie wollen wir uns verhalten und wie geben wir Beispiel, wie würden wir uns wünschen, wie sich der Politikbetrieb im Allgemeinen verhalten würde. Wir wirken als Partei mit an der politischen Willensbildung des Volkes und nicht an irgendwelchen Unternehmenskonglomeraten. Jeder Unternehmensinhaber kann weiterhin an uns spenden und, so ist es formuliert, jede Unternehmung kann uns auch weiterhin mit Sachmitteln ausstatten. Also etwas, was wir ja bisher haben, nämlich die Annahme von einem Server, der uns überlassen wird, entgeltlos, das ist weiter möglich. Es geht hier ganz konkret um Geldspenden. Ich möchte nicht irgendwo, dass da ein Koffer auftaucht und die dann sagen, ihr könnt es ja jetzt brauchen. Und im nächsten Jahr taucht er wieder auf und im dritten Jahr sind wir davon abhängig, dass er wieder kommt und dann sagt er, jetzt könnt ihr mir auch mal einen Gefallen tun. Genau das möchte ich nicht. Und ich denke, wir gehen hier mit gutem Beispiel voran, wenn wir diesen Antrag annehmen. Deswegen nochmal, ergänzt ihn bitte um die bestehende Gesetzeslage. Alles klar. Kleiner Hinweis noch, wir haben einen Gewinner und zwar die Nummer 018. Wer da seine Stimmkarten vermisst, die liegen hier vorne an der Versammlungsleitung. Also bei dem Antrag habe ich mit der Obergrenze zu allem kein Problem. Es ist sinnvoll, wenn man sich nicht zu sehr abhängig von einem macht. Aber mit den juristischen Personen habe ich ein großes Problem, zumal der Antrag formell einen Fehler enthält. Nämlich so etwas wie leihweise Belastung von Fahrzeugen und Technik ist keine Sachspende. Es ist allenfalls eine Aufwandsverzichtsspende und zählt zu den Geldspenden. Das heißt immer, wenn ein Unternehmen sagt, hier, ich habe zwar jetzt für dich eine Leistung erbracht, aber ich möchte zum Beispiel nur einen Teil oder gar nichts davon ausbezahlt haben, ist es eine Geldspende. Das haben wir bereits. Wir haben zum Beispiel den Messebau von in Wetzlar beim Hessentag. Da hat der Unternehmer auch gesagt, hier, das sind zwar unsere regulären Sätze, die müsste ich euch jetzt berechnen, aber ich gehe mit dem Preis ein bisschen nach unten. Das ist dann eine Spende gegen Forderungsverzicht, das zählt als Geldspenden. Ich halte es für wichtig, dass dabei die gleichen Beschränkungen und gleichen Veröffentlichungsgrenzen wie bei natürlichen Personen bestehen, aber kein generelles Verbot. Die Transparenz ist hier unsere Waffe. Ich möchte das auch ein bisschen was ausführen, was der Lothar gesagt hat. Ja, auch Aufwandsverzichtsspenden sind Geldspenden. Der Landesverband Hessen erhält seit, seit wann existieren wir? Fünf Jahren? Sechs Jahren? Seit fünf Jahren, also kurz nach der Gründung erhält der Landesverband Hessen eine Daueraufwandsverzichtsspende. Und zwar gibt es eine Firma, die der IT, die Serverhost im Rechenzentrum. Das war die, die auch gestern öfters angesprochen wurde. Wir haben, die Firma steht auf der Website, ganz klein, auf einer Unterseite, wo wir genannt haben, dass wir durch die gesponsert werden. Ich werde jetzt den Namen nicht öffentlich ins Stream raushauen. Also wer möchte, kann auf piratenpartei-hessen.de gucken, da steht es irgendwo drauf. Das machen die seit fünf Jahren. Wir haben noch nie eine Forderung von dieser Firma gekriegt. Die bewahren von uns zwei Server, einmal in Offenbach, einmal in Frankfurt an der Börse und machen das unentgeltlich. Wir haben da keinen Traffic, wir hatten keinen Traffic-Kosten in den letzten Jahren. Wir haben, glaube ich, irgendwie sogar die Server gespendet gekriegt. Das wäre mit diesem, ich bitte dem Versammlungsleiter, mir mal Ruhe zu verschaffen. Bitte hört doch mal dem Jan zu. Das wäre damit nicht mehr möglich und wir hätten Kosten in Höhe von 700 Euro zusätzlich im Monat, um das, obwohl der Chef ist Pirat, der möchte uns einfach diesen Platz geben. Er hat gesagt, er hat eh Platz, es macht keinen Unterschied für ihn und dann gibt er uns das. Das Zweite ist, Geld spenden natürlich, es muss veröffentlicht werden, aber das sagt dieser Antrag nicht. Ich bin Firmeninhaber und sage, oh, ich kann mit meiner Firma jetzt der Partei nichts spenden. Ach hier, ich zahle mir mal kurz was aus meiner Firma aus. Übrigens, hier hast du mal, Lothar, hier hast du mal 5000 Euro. Das ist genau dasselbe. Wo ist der Unterschied, ob eine Firma mir Geld spendet oder ob der Chef das Geld spendet? Dann müsste man auch noch die Spenden von Managern und Firmenchefs verbieten. Danke. Ja, genau. Also das eine, was ich kurz vorweg sagen wollte, eine juristische Person, also eine Firma, das ist einfach ganz häufig der Handwerksbetrieb mit zwei Angestellten. Also das ist nicht immer irgendwie der Monsterkonzern, bei dem man den Verdacht hat, der schiebt damit massig Lobbyarbeit attraktiv unter. Das Zweite ist aber, das finde ich eigentlich den wichtigeren Punkt, wir machen uns nicht abhängig davon, dass Firmen Geld spenden, solange, also ich meine, worin bestünde so eine Abhängigkeit? Darin, dass wir anschließend, wenn eine Firma kommt, ja, also nehmen wir beim letzten Landesparteitag gab es das schöne Beispiel, Google kommt, stiftet der Partei 50.000, 100.000 Euro und erwartet, dass wir Google-freundliches Programm machen. Machen wir das? Werden wir deswegen Google-freundliches Programm machen? Ich meine, das Programm entscheidet doch immer noch so einen Landesparteitag, das entscheiden VMBs und so weiter und ob wir, wenn da Geld irgendwo rumliegt, uns davon, dass bestimmte Programmpräferenzen vorbeten lassen, also da habe ich doch einfach starke Zweifel. Insofern sehe ich diese Abhängigkeit, die da entstehen könnte oder die Käuflichkeit, also dieser Antrag formuliert quasi einen Verdacht gegen die Basis, finde ich, der völlig unpassend ist. Ich sehe ergänzend zum Jan, der das, finde ich, sehr schön dargestellt hat, vor allem das Problem, dass Spenden ja nicht ausschließlich bei der Gliederung bleiben, wo sie eingehen, außer sie sind zweckgebunden. Das heißt, bundesweit haben wir eine andere Regelung, diese Beschränkung nicht. Wenn also eine entsprechend große Spende eingeht, kann der Landesverband in deutlich größerer Höhe, als es hier beschränkt ist, profitieren, können wir auch nichts gegen machen. Deswegen halte ich relativ wenig davon, einen hessischen Sonderweg für Geldspenden anzugehen, wenn, dann müssen wir das auf Bundesebene regeln, unabhängig, wie gesagt, zu den richtigen Sachen, die der Jan gesagt hat. Gut, damit ist die Frageliste besprochen. Michael, möchtest du noch mal darauf antworten? Sehr vieles Gutes gesagt worden, ist nur leider zum Teil sachlich falsch. Dieses Beispiel, ich bin der Firmeninhaber eines Kleinunternehmens, entnehme das Geld dem laufenden Betrieb und entspende es dann der Partei. Läuft nämlich erst mal so, dass es eine Gewinnausschüttung, also gehen wir davon aus, dass Unternehmen Gewinn an die Privatperson ist, dann zahlt er darauf Steuern, das muss er sich also erst mal überlegen, ob er das möchte und er kann dann als Privatperson seine Spende auch wieder steuerlich gelten machen und es wird eben aufgerechnet gegen dieses Limit. Können die juristische Person und die Privatperson spenden, gilt für die Privatperson nach wie vor das Gleiche, während der Mittelabfluss für das Unternehmen nirgendwo erfasst ist, weil Unternehmen dürfen sehr wohl an Parteien spenden, allerdings sie dürfen die Spende nicht steuerlich abziehen. Das ist also erst mal der sachliche Unterschied. Der nächste Punkt ist ja nicht, wir kriegen heute eine Spende und dann die Aufforderung, jetzt entscheidet bitte Gesetze in diesem oder jedem Sinne, sondern meine Befürchtung ist, dass wenn wir regelmäßig Spenden kriegen, uns einfach an die Menge an Geld, die zur Verfügung steht, gewöhnen, sie ausgeben und dann auf einmal die urplötzliche Angst eintritt, wenn die Spende nächstes Jahr nicht mehr kommt, oh wir kriegen unseren Parteitag nicht hin, wir kriegen unser Rechenzentrum nicht hin, wir kriegen dieses oder jenes nicht hin und dass dann im vorauseilenden Gehorsam jeder so ein bisschen darüber nachdenkt, der Spender meint es ja eigentlich gut mit uns, der hat es ja schon ein paar Jahre bewiesen, dass er es tut und wir müssen auch gar nicht über 100.000 oder 200.000 Euro reden, es macht schon einen Unterschied, ob es 10.000 oder 20.000 Euro sind und nochmal das Signal dieser Satzungsänderung über ihre Verbindungswirkung für Hessen hinaus ist einfach zu sagen, was wäre denn, wenn es jeder täte, jeder andere Piratenlandesverband, der Bundesverband, aber auch die anderen politischen Parteien, einfach mal zu zeigen, diesen Politbetrieb unabhängig von den Wirtschaftsbetrieben zu machen, das ist das eigentliche Signal dahinter. Alles klar, damit kommen wir jetzt zur Abstimmung, wer dem Antrag zustimmen möchte, dem bitte ich um die blaue Karte, die Ablehnung die rote Karte, es ist ein Satzungsänderungsantrag, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Ich stelle fest, dass eine Mehrheit dagegen ist, damit ist der Antrag abgelehnt. Es liegt jetzt ein GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung vor, der Antragsteller ist Ralf Praschack, der liegt hier schon fix und fertig auf dem Tisch, ich weiß nicht, ja, wenn du noch mehr im Schilde führst, dann also der Antrag lautet, die offenen Programmanträge werden den offenen Satzungsänderungsanträgen vorgezogen. Die notwendigen Unterschriften sind da, deswegen würde ich den jetzt zur Abstimmung stellen, wer ist dafür, die Programmanträge jetzt vorzuziehen? Wer ist dagegen? Rote Karten, das ist eine deutliche Mehrheit, damit machen wir weiter mit Programmanträgen. Der Ralf hat einen GO-Antrag auf was? Einen GO-Antrag auf Einung eines Meinungsbildes, weil als erstes wir der PEA 001 Bildung am Start stehen, da stehen auch sehr viele konkurrierende Anträge an, das sollten wir vielleicht nicht kurz vor knapp hier machen, deswegen würde ich ein Meinungsbild einholen, ob wir hier und heute Bildung behandeln wollen oder ob wir das in Spach tun wollen. Wollen wir heute hier Bildung behandeln, ja oder nein? Also wer dafür ist, dass wir hier die Bildung behandeln, den bitte die blaue Karte, wer das nicht möchte, die rote Karte. Möchte jemand die Gelegenheit zur Gegenrede, es gibt eine automatische Gegenrede, wird ohne Gegenrede abgestimmt auf Meinungsbild. Also das Bild war aber deutlich ablehnt, das heißt, ich teile dem Antragsteller mit, dass die Versammlung das nicht wünscht. Also das nicht hier behandeln möchte. Dann wären wir jetzt im Punkt Programmanträge, oder? Dann wären wir jetzt im Bereich Programmanträge, das geht los mit dem PA001 Bildungsprogramm. Angesichts des gerade eben durchgeführten Meinungsbildes, gibt es dazu GO-Anträge? Das Meinungsbild hat gerade gesagt, dass eine Mehrheit der Versammlungen die Bildungsanträge nicht hier beschließen möchte. Ja, Christian? Also dann übernehme ich den daraus für mich zwingend folgenden GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, dass das zurückgestellt wird. Die Versammlungsleitung könnte das machen, die macht das dann auch mal. Julia? 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 Genau. Ja. Also dann machen wir es so, wir stellen einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung und im Rahmen der Diskussion zu diesem GO-Antrag können wir dann von der Antragskommission dazu ein Statement hören und auch noch eine kurze Aussprache machen. Insofern würde ich jetzt den Antrag stellen, die Tagesordnung zu ändern und die Bildungsanträge zurückzustellen und stattdessen mit dem PA-002 Rewrite und Erweiterung des Kapitels Mehr Demokratie und dann den folgenden Programmänderungs- oder Programmanträgen fortzusetzen. Dann gibt es eine Gegenrede bzw. ein Statement von der Programmkommission. Also ich versuche das mal neutral zu formulieren. Wenn wir diesen Bildungsantrag behandeln, haben wir ein Problem. Wir haben nämlich zu dem Antrag A 26 Minimaländerungsanträge bekommen. Diese werden wir heute nicht behandeln können de facto. Dann stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Also ich will das jetzt mal die Versammlung gar nicht vorweg wehnen, ob wir Bildung machen oder nicht. Ich will nur auf dieses Problem hinweisen, dass wir in diesem Bildungsblock nicht wie es im Wiki steht, nur vier Anträge haben, sondern tatsächlich dann 30 Anträge. Und da müssen wir irgendwie mit umgehen. es gäbe die Möglichkeit, die Anträge, die auf der Versammlung gestellt wurden, dass sie ans Ende der Tagesordnung verschoben werden. Ich habe auch schon mit Sebastian geredet, der kommt auch gerade und ich glaube, ich weiß auch, was er machen wird. Also wir müssen uns jetzt entscheiden. Ich würde da gerne einen GO-Antrag auf Meinungsbild stellen, ob die Anträge, so wie sie im Wiki stehen, behandelt werden sollen und dass die auf der Versammlung eingereichten Anträge an das Ende der Tagesordnung gestellt werden und dann behandelt werden. Andernfalls sehe ich keine Möglichkeit, dass wir Bildungsanträge machen. Ich würde jetzt den GO-Antrag, wir sind ja in der Diskussion zu einem GO-Antrag, das heißt, ich würde den jetzt nach der Diskussion zu diesem GO-Antrag verschieben. Gibt es noch eine Aussprache zu dem GO-Antrag, die Bildungsanträge hier nicht zu verhandeln, sondern mit dem PA-002 fortzusetzen? Also ich habe diese 26 Anträge gestellt, das sind Änderungsanträge an den Unterantrag A, die ich, sage ich mal, aufgrund vorheriger Vorkommnisse nicht vor dem Parteitag verhandeln konnte. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Von mir aus ziehe ich da von den größten Teil zurück, können wir darüber reden, müssten wir halt irgendwie uns über eine Modalität klar werden, wie das in Zukunft laufen soll. Ich fände es, also mir ist zumindest zu Ohren gekommen, dass eine Möglichkeit ist, dass diese Anträge absichtlich gestellt wurden, um den Prozess zu verlangsamen. Ich will dir das jetzt nicht unterstellen, ich denke aber, dass die beste Möglichkeit weiterzumachen wäre, dass du diese Anträge zurückstellst. Wir haben sehr bald, also dass du alle 26 Anträge erstmal zurückziehst, weil auch niemand die Möglichkeit hatte, sich darauf vorzubereiten, dass wir den Bildungsantrag und den einen konkurrierenden Antrag, der vorher drin war, behandeln und du dann einfach Änderungsanträge, falls er angenommen wird, zum nächsten Programmparteitag stellen kannst, der ja sehr bald ist. Also das wäre in dem Fall meine Bitte an dich. Das, was die gesagt hat. Es ist auch so, wir haben jetzt dieses ganz dicke Bildungspaket, wo wir schon ganz oft drüber gesprochen haben. Ich fände es gut, wenn wir das jetzt erstmal abarbeiten könnten und alle Änderungswünsche, wo wir hier noch was drehen wollen und da noch was drehen wollen, dann vielleicht wirklich beim nächsten Bildungsparteitag machen, beim nächsten Programmparteitag machen können. Bastian, du hast jetzt nicht das Wort. Ich? Nein, der nächste Redner ist der Sepp, beziehungsweise, nein, okay. Ja, ich würde es auch begrüßen, wenn die Bildungsanträge, also dieses A, B, C, heute noch hier besprochen werden könnten. Ich habe auch einen oder zwei von denen gestellt, nicht B und C. B ist der Versuch, ein etwas grundsätzliches, eine grundsätzliche Meinung zu entwickeln, ohne konkrete Forderungen. Ich hatte eigentlich vor, dass man, wenn man grundsätzlich weiß, in welche Richtung es gehen soll, dass man auf der Basis eben konkrete Programmforderungen entwickeln kann zum Parteiprogramm-Tag. Und wenn die grundsätzliche Richtung nicht klar ist, fällt das eben schwer. Deshalb wäre mir recht, wenn es jetzt noch der Grundsatzwegentscheidung fallen könnte. Danke. Auch wenn wir jetzt den 1er und den 1a und den 1b diskutieren würden, das würde uns die letzte Zeit dieses Parteitages kosten. Wir haben vielleicht noch ein, zwei Programmanträge, die wir wirklich schnell beschließen könnten. Ich würde auch ein paar von meinen zurückziehen, sodass andere Antragsteller, die nach mir gekommen sind, die Chance haben. Und ich würde auch ganz gern noch am Ende ein paar Beschlüsse, sonstige Anträge für die kommenden Wahlen beschließen, weil wir haben noch ein Problem mit der Aufstellungsversammlung. Wir müssen, wir können auch formell am Ende beschließen, müssen an den Wahlen teilnehmen. Das würde ich auch gern noch machen. Die gesamte Diskussion vom Bildungswillen uns alle restliche Zeit kosten. Und deswegen bitte in Butzbach. Danke. Bei diesen Änderungsanträgen, da gibt es auch noch einen Hintergrund, der vielleicht nicht offensichtlich ist. Wenn man einen Änderungsantrag, einen bereits gestellten Antrag stellt, braucht der nur die... Ach nee, es ist keine Satzungsänderung, darum ist es egal. Okay. Okay. Das war der siebte Redebeitrag. Die Redeliste wird damit geschlossen. Nein, ich muss keine Redeliste zumachen. Ich habe es aber gemacht. Und wir haben jetzt noch zwei Redner drauf. Und danach würde ich dann zur Abstimmung über den GO-Antrag kommen. Ich ziehe die Änderungsanträge an Antrag 001a zurück, verspreche aber, dass sie auf dem nächsten Parteitag nochmal kommen werden. Sollte der angenommen werden. Ich würde gerade gebeten, noch dazu zu sagen, dass der Antrag, den ich gestellt habe, also das mit der Nummer B, dass das Grundsatzprogramm der Berliner Piraten ist, dass es, dass nämlich eins zu eins da rein kopiert ist. Danke. B oder C? Eins von beiden. Ich war eigentlich dagegen, jetzt schon wieder über Bildung. Ich habe mir jetzt neulich schon mal einen Sonntag, dieses Jahr schon mal einen Sonntag mit Bildung verbracht. Ich war eigentlich dagegen, jetzt schon wieder über Bildung zu reden. Aber die Idee zumindest mal ein paar grundsätzliche Positionen festzulegen, wenn man sich denn da auf diese einigen kann, um auf der Basis dann zum Beispiel im nächsten Parteitag ein paar mehr konsensfähige Anträge zu haben, finde ich gut. Von daher wäre ich eher dafür, dass wir doch noch Bildung machen heute. Gut, damit ist die Aussprache zu dem GO-Antrag geschlossen. Dann kommen wir zur Abstimmung. der GO-Antrag lautet auf Änderung der Geschäftsordnung, dass wir mit dem PA-Tagesordnung, Entschuldigung, Änderung der Tagesordnung, dass wir mit dem Programmantrag PA 002 weiter fortsetzen und die Bildungsanträge zurückstellen für Brutzbach. Wer wäre für diesen GO-Antrag? Wer wäre für diesen GO-Antrag? Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag angenommen und wir machen weiter mit dem PA 002. Da der auch relativ komplex ist, ziehe ich ihn zurück. Möchte jemand den Antrag PA 002 übernehmen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann kommen wir zum PA 003. Der ist relativ einfach. Es geht darum, dass wir in Hessen weder ein Informationsfreiheitsgesetz haben. Wir haben auf der kommunalen Ebene auch kaum Informationsfreiheitssatzungen, was uns behindert in der kommunalen Arbeit. Und wir haben in Hessen auch kein Transparenzgesetz, wie es jetzt in Hamburg beschlossen worden ist. Der Martin und ich, ich habe die Idee gehabt, der Martin hat es verbessert. Das ist ein Antrag, dass wir beides für Hessen in unserem Programm fordern und ich bitte um Zustimmung. Danke. Gut, wir haben das Prozedere, dass wir automatisch ein Meinungsbild einholen. Wer würde dem Antrag in der Form zustimmen? Wer würde ihn ablehnen mit der roten Karte bitte? Ich teile dem Antragsteller mit, dass es ein sehr positives Meinungsbild dazu gibt. Es gibt trotzdem die Möglichkeit zur Aussprache und zu Wortbeiträgen. Dann bitte jetzt ans Seilmikrofon. Okay. Ich habe hier einen GO-Antrag. Ich würde den vielleicht gerne zurückstellen, bis wir diesen Punkt jetzt erledigt haben. Ich sehe nämlich keine Redebeiträge. Dann machen wir die Abstimmung erstmal zu Ende. Also wer würde dem Antrag PA 003 zustimmen? Wer wäre dagegen? Rote Karte. Damit ist der Antrag angenommen. Wir haben schon den zweiten Programmantrag angenommen. Den PA 0050 auch zurück, dass Sie andere Antragsteller drankommen können. Danke. Der PA 005 ist zurückgezogen. 004? Also es geht auf jeden Fall jetzt erstmal weiter mit einem GO-Antrag von Sascha Brandhoff. über das Vorziehen des sonstigen Antrags SA 019 zur sofortigen Aussprache und Abstimmung. Sascha, möchtest du dazu was sagen? Sascha, wo bist du? Ich suche ihn auch gerade. Wo zum Geier ist SA 019? Entschuldigung, ich bin schon 30. Ja, der Antrag handelt darüber, dass wir, also dass ich gerne möchte, dass der Landesvorstand sich darum bemüht, einen Hilfsfonds für kommunale Mandatsträger oder Mandatsträger in irgendeiner Form, die wir irgendwann mal haben, einrichtet, der sich darum dreht, dass wir dort Geld ansammeln, um eben denen, die etwas veröffentlichen aus Parlamenten, was da vielleicht nicht hätte rausgesollt. Im kommunalen Bereich ist das in einerseits mit Bußgeldern belegt. Wir hatten auch den Fall, dass es zum Beispiel sein kann, dass Gutachten veröffentlicht werden, die vielleicht im Urheberrecht unterstehen, dass da noch zivilrechtlich was nachfolgen kann. Dass diese Leute juristische und finanzielle Hilfe unterstützen, wenn sie das eben veröffentlichen. Entschuldigung, aber bitte nicht den Antrag vorstellen, sondern nur den GO-Antrag. Achso, Entschuldigung. Das wusste ich, sorry. Ja, also der GO-Antrag geht einfach nur darum, dass wir diesen Antrag vorziehen, beziehungsweise dass wir diesen Antrag abstimmen und das ist der GO-Antrag. Danke. Okay. Dann eine Gegenrede. Formell. Genau, ist automatisch formell. Wir stimmen über den GO-Antrag ab. Wer möchte, dass wir den Antrag sofort vorziehen? Wer ist dagegen? Die roten Karten. Genau. Der Antrag ist angenommen. Dann machen wir weiter mit dem SA 019. Und ich bitte Sascha, den Antrag vorzustehen. Ja, wie eben schon gesagt, es geht nur darum, dass der Landesvorstand einen Hilfsfonds einrichtet, der dafür da sein soll, um eben Mandatsträgern auf jeder Ebene, Ortsverbände, Ortsbeiräte, Kreistage, whatever, wo wir auch immer sitzen, dass dieser Fonds diese Leute unterstützt, wenn sie etwas veröffentlichen, was sie hätten nicht veröffentlichen dürfen. Dass wir da einfach eine finanzielle Absicherung schaffen oder halt auch juristischer Art, dass diesen Leuten geholfen wird, wenn sie Transparenz schaffen. Danke. Dann holen wir ein Meinungsbild zu dem Antrag ein. Wer könnte dem Antrag so zustimmen? Wer würde ablehnen, gleichzeitig mit der roten Karte? Das Meinungsbild fällt deutlich positiv aus. Dann kommen wir zur Aussprache. Martin. Ja, bevor es jetzt wieder heißt, irgendwie das Land Hessen hat kein Geld und wir müssen alle unser Geld für die Wahlen nächstes Jahr aufsparen, wollte ich mal eine Dimension setzen. Also wenn ich nach HGO Paragraph 24a dagegen verstoße und Sachen leake, droht mir ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro. Also das ist so der Rahmen. Also ich finde den Antrag an sich auch gut. Da stimmen wir auch zu. Die Frage ist aber tatsächlich, wie hoch soll dieser Fonds denn ausfallen? Also bis zu welchem Betrag soll der denn eigentlich gehen? Wo ist das festgelegt? Das ist eine gute Frage. Meine Frage ist, ist das nicht ein Aufruf zu illegalen Handlungen am Ende und könnte uns das nicht in der Öffentlichkeit negativ ausgelegt werden? Also die Idee dahinter ist natürlich, dass der Landesverband kein Geld da selbst rein tut, sondern dass der Fonds mit Spenden aufgefüllt wird und das einfach zusätzliche Mittel sind, die dann einfach zur Verteidigung unserer kommunalen Abgeordneten möglich sind, falls es mal zu einem Fall kommen sollte. Und ich denke, vielleicht können wir das in den sonstigen Antrag noch mit aufnehmen, dass der gegen Spenden aufgefüllt wird und dann hätten wir diese Problematik aus der Welt und wir könnten es beschließen. Danke. Ja, ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Antrag eine konsequente Fortsetzung unseres Programminhaltes zur Unterstützung von Whistleblowing wäre. Frage hat vor. Ich meine, es ist tatsächlich so, wer fragt? Wirklich Frage an die, die sich da jetzt auskennen, also den Antrag gestellt haben. Gibt es bei Wiederholung der Vergehen verschärfen sich die Strafen? Kommt es irgendwann zu einem Gerichtsverfahren? Also wegen der Anwaltskosten frage ich danach. Weil wenn jetzt erstmal nur Ordnungsgeld, jedes Mal 1.000 Euro, okay, aber sind es beim nächsten Mal 2.000 oder ab dem vierten wird man dann verknackt oder sowas? Das würde mich einfach mal interessieren für die, die sich da jetzt auskennen. Also ich muss dazu sagen, ich bin da jetzt auch nicht ganz im Bild, aber soweit ich informiert bin, handelt es sich um ganz normale Ordnungswidrigkeit, deswegen auch das Bußgeld, das sich nicht erhöhen dürfte. Aber Emanuel steht ja da vorne, der ist ja so ein Rechtsmensch, der weiß da vielleicht nicht mehr und kann das ein bisschen für mich mit beantworten. Kannst ruhig Justizwechsel sagen, das hat sich ja etabliert. Schöne Grüße an Herrn Zapf. Also ohne da jetzt allzu viel dazu zu sagen, vielleicht im Zusammenhang mit dem Antrag. In dem Antrag steht nicht drin, dass die kompletten Kosten übernommen werden. In dem Antrag steht was drin von finanzieller Hilfe und das wird sich sicherlich am Fall zu orientieren haben und darum, wie viel Geld in der Kasse ist, die da aufgefüllt wird. Es geht, und da schließe ich an meinen unmittelbaren Vorredner, nicht vor, frage er an, es geht darum, hier das Programm fortzusetzen und mit Leben zu erfüllen, praktisch umzusetzen. Deswegen finde ich das hervorragend. Und die Einzelheiten, denke ich, die kann man dann klären, wenn so ein Fall auftritt. Natürlich wird es immer schwerer, je öfter ein und dieselbe Person eintritt. Der Bastian sei beruhigt. Die Tatsache, dass man Menschen juristisch unterstützt, ist Gott sei Dank für meinen Berufsstand bislang nicht strafbar. Gut, damit ist die Aussprache beendet. Oder? Gibt es... Achso, gibt es noch... Wortbeitrag nicht. Alles klar. Dann ist die Aussprache beendet. Der Antragsteller hat noch eine Frage. Es gab eine Anregung von Ralf, dass man den Antrag ergänzt durch einen sonstigen Antrag. Oder kannst du das nochmal kurz? Ja, sonstige Anträge können wir auch trotz unseres Fristenkonzeptes, was wir heute Morgen beschlossen haben, jederzeit ändern. Deswegen würde ich einfach... Ich bin ja Mitantragsteller. Ich würde den Sascha einfach bitten, dass wir spendenfinanziert mit dort hineinschreiben. Dann ist es klar, dass kein zusätzlichen Mittel reinkommen. Und das würde ich dann gerne beschließen. Und einfach, dass wir diesen Antrag so ändern und es nur einen Antrag gibt, wenn der Sascha zustimmt. Ja, gerne. So, jetzt... Genau, dass da ein spendenfinanzierter Hilfsfonds dort steht. Okay. Genau. Gut, dann würden wir den Antrag mit dieser Änderung, mit der Formulierung spendenfinanzierter Hilfsfonds zur Abstimmung stellen. Dann, ja gut, jetzt ist der Antrag geändert. Das heißt, ich würde nochmal die Gelegenheit für Wortbeiträge geben, weil es ja ein Stückchen geänderte Grundlage ist. Bitte, Lothar. Eins muss man dabei beachten, wenn es um mehr als Rechtsbeistand geht, sondern wenn es auch darum geht, eventuelle Bußgelder dazu zu übernehmen, ist es mit Spenden extrem kritisch, weil das ist nicht Steuerungs... wird nicht über die Steuer gefördert. Das heißt, wir als Partei dürfen für sowas zum Beispiel keine Spenden annehmen und auch im Prinzip kein Geld dafür ausgeben. Für ganz normale Beratung oder Rechtsbeistand sieht das natürlich anders aus. Da können wir. Lothar, ich glaube, wenn wir jetzt einen Spendenfonds aufmachen für Gliederungen, für juristische und für juristische Hilfe benötigen, weil sie was gewisse Blut haben, solange das nur für Gliederungen geht, ist es möglich, da einen Spendentopf aufzumachen. Weil dann bleibt nämlich das Geld innerhalb der Partei und ist eine normale zweckgebundene Spende. Okay, wenn es nicht an die kommunalen Ebenen... Also wenn es nicht an die Mandatsträger geht, wäre das tatsächlich möglich, aber die Mandatsträger haben ja auch immer noch die Möglichkeit, ihre Dokumente, die sie geleakt bekommen haben, an ihren Kreisverband zu gehen. Das ist dann übrigens auch für die Mandatsträger prinzipiell besser, weil wenn ein Mandatsträger ein Dokument liegt, nur im Bundestag gibt es diese Immunität, und darunter gibt es sie nicht so wirklich, dann bekommt der Mandatsträger gegebenenfalls auch noch privat-persönlich Probleme, juristische, und es ist immer besser, wenn die Gliederung das veröffentlicht. Und dann würde ich nämlich dem Sascha vorschlagen, die Mandatsträger rauszunehmen und dann ist das nämlich auch finanziell ein sauberes Ding, dass ich explizit für juristische Sachen, für Whistleblower einen Spendentopf aufmache und dann kann ich auch zweckgebunden dafür spenden und kann diesen Topf dann auch zweckgebunden dafür verwenden. Da wäre eigentlich eine Frage an Lothar gewesen, wenn wir noch treuhändisch hinzufügen, dass es nichts mit der Parteienfinanzierung zu tun hat, wären wir dann auch aus der Nummer draußen, dass wir es einfach verwalten dürften für unsere Abgeordneten? Das wäre eine Verständnisfrage an Lothar, ob das so auch möglich wäre? Es muss dann halt wirklich komplett von den Parteienfinanzen getrennt sein. Das heißt, die Partei darf damit dann nichts zu tun haben, es darf nicht in keinem Rechenschaftsbericht auftauchen. Nach intensiver Verfolgung der Diskussion habe ich mir mal den Eindruck, wir sind wieder mal alle ziemlich ahnungslos und entscheiden jetzt wahrscheinlich irgendwas, was nach so und so Gesetz gar nicht möglich ist oder es muss noch mal korrigiert werden, wie wäre es denn bis zum nächsten Parteitag, hat er noch ein bisschen Zeit, das Ganze noch mal rechtlich abzuprüfen, die richtigen Leute dazu einzuladen und diesen Antrag dann wieder vorzulegen, anstatt jetzt hier irgendwas wieder mal völlig fachlich inkompetent zu entscheiden. Danke. Ich würde meinen Antrag unter der Voraussetzung, dass der Emanuel da ein bisschen mit dabei ist oder andere Rechtsanwälte aus unserer Partei zurückziehen und zum nächsten Putzbacher LPD einreichen. Okay, Sascha zieht den Antrag zurück. Möchte ihn jemand übernehmen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das wäre jetzt, Ralf gehört zu dem PA 004 zurückgezogen. Das heißt, wir kommen PA 005. Möchte jemand den PA 004 übernehmen? Nein? Dann kämen wir zum PA 005, der Programmgrundlagenantrag. Den haben wir schon beschlossen, das ist fantastisch. Dann haben wir PA 006, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Stellst du den bitte vor? Ja, der Antrag war ursprünglich vom Johannes Britz, der kann jetzt leider nicht da sein. Johannes kommt aus der Bergstraße, hat die Anreise diesmal nicht geschafft. Kurze Zusammenfassung. Beim PA 006 geht es um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Das Ganze ist 2009 ratifiziert worden. Die Umsetzung in Deutschland ist mehr als ungut, um das mal freundlich auszudrücken. Das Ganze war im hessischen Liquid Feedback. Vielleicht kurze Zusammenfassung. UN-Behindertenrechtskonvention geht hauptsächlich darum, die Menschen mit Beeinträchtigung am Leben teilhaben zu lassen und eben die Barrierefreiheit durchzusetzen. Wie gesagt, das Ganze war im hessischen Liquid Feedback, wurde positiv beschieden. Und ich würde mich freuen, wenn sich der Parteitag anschließen könnte. Dankeschön. Gut, dann wurde der Antrag vorgestellt. Wir kommen zu einem Meinungsbild. Wer könnte dem Antrag so zustimmen? Wer könnte dem nicht zustimmen? Ich teile dem Antragsteller mit, dass es eine deutliche Mehrheit gibt. Wir kommen zur Aussprache zu dem Antrag. Der Martin hat einen Beitrag. Ja, ich weiß nicht, ob du die Änderungen verfolgt hast. Ich habe mir erlaubt, gestern noch die Ablehnung des Ressourcenvorbehaltes hinzuzufügen. Einen Satz. Und zwar, wir haben in Hessen jetzt ein Inklusionsgesetz für Schulen, aber mit einem Ressourcenvorbehalt, was dazu führt, dass von ungefähr 1200 Eltern, die inklusive Beschulung ihrer Kinder gefordert haben, ungefähr 300 abgelehnt wurden wegen mangelnder Ressourcen. Also nicht, weil die Kinder keine normale Schule besuchen könnten, sondern weil irgendwie Treppen oder Lehrmittel oder sonst was fehlt. und das ist eine ganz miese Nummer. Man darf also mit dem Geld nicht auf einmal dann Menschen behindern. Und deswegen hatte ich das reingeschrieben. Ich hoffe, das ist okay. Jetzt mal zum Verständnis. Genau. Das ist, glaube ich, ein Thema, was wir groß klären sollten, ob das ein Änderungsantrag ist oder wie der verändert worden ist. Okay. Also der Antragsteller übernimmt die Sache mit dem Ressourcenvorbehalt. Habt ihr dann vielleicht einen kompletten Text für die Antragskommission? Entschuldigung, wir sind gerade in der Diskussion, ob das denn möglich ist. Es ist ja kein sonstiger Antrag, so wie wir gerade eben verhandelt haben, sondern es ist ein Programmantrag. Und Änderungen von Programmanträgen brauchen 50 Unterschriften. Ich hatte den aber gestern geändert in dem Wiki, bevor dieser Antrag gültig war. Und er war auch nicht gesperrt. Also gestern hatten wir das noch nicht. Und also der, der vorgestellt war, ist der, der im Wiki steht. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber dann muss der Mathe sein. Okay, es herrscht eine große Einigkeit. Und wenn irgendwie jetzt sowohl Sascha als auch Christoph den gleichen Antrag stellen wollten, dann sollten wir doch über den Antrag jetzt auch abstimmen. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Die blaue Stimmkarte. Wer dagegen ist die rote Stimmkarte? Der Antrag ist angenommen. Dann machen wir weiter mit dem PA 007. Da geht es um ein barrierefreies Notrufsystem. Genau. Auch wieder ein Antrag gestellt vom Johannes. Kurze Zusammenfassung. Barrierefreies Notrufsystem gibt es schon in einigen ausländischen Teilen, unter anderem in Österreich, beziehungsweise auch in einigen Bundesländern in Deutschland. Hier geht es darum, den Sprach- beziehungsweise Taub-, den Gehörlosen beziehungsweise den sprachverhinderten Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, per SMS einen Notruf abzusetzen. Und das hat der Johannes hier beantragt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch dem anschließt. Vielleicht noch als Zusatzinformation. Im November wird eine Informationsveranstaltung für dieses barrierefreie Notrufsystem stattfinden. Bei uns im LV genauen Termin werden wir noch bekannt geben. Aber wir würden uns freuen, wenn er das schon an der Stelle unterstützt. Danke. Gut, der Antrag ist vorgestellt. Wir kommen zu einem Meinungsbild. Wer möchte dem... Wer würde dem Antrag zustimmen wollen? Wer würde den... Achso, genau. Also es ist eine Mehrheit. Die Frage wäre gewesen, dass man dafür und dagegen gleichzeitig anspricht. Aber es ist eine Mehrheit dafür. Wir kommen zur Aussprache. Ich habe eine Anmerkung zu diesem Antrag. Ich halte... Also ich finde die Intention des Antrags gut. Das Problem ist ein technisches. Der Notruf hat eine Dienstklasse in allen Netzen. Die ist bei SMS nicht gewährleistet. Also den Antragstext begrüße ich. Die Umsetzung, die dahinter steht, wird wahrscheinlich... Also sie ist nicht unproblematisch. Weil wenn Menschen, die diese Nummer haben, plötzlich anstatt den Notruf zu wählen, also ich meine jetzt nicht gehörlose, sondern diese SMS schicken und sich dann darauf verlassen, dann ist das ein Problem. Und es ist auch wichtig, dass beim Notruf auch immer ein Feedback kommt. Das bedeutet, wenn die SMS geschickt wurde, dann kann man noch nicht davon ausgehen, dass die Nachricht angekommen ist. Also ich befürworte die Intention des Antrags. Ich fürchte aber, dass die Umsetzung problematisch sein könnte. Ich habe damit auch mit einigen Leuten aus der AG Bevölkerungsschutz geredet und wir haben da noch einige Bedenken. Ich würde sehr gerne an dieser Infoveranstaltung teilnehmen, deswegen. Danke. Generell ist das natürlich zu begrüßen, wird ja wahrscheinlich auch positiv abgestimmt. Aber ich möchte anhand dieses Beitrags mal ein Problem, was ich generell mit solchen Anträgen habe, loswerden. Erstmal diese technischen Schwierigkeiten. Es wirkt also wieder, als wäre da nicht oft viel fundiertes Hintergrundwissen dahinter. Dann geht es mir um das barrierefrei, weil eigentlich ist hier gemeint ein SMS-Notruf für Gehörlose. Weil genau genommen ist das ja viel weitreichender, was hier steht. Was ist denn mit Leuten, die keine Arme haben zum Beispiel, sind behindert. Müssten wir jetzt nicht nach diesem Antrag auch dann ein barrierefreies Notrufsystem für die einrichten. Also die Intention ist ja klar, aber irgendwo geht es mir um schlechte Formulierungen, inhaltliche Schwächen von solchen Anträgen, die dann letztendlich einfach immer zu so schwammigen Sachen führen. Ja, ich sehe da kein Problem damit, denn der Antrag sagt nicht, wie das eingeführt werden soll, sondern dass es eingeführt werden soll. Und wenn es da technische Probleme geben sollte, dann muss man eben sehen, dass die ausgeräumt werden. Dann ist das nicht unser Problem, den SMS-Notruf, also Notrufe per SMS abzusetzen, gibt es ja schon in anderen Ländern. Da funktioniert das auch in die umgekehrte Richtung. SMS-Katastrophenwarnungen haben wir in Frankfurt bereits eingeführt. Also da kann man auf eine Webseite gehen, kann seine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer hinterlassen und dann kriegt man, wenn das nächste Mal ein Gifttransporter umkippt oder so, kriegt man eine SMS. Das funktioniert auch und sowas könnte man sofort in Hessen einführen. Ja, ich möchte auch nochmal auf die handwerklichen Schwächen dieses Antrags hinweisen. Wir können hier alles Mögliche beschließen, es ist immer alles toll, wir wollen dies, wir wollen jenes. Wenn man ein SMS-Notrufsystem möchte, dann möge ich mal bitte auch eines beantragen und nicht ein barrierefreies System. Barrierefreies System, wie mein Vorredner sagte, auch für Leute ohne Arme. Ich möchte es gerne etwas genauer haben im Programm. So und dann ist immer noch die Frage, es wird immer wieder dies gefordert und jenes gefordert und was kostet das? Hat das irgendjemand mal ermittelt? Was kostet die Einführung? Ich hätte gerne etwas mehr Informationen für die Anträge, die wir hier beschließen. Danke. Genau, die Redeliste ist offen, man kann sie anstellen. Die Nebengespräche bitte hier für den ganzen Saal führen. Wir machen weiter mit dem nächsten Beitrag. Also in dem Antragstext lese ich nicht, dass ein SMS-basiertes System eingeführt werden soll, sondern ein barrierefreies und ich bin auch dafür, dass ein barrierefreies System eingeführt wird und das nicht auf SMS beschränkt wird. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist zwar von Barrierefreiheit die Rede, auf der anderen Seite wird aber gleich dann doch die technische Umsetzung angesprochen, nämlich über Mobilfunk. Das finde ich dann eigentlich wieder eine Einschränkung. Ich bin eigentlich dafür, das ganz offen zu gestalten und zu sagen, wir fordern die Einführung eines barrierefreien Notrufsystems. Und die Techniker müssen sich dann eben Gedanken darum machen, wie das umzusetzen ist. Das ist ein anderes Problem. Die Finanzierung kann ich nachvollziehen, dass wir schon uns grundsätzlich Gedanken machen müssen über die Finanzierung unserer Forderungen. In diesem Bereich ist meine Haltung, dass wir grundsätzlich eine Diskussion darüber führen müssen, wie viel uns Gesundheit und auch Barrierefreiheit wert ist. Aber das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die wir hier anregen müssen, dass die Gesellschaft sich darüber diskutiert. Also ich unterstütze den Antrag und würde eigentlich das Wort Mobilfunk dann noch rausnehmen, weil ich das eigentlich noch weiter gestalten würde. Wir sind doch hier bei der Piratenpartei. Wir haben Visionen. Das heißt, da steht unser Ziel. Das heißt, wir müssen es auf den Weg machen und wir sind nicht morgen schon da. Und wenn es Dinge noch nicht gibt, dann setzen wir uns dafür ein, dass sie erfunden werden. Wo sind wir denn hier? Hallo? Los geht's! Ja, drei Dinge. Also zum einen Menschen ohne Arme oder die blind sind, die können sprechen. Das heißt, sie können ein Telefon benutzen und die wählen die 112. Und dank Sprachsteuerung kann auch jemand ohne Arme die 112 wählen. Dann sagt er halt, Siri ruft die 112 an. Das ist das eine. Das andere, was es denn kostet, was kostet ein Menschenleben? Das ist unbezahlbar. Also die Kosten in dem Fall sollten nebensächlich sein. Das dritte, das dort steht mit Mobilfunk, hat durchaus einen Sinn. Denn einen Notruf per Fax für Gehörlose gibt es ja bereits. Nur hat man so ein Faxgerät nicht immer überall dabei. Und deswegen ist gerade die Betonung auf den Mobilfunk besonders wichtig. Okay. Das war der siebte Beitrag. Die Rednerliste wird damit jetzt automatisch geschlossen. Wer einen Beitrag noch geben möchte, der müsste jetzt nach vorne kommen. Und die Antragsteller haben auch die Gelegenheit, noch eine Erwiderung zu geben. Okay. Also, die... Ich denke, dass... Also, wie schon gesagt, ich würde den Antrag befürworten. Es gibt ja auch nochmal so einen anderen Punkt, nämlich das Internet... Der Internet basierte Notruf ist ja auch so etwas, was wir zurzeit noch überhaupt nicht haben. Es gibt immer mehr Leute, die nur noch Voice over IP haben, die dann... Wo die Notrufmöglichkeit auch immer so mit einem Fragezeichen zu versehen ist. Das ist eine ganz komplexe Fragestellung. Ich würde diesem Antrag zustimmen. Wir können ihn vielleicht danach noch ändern, weil ich finde es wichtig. Was ich richtig scheiße finde, ist, dass an der Stelle quasi, wo es um Inklusion geht, dass Menschen den Zugang zu lebensnotwendigen Dienstleistungen, nämlich dem Notruf bekommen, mit Kosten argumentiert wird. Leute! What the fuck! Da möchte ich gleich ein bisschen widersprechen. Es wird nicht mit Kosten argumentiert. Ich würde das nämlich auch generell unterstützen, dass wir uns bei allen Sachen immer nicht überlegen, was es kostet, sondern dass zumindest ein Ansatz da ist oder aufgeführt wird, was es kosten wird. Dass wir das dann trotzdem machen, ist ja gar kein Problem. Aber ich finde, es gehört für eine Partei, die sich Information auf die Fahne geschrieben hat, den Bürger zu informieren. Jedes Großprojekt sollen die Kosten offengelegt werden. Wenn wir die Information bekommen können, wäre es doch ganz nett, wenn wir diese Information beifügen würden. Dann können wir ja trotzdem sagen, scheiß drauf, dass es 10 Millionen kostet. Wir wollen das trotzdem haben, aber es ist eine interessante Information. Wenn wir das natürlich allgemeiner fassen und sehen, als Visionär, dann müsste meiner Meinung nach das Mobilfunk weg. Wie gesagt, mir geht es darum, super, kann ich zustimmen. Aber mich stört immer diese unglaublich schlechten Formulierungen und technischen Probleme bei solchen Anträgen, die sich immer wieder besprechen. In der Begründung steht wieder etwas anderes als im Antragstext. Na klar, muss man nicht heranziehen. Aber das ist ja auch eine Grundlage auf eine Entscheidung. Man guckt sich die Begründung an und stellt dann fest, da steht ja etwas ganz anderes als im Antragstext. Also ich möchte eigentlich nur, dass wir sauberer versuchen, bei solchen Anträgen zu arbeiten, weil sonst müssen wir jetzt wieder 50 Stimmen suchen und dann müssen wir das ändern und sowas. Vielleicht sollte man auch das bis Putzbach verschieben und dann könnte man es vielleicht auch besser formulieren. Nur so meine Idee. Ja, vielleicht noch ganz kurz ein Abschlussstatement dazu. Also zur technischen Umsetzung habe ich vielleicht nicht das technische Verständnis dazu, um das wirklich nachvollziehen zu können. Wie gesagt, in anderen Ländern funktioniert es, in anderen Bundesländern funktioniert es. Die Steigerstiftung hat dazu was im Petto, was sie demnächst, wie gesagt, auf unserem Vortrag vorstellen wird. Was den Punkt angeht, den Ernst angesprochen hat, von wegen Menschen ohne Arme können daran nicht teilnehmen. Ja, das ist sicherlich richtig und auch für die müssen wir irgendwelche Lösungen finden. Aber das kann natürlich jetzt hier erstmal nur mal ein erster Schritt sein. Und hier geht es jetzt eben erstmal um das barrierefreie Notrufsystem über Mobilfunk. Und ich würde mich freuen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht für jeden perfekt ausformuliert ist, dass wir hier eine Zustimmung finden und gegebenenfalls das Ganze einfach beim nächsten Parteitag ändern. Danke. Gut, dann wäre die Aussprache beendet. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag. Wer dem Antrag zustimmen möchte, die blaue Karte. Wer den Antrag ablehnt, bitte die rote Karte. Der Antrag ist angenommen. Besten Dank. Dann liegt ein GO-Antrag von Ralf Praschak vor, auf Änderung der Tagesordnung. Der Antrag lautet, vorziehen der sonstigen Anträge zu den Wahlen SA01 bis SA01F und SA02 bis SA02F. Ralf, möchtest du den Antrag begründen? Ja, wir wollen ja in den Wahlen teilnehmen, also sollten wir dies auch beschließen. Das ist einer dieser Anträge, jeweils für die Bundestagswahl, für die Landtagswahl. Wir haben auf dem letzten Parteitag beschlossen, wann diese Aufstellungsversammlungen für die Landeslisten sein sollen. Es gab auf der Mailing-Liste ja Kommunikation dazu, dass die Zeitfenster relativ knapp sind, mit Festlegung auf Januar für die eine und Februar auf die andere, aufgrund auch von Fasching und so weiter und so fort. Wir würden uns mit Annahme und auch Beschäftigung dieser Anträge das Zeitfenster auf das erste Quartal etwas öffnen und etwas entspannter zu werden, um das zu organisieren alles auch, weil das ist ja sehr wichtig. Und ja, ich würde bitten, dass wir das jetzt am Ende noch beschließen können, weil gerade, ich denke, die Zustimmung zur Teilnahme zu den Wahlen müsste eigentlich einstimmig erfolgen und das wäre ein guter Ausgang für diesen Landesparteitag. Dankeschön. Ja, eine Gegenrede zu dem Antrag? Ja, wir sind jetzt gerade hier beim Thema Barrierefreiheit. Wir haben noch einen Antrag dazu. Ich würde mich freuen, wenn wir den jetzt noch schnell behandeln könnten und danach hätte ich kein Problem mit der Änderung der Tagesordnung. Wenn es möglich ist, Versammlungsleitung, können wir den GO-Antrag um einen Antrag zurückstellen. Jetzt haben wir ihn, du kannst ihn zurückziehen und dann nochmal stellen, genau. Du musst ja wieder die Unterschriften sammeln oder gelten die noch? Ja, die gelten weiter. Dann stell bitte den nächsten Antrag vor. Ja, auch wieder ein Antrag von Johannes. Jetzt geht es um die Barrierefreiheit beim Hessischen Rundfunk. 2013 soll das Gesetz geändert werden, dass auch Kommunikationsbehinderte zukünftig GZ-Gebühren zahlen sollen. Die sollen ein Drittel der Gebühren zahlen, die normale zahlen. Momentan sind circa 15 Prozent der Sendungen überhaupt untertitelt bzw. eben barrierefrei dementsprechend. Wir sollten dafür sorgen, dass die auch die Leistung bekommen, für diese bezahlen. Und von daher, ich würde mich freuen, wenn wir den Antrag schnell noch beschließen können. Danke. Gut, der Antrag wurde vorgestellt. Wir machen ein Meinungsbild darüber. Wer würde dem Antrag so zustimmen können? Das ist eine Mehrheit, teile ich dem Antragsteller mit. Wir beginnen die Aussprache. Wer möchte einen Redebeitrag zu dem Antrag leisten? Es gibt die Möglichkeit, hier vorne was zu sagen zu dem Antrag. Drei, zwei, eins. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Wer ist dagegen? Damit ist der Antrag angenommen. Gut. Es ist nicht lange her, da war ein GO-Antrag angekündigt. Jetzt ist die Frage, ob der gestellt wird. Der Ralf stellt einen GO-Antrag. Ja, der gleiche von eben, Änderung der Tagesordnung, dass wir die sonstigen Anträge zu den Wahlen betreffend vorziehen. Und ich würde bitten um Zustimmung, damit wir am Ende hier noch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen können. Danke. Eine Gegenrede dazu? Das sind ja, insgesamt sind es ja sehr, sehr viele Anträge, die auch, also das Ganze ist ja einmal für die Landtagswahl und einmal für die Bundestagswahl. Es ist ja auch relativ wortgleich, was beides angeht und es sind sehr, sehr viele Anträge. Ich persönlich finde das eigentlich, habe an keinem dieser Anträgen was auszusetzen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn irgendjemand sämtliche Anträge zum Landtag unterstützt, dass der nicht auch sämtliche Anträge zur Bundestagswahl unterstützt. Deswegen wollte ich fragen, das sind ja auch sonstige Anträge. Ob wir die in irgendeiner Form als Block abstimmen können. Okay, das war eine sehr konstruktive Gegenrede. Es ist halt die Frage, wir stimmen jetzt zunächst einmal über den Antrag an, ob wir die beiden Antragsblöcke behandeln wollen. Das ist der GO-Antrag. Weshalb ich das als Gegenrede gestellt habe, ist natürlich, weil, wenn wir diese ganzen Anträge jetzt einzeln behandeln, also das fließt mit in diese Entscheidung mit dem Vorziehen ein, finde ich. Weil wenn wir diese ganzen Anträge einzeln abstimmen, haben wir bei jedem einzelnen Antrag wieder Gegenrede, haben wieder Fragen und so weiter und so fort. Und deswegen ist das meine Gegenrede gewesen. Ja, aber wenn es halt, wir machen ja Meinungsbilder nach hier im Antrag, wenn es keinen Redebedarf gibt, geht es relativ schnell auch, denke ich. Gut, dann würde ich jetzt zur Abstimmung über den GO-Antrag kommen. Wer ist dafür, die sonstigen Anträge jetzt zu behandeln? Wer ist dagegen? Genau, die roten Karten sind da. Ja, das ist eine Mehrheit. Der Antrag ist angenommen. Wir machen weiter beim sonstigen Antrag 01, Teilnahme an der kommenden Bundestagswahl. Ich bitte den Ralf, den vorzustellen. Ja, der Volker hat es ja eigentlich schon gesagt. Wollen wir an der Bundestagswahl teilnehmen? Das ist ja einfach. Darüber machen wir jetzt ein Meinungsbild. Wer würde dem Antrag zustimmen wollen? Wer würde es nicht wollen? Das ist eine Mehrheit, die dem Antrag zustimmen würde. Gibt es einen Aussprachebedarf? Ja? Da steht drin, wir beschließen, an der Bundestagswahl teilzunehmen. Wenn da steht, wir möchten an der Bundestagswahl teilnehmen, würde ich dem zustimmen. Aber der Beschluss darüber, ob wir an der Bundestagswahl teilnehmen, tut tatsächlich die Wahlprüfungskommission wahrscheinlich durchführen, die unsere Wahleanträge behandelt. Ich kenne die genauen rechtlichen Grundlagen nicht, aber wir entscheiden doch jetzt nicht, ob wir daran teilnehmen. Also, das... Denn es kann auch sein, dass wir aus formalen Gründen abgelehnt werden. Also, wir können beschließen, dass wir diesen Prozess eingehen. Also, ich sehe halt einfach eine gewisse textliche Schwäche dabei. Das ist das, was ich sagen wollte. Weitere Redebeiträge, bitte. Entschuldige, aber bitte, das könnte man auch so auslegen, selbst, wenn wir verboten bekommen, an der Bundestagswahl teilzunehmen. Und mittlerweile würde mich das in dieser Republik nicht mehr wundern, würde ich trotzdem versuchen, an der Bundestagswahl teilzunehmen. Im Zweifelsfalle mit sehr großen Demonstrationen. Danke. Möchte der Antragsteller noch ein Statement abgeben, dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Wer ist dagegen? Der Antrag ist angenommen. Dann kommen wir zum sonstigen Antrag PA... Ich hätte einen Vorschlag zu dem Prozedere, dass wir vielleicht von den gleichen, also vom Bundestagswahl zu dem selben Antrag Landtagswahl springen und dann nach unten weitergehen. Also, zickzack. Okay. Wer würde dem Vorgehen zustimmen? Alles klar, dann verfahren wir so. Dann wäre der nächste Antrag der SA02. Ralf, bitte. Ja, wollen wir an der Landtagswahl teilnehmen? Ich bitte um Zustimmung. Das Meinungsbild wählt positiv aus. Wir kommen zur Aussprache. Möchte jemand dazu einen Redebeitrag halten? 3, 2, 1. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Wer ist dagegen? Alles klar, der Antrag ist angenommen. Dann, Ralf, bitte, den nächsten Antrag. Ja, der SA01A, offizielle Kandidatenseite, weil es gibt zwar schon mehrere Seiten im Wiki, wo sich Leute eingetragen haben, dass sie für verschiedene Dinge kandidieren wollen. Wenn wir eine offizielle Seite einrichten, wo man seine Kandidatur erklären kann und auch der Landesvorstand später, nach diesem Landesparteitag, die Mitglieder auffordert, sich da zu erklären, dann haben wir einfach eine transparente Übersicht, wer wo für was kandidieren möchte. Und ich möchte da einfach, dass wir den Startschuss geben. Jetzt geht es los, weil wir haben ja beschlossen, dass wir teilnehmen. Und das unterstützt das einfach noch im Paket. Danke. Gut, wir machen ein Meinungsbild. Wer würde zustimmen? Wer würde ablehnen? Wir eröffnen die Aussprache zu dem Positiv aus, das Meinungsbild. Wir eröffnen die Aussprache. Bitte um Redebeiträge. Da der Landesparteitag, der das beschließt und der in einer halben Stunde zu Ende ist, das er nicht mehr machen kann, frage ich dich mal, wer soll denn das machen? Das darf ich jetzt als freiwillige Meldung nehmen, dann stimmen wir das Ding ab. Alles klar. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer würde dem Antrag zustimmen? Wer lehnt den Antrag ab? Der Antrag ist angenommen. Ralf, bitte stellt den nächsten Antrag vor, den SA02a, bitte. Das gleiche in orange, nur für die Landtagswahl. Wir machen ein Meinungsbild, wer würde den annehmen? Das fällt positiv aus. Wortbeiträge bitte. Wer soll es machen? Also neben vielen Mails schreiben, kann ich auch sehr gut Copy-Paste. Ich mache das. Gibt es weitere Wortbeiträge? Es gibt keine weiteren Wortbeiträge. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Blaue Karte, rote Karte bei Ablehnung. Der Antrag ist angenommen. Dann bitte der SA02 von Ralf. SA01b. Genau, da geht es darum, wir haben festgelegt, für die Bundestagswahl die Aufstellungsversammlung im Januar zu machen und dieser Antrag sagt, dass wir das in das Q1 öffnen, das Zeitfenster, um einfach ein bisschen besser organisieren und planen zu können und das würde uns einfach helfen, aufgrund der Situation Fasching und so weiter und so fort und ich würde uns danken, wenn wir da nicht wie in Niedersachsen das fünfmal machen müssen oder mehr, sondern halt einfach, dass wir es in Hessen einfach einmal ordentlich tun und fertig. Danke. So, rote Karten, blaue Karten hoch zur Meinungsbild und Meinungsbild. Das Meinungsbild fällt positiv aus. Gibt es Wortbeiträge? Ja, Marc, bitte. Ja, wenn ich mich nicht irre, waren Gerns, haben das so verabschiedet worden, dass die Landtagswahlaufstellung vor der Bundestagswahlaufstellung sein soll. Das sollte dann vielleicht in den Anträgen irgendwie beibehalten werden. Das steht in beiden Anträgen auch so drin. Der für die Landtagswahl hat nämlich drin, dass er nach der Bundestagswahl sein soll, obwohl er im Q1 ist. Das steht drin im entsprechenden Landtagsantrag. Gut. Gibt es weitere Wortbeiträge? Ich sehe das nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Blaue Karte, rote Karte bei Ablehnung. Der Antrag ist angenommen. Ralf, bitte stell den Antrag SA02b vor. Ja, der SA20b ist dasselbe auch wieder für die Landtagswahl und die Kritik, die der Marc gesagt hat, ist ja eben integriert. Der letzte Satz heißt, aber möglichst nah am Februar, aber nach der Bundestagswahl, Aufstellungsversammlung fertig. Gut, zum Meinungsbild. Wer könnte dem Antrag zustimmen? Das fällt positiv aus. Gibt es Wortbeiträge? Es gibt keine Wortbeiträge dazu. Wir kommen zur Abstimmung. Wer möchte den Antrag annehmen? Wer möchte ablehnen mit der roten Karte? Der Antrag ist angenommen. Ralf, bitte stell den Antrag 2, 0, SA01, 0, 2, 1, so sag mal, wie der heißt. Es tut mir leid, dass ich ja schon wieder hier stehe. Nachdem wir das Ortsfenster jetzt beschlossen haben, geht es um, äh, nachdem wir das Zeitfenster beschlossen haben mit dem Q1, geht es um ein Ortsfenster, was aber auch nur ein bisschen die Priorität der Ausschreibung, die wir machen müssen, um das zu veranstalten, dass wir das von der Mitte Hessens, was sich in Mücke Vogelsberg, wo sind die Vogelsberger? Dort befindet, ja. Das wäre, weil der Landtag und auch der Bundestag jeweils repräsentieren ganz Hessen, also wäre es auch schön, eigentlich, wenn wir in der Mitte Hessens unsere Aufstellungsversammlung machen, hängt natürlich davon ab, dass die Kritik von Andrea an der Stelle immer kommt, wenn es keiner dort tut, müssen wir halt weiter weggehen und deswegen ist einfach nur die Prioritätenliste, das entsprechend zu gucken, dass wir möglichst nah an der Mitte sind, wenn dort sich keiner findet, gehen wir halt weiter weg und, ja, das ist einfach nur der Fokus da drauf und ich würde auch bitten, dem zuzustimmen. Danke für die Vorstellung, wir kommen zu einem Meinungsbild, wer möchte, würde dem Antrag zustimmen, blaue Karte, rote Karte bei Ablehnung, das fällt positiv aus, ich eröffne die Aussprache. Ich würde dich bitten, den durch einen Satz zu konkretisieren, was möchtest du nehmen, ÖPNV oder Straße, weil hier jetzt nach Frankenberg brauche ich zum Beispiel mit dem ÖPNV vier Stunden, mit dem Auto zwei Stunden und so ist das überall anders auch. Dazu würde ich entgegnen, wer nach Wiesbaden möchte oder nach Berlin, dem ist kein Weg zu weit. Danke. Ich sehe das Problem mit der Verkehrsanbindung ebenfalls und zwar vor allem deswegen, weil ich gerade erlebt habe, wie schwierig das für einige Odenwälder war, überhaupt hierher zu kommen und dass das ein Entscheidungsgrund dafür war, nicht zu kommen. Wenn wir jetzt in der Mitte von Nowhere, und das wäre die Mitte von Nowhere das machen, dann denke ich, dass die Teilnahme sehr gering wäre. Wenn den Leuten kein Weg zu weit ist, dann könnten wir auch das Rhein-Main-Gebiet nehmen. Mir geht es um die Infrastruktur, die wir zum Beispiel hier vor Ort haben. Die Netzanbindung ist miserabel. Wir haben ein Problem, überhaupt einen Stream zum Laufen zu bekommen. Es gibt im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen nun mal jede Menge Hallen. Es wäre auch möglich, nach Kassel zu gehen und es gibt eine bessere, ausgebaute Infrastruktur einfach. Also ich finde, es muss überhaupt nicht sein, dass wir dieses Ortsfenster festlegen. Wir können gucken, dass wir nach Mittelhessen gehen, aber das jetzt hier als LPT-Beschluss zu machen, finde ich nicht okay. Ich muss dem Ralf Entschuldigung, ich muss dem Ralf Rech geben, wer nach Wiesbaden oder Berlin will, dem ist kein Weg zu weit, aber allerdings sind auf einer Aufstellungsversammlung die, die nach Berlin oder Wiesbaden wollen, eigentlich in der Minderheit mit Minderheit und die Mehrheit ist die Basis, die die Leute wählen muss. Und also ist das kein Kriterium zu sagen, mach ruhig einen weiten Weg, wenn du da hin willst. Nein, die Basis muss mich wählen und die muss da hinkommen und die muss ordentlich da hinkommen. Also würde ich schon einen ordentlich erreichbaren Bahnhof in der Nähe nehmen oder eine Autobahn in der Nähe, dass möglichst viele Leute zur Aufstellungsversammlung kommen können und die Kandidaten auf eine möglichst breite Basis gestellt werden. Ja, bei dem Antrag geht es ja auch nur um eine Priorisierung und entsprechende Infrastrukturgeschichten, sei es Streaming oder auch eben Bahnhof, gute Erreichbarkeit, Parkplätze sind einfach dann Teil der Ausschreibung, dass diese, jeder Standort, der sich bewirbt, eben diese Qualitätsmerkmale aufweist. Und dann können wir immer noch schauen, dass es möglichst in der Nähe von Hessen, der Mitte von Hessen ist und fertig. Ich würde gerne, ich würde gerne zu Bedenken geben, dass es im Januar beziehungsweise Februar ist. Wer mit dem Auto kommen möchte, dem ist wahrscheinlich Frankfurt, die Gegend um Frankfurt, viel lieber als die Gegend in Oberhessen, so schön die da auch sein mag. Im Übrigen könnte man natürlich auch einen Schwerpunkt der Mitglieder festlegen, der ist sicherlich nicht in Vogelsberg, sondern der ist wahrscheinlich auch eher in der Nähe von Frankfurt. Danke. Da sich mein Redebeitrag an den Antragsteller wendet, warte ich erst mal, aber okay. Also mich würde es freuen, wenn du den Antrag so umformulieren könntest, dass, also nicht aufgrund der Nähe zum Mittelpunkt Hessen, Mücke Vogelsberg zu priorisieren, sondern der Erreichbarkeit des Austragungsortes eine hohe Priorität einzuräumen. Dann kann der Vorstand die Erreichbarkeit mit mehreren Verkehrsmitteln in die Entscheidung mit einbeziehen, aber ist jetzt nicht an, also weil das mit den Witterungsbedingungen, denke ich, ein Argument ist, Anbindung mit ÖPNV ein Argument ist, das könnte dann alles berücksichtigt werden und die geografische Lage natürlich auch. So, ich gebe einmal zur Info, das war der siebte Redebeitrag. Wir schließen die Redeliste jetzt. Wer noch was sagen möchte, bitte sich jetzt anstellen und dann geht es weiter. Also ich finde es interessant, dass alle Redebeiträge alle möglichen Argumente bringen, aber den Punkt, um den es eigentlich geht, traut sich keiner zu sagen. Es geht natürlich darum, die Zusammensetzung der Mitglieder auf dieser Aufstellungsversammlung zu beeinflussen durch die Wahl des Ortes. Darum geht es, oder? Natürlich nicht, okay. Entschuldigung. Also ich komme aus dem Facepalmieren hier nicht mehr raus. Für diesen ganzen Antragsblock. Früher haben wir dann einfach teilgenommen an Wahlen, ohne dass da ein Beschluss dafür notwendig war. Da wurden Wiki-Seiten eingerichtet für die Kandidaten, ohne dass das beschlossen werden muss. Jetzt wird schon der Ort priorisiert. Wie wäre es denn, wenn einfach die Angebote eingeholt werden und dann, wir haben doch inzwischen das schöne Mittel, dann entscheidet das nicht nur der Vorstand, sondern geht das nach Auflistung aller Angebote mit allen drum und drum, geht das über ein virtuelles Meinungsbild an alle Mitglieder und da wird völlig transparent entschieden, nach den Kristerien aller Mitglieder, anstatt dass wir jetzt hier irgendwelche blödsinnigen Anträge über Positionen und wie wir das alles aufbauen machen. Also das ist ja wirklich allmählich völlig bescheuert. Tut mir leid, das regt mich hier nicht inzwischen auf. Ja, wie gesagt, ich kann also nur empfehlen, diese Feinheiten, es gibt die Programmgruppe Wahlen, wir treffen uns am 12.10. wieder in der Andertelko, sorry, wer da noch Interesse hat, da mitzuarbeiten, jederzeit gerne. Da sprechen wir diese Feinheiten durch und wollen das als Ergebnis dann natürlich auch entsprechend präsentieren. Ja, warum wir das beschließen, natürlich sind wir eine basisdemokratische Partei, bei uns entscheiden die Mitglieder, fertig und natürlich Schatzmeisterei, wenn wir an einer Wahl teilnehmen, folgen da weitere finanzrelevanten Beschlüsse und die können sich alle auf diesen Landesparteitagsbeschlüsse einfach beziehen, weil wir eben gesagt haben, wir wollen daran teilnehmen. Das heißt, Folgeanträge sind für den Vorstand relativ einfach daran andockbar und ja, auch wir müssen uns natürlich an formelle Regeln halten, die wir vielleicht in den ersten Jahren, die wir nicht eingehalten haben, ja, aber deswegen spricht es ja nicht dagegen, sie wurden mit breiter Mehrheit angenommen, also ich sehe da nicht, dass die ersten Anträge schwachsinnig sind, sondern dass wir hier drüber diskutieren, weil wir sind immer noch das höchste Organ in Hessen, auch wenn es bei der Beteiligung etwas mangelt. Gut, ich habe jetzt erstmal einen GO-Antrag, der gerade eingereicht worden ist, der auch eine gewisse Dringlichkeit hat, darin geht es um die Verlängerung des Landesparteitags bis 19 Uhr heute, den würde ich zur Abstimmung bringen, möchte jemand eine Gegenrede halten? Wer ist die Abstimmung? Der Sascha Brandhoff mit zehn Unterschriften. Okay, wir bleiben in dem Tagesordnungspunkt mit der Abstimmung über den Antrag über den Ort der Aufstellungsversammlung. Ralf, du hattest jetzt gesagt, du möchtest den Antrag so stellen. Ja, ich würde ihn so lassen, weil nämlich auch in dem Antrag drinsteht, sofern Kosten und das Angebot stimmen und das Angebot obliegt immer noch dem Landesvorstand, die Ausschreibung entsprechend auszuschreiben, wo eben die ganzen Infrastrukturgeschichten und so weiter drin aufgelistet sind und fertig. Danke. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer würde dem Antrag zustimmen? blaue Karte, wer lehnt ihn ab? Rote Karte. Der Antrag ist angenommen. Dann würden wir jetzt zu dem Gio-Antrag auf die Verlängerung des Landesverteitags bis 19 Uhr kommen. Da ist der Antrag, dass wir bis 19 Uhr weitermachen. Es ist jetzt zehn vor sechs. Wer ist dafür? Wer möchte eine Gegenrede halten? Meine letzte Info war, dass um 18 Uhr hier abgebaut werden muss. Das hat Nicole gesagt. Dann ziehe ich meinen Einwand zurück. Über jeden Landesparteitag auf dem Sonntagabend schaut euch bitte einfach mal um, wie viele Leute hier noch sitzen. Dazu kommt, dass wir hier ziemlich weit im Norden sind. Das heißt, alle, die noch aus Süden hier sind, müssen auch noch mehrere Stunden nach Hause fahren. und ich würde euch deswegen darum bitten, diesen Parteitag nichts zu verlängern. Danke. Gut. Wir kommen dann zur Abstimmung. Wer ist dafür, für die Verlängerung bis 19 Uhr? Der Antrag ist abgelehnt. Das heißt, wir sollten versuchen, möglichst schnell auch ein Ende zu finden von dem Parteitag. Da ist die Frage, wie wir mit den weiteren Anträgen, die wir jetzt auf der Liste haben. Es wäre mir noch wichtig, dass wir das Orga-Team noch mal auf die Bühne bitten gleich und dass wir dem Vorstand noch eine Möglichkeit einräumen, ein paar Worte an uns zu richten. Wir machen weiter mit dem sonstigen Antrag SA 02C. Ja, das wäre auch wieder diese ortsbezogene Priorisierung für die Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl und ja, ich bitte um Zustimmung in die Diskussion, weil die gleiche und eben haben wir es auch zugestimmt, also könnten wir es vielleicht auch noch mal schaffen und ja, fertig. Das Meinungsbild zu dem Antrag, wer würde zustimmen, blaue Karte, wer würde ablehnen, rote Karte. Das fällt positiv aus. Eine Aussprache zu dem Antrag. Drei, zwei, eins, es gibt keine Wortbeiträge, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Wer ist in der Ablehnung mit der roten Karte? Genau, der Antrag ist angenommen. Ralf, wie möchtest du mit den weiteren Anträgen umgehen? Ich würde eigentlich alle zurückziehen bis auf die beiden Ausschreibungen für das Wahlsystem. Okay, möchte den SA01D, den SA01F, den SA02D und SA02F, möchte je einer davon einen Antrag übernehmen? Das ist nicht der Fall, dann sind zurückgezogen. Dann kommen wir zum SA01E. Ja, da geht es darum, wir haben noch kein Wahlsystem für die Aufstellungsversammlung und es geht auch darum, dass wir das eben ausschreiben, dass eben auch jeder, der sich Gedanken machen möchte, sich daran beteiligen kann und am Ende wir darüber entscheiden, am nächsten Landesparteitag, der in Butzbach ist, welches Wahlsystem wir präferieren, um das dann für die Aufstellungsversammlung anzuwenden. Aber auch eben, dass es wieder transparent passiert und nicht irgendwer es irgendwo macht, sondern dass wir alle dieselbe Chance haben, uns da einzubringen. Wir kommen zu einem Meinungsbild, wer würde dem Antrag zustimmen? Ablehnung mit der roten Karte, das Meinungsbild fällt positiv aus, Wortbeiträge zu dem Antrag? Ja, ich habe eine Frage an den Antragsteller, das Wahlsystem muss so oder so auf dem nächsten Parteitag beschlossen werden, oder? Das heißt, die Transparenz wäre auch gegeben, wenn es über die Mailingliste diskutiert wird. Ja, der Fokus liegt ja an der Ausschreibung, dass eben jedes Mitglied darüber informiert wird, dass es eben passieren soll. Bisher kümmert sich die HG-Wahlen darum, das ist alles transparent, jedes Treffen wird angekündigt, da sind auch schon erste Vorschläge erarbeitet, auch Alternativen, da kann jeder mitmachen, weiß auch nicht, ob wir dafür einen Beschluss brauchen, wenn es darum geht, dass man nochmal darauf hinweist, könnte der Vorstand eine E-Mail an alle Mitglieder schicken, also meiner Meinung nach ist es auch wieder so ein völlig unnötiger Antrag. Ich bitte um ein bisschen mehr Ruhe in der Versammlung. Ja, Dito, meines Erachtens findet das in genau der Transparenz statt, die der Antrag fordert. Ja, es gab eben noch die Kritik, dass der nächste Landesparteitag nicht bescheiden kann, sondern es die Aufstellungsversammlung machen muss, das heißt, ich würde diesen Zusatz streichen, dass es der Landesparteitag beschließt, sondern nur, darum es geht, dass wir hier beschließen, dass es transparent ausgeschrieben wird. Okay, weitere Wortbeiträge sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Du möchtest den so ändern. Ja, genau, einfach den Nebensatz, der hinten steht, um dies beim nächsten Landesparteitag beschließen zu können, dass das gestrichen wird. Das ist einfach nur, der Landesparteitag möge beschließen, die Ausschreibung eines Wahlsystems für die Bundestagswahl Aufstellungsversammlung zu beschließen. Entschuldigung, jetzt ist es auch auf dem BIMA. Ja, einfach hinter dem Komma, das um und der letzte Satz, dass der gestrichen wird. Okay, der Formhalber jetzt nochmal die Möglichkeit, Redebeiträge dazu zu halten. Das möchte keiner. Drei, zwei, eins. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag. Wer ist dafür, dass wir den Antrag so beschließen? Die blaue Karte mit der roten Karte dagegen. Der Antrag ist angenommen. Dann nochmal die Version für SA02. Ja, genau das Gleiche auch mit der Änderung, dass es mit dem Landesparteitag draußen ist, nur dass wir die transparente Aufstellungsversammlung einberufen. Danke, da bin ich auch fertig. Wir machen dazu ein Meinungsbild. Das fällt positiv aus. Wortbeiträge dazu. Sehe ich keine. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür, den Antrag anzunehmen? Wer ist dagegen mit der roten Karte? Der Antrag ist angenommen. Gut, dann kommen wir dazu, dass wir aus der Tagesordnung aussteigen. Es ist kurz vor Ende des Landesparteitags. Ich würde das Orga-Team gerne nochmal auf die Bühne bitten. Und den Vorstand. Genau. Also alle neu und ich möchte gerne an den Jan übergeben, der möchte das nämlich auch machen. Auch in diesen Klamotten. Und auch wenn wir jetzt ans Ende kommen, mal mit dem Einpacken noch eine Runde warten, auch wenn wir jetzt ans Ende kommen, das heißt nicht, dass in Waldeck Frankenberg in 20 Minuten die Grenzen zugeschlossen werden und ihr nicht mehr rauskommt, ihr war nämlich die Orga muss den ganzen Scheiß den wir hier aufgebaut haben wir noch abbauen und wir sind jetzt noch so knapp 80 Leute und wenn da 80 Leute mit anfassen sind wir mit möchtest noch was sagen ja also ich würde gerne ich hoffe es ist in Ordnung im Namen des Vorstands des Neugewählten uns bei den von euch ausgesprochenen Vertrauen ganz herzlich noch mal bedanken wir können das natürlich alles nicht alleine schaffen sondern wir brauchen euch genauso wir können das nur gemeinsam hinkriegen ihr habt jetzt eine ganze Reihe an Beschlüssen gefasst und die gilt es jetzt auch in die Praxis umzusetzen beziehungsweise auch zu kommunizieren und ja vielen Dank dass alle den Weg hierher gefunden haben und dass ihr auch hier so lange durchgehalten habt weil ich glaube es war teilweise doch auch durchaus kontrovers und durchaus auch zäh und auch vielleicht für den einen oder anderen auch sehr enttäuschend aber vielleicht mit ein bisschen Abstand zu dem Wochenende lichten sich vielleicht dann wieder die Enttäuschung und wir können alle wieder mit neuer Kraft oder Tatkraft zusammen am gleichen Strick oder Seil ziehen und können Strang danke so ne auf jeden Fall dass wir gemeinsam hier Hessen rocken und ja lass uns die Gesellschaft verändern lass uns Politik machen und zwar auf Piratenart und nicht so wie wir es bisher kennengelernt haben Dankeschön Gut Orga möchte noch was sagen Ja bevor ihr jetzt alle wegrennt wir wollen hier noch eine kleine Wohltätigkeitsaktion für den Landesverband initiieren wir haben hier diese wunderschönen LPD Rescue Kids der Inhalt ist geheim ja das müsst ihr dann auspacken wir verteilen die Dinge auch erst wenn alle versteigert sind ja und würden jetzt anfragen wie viel ihr für das erste APT Rescue Pack ausgebt also das erste Gebot liegt bei einem Euro 5 Euro 10 Euro 10 Euro höre ich da vorne von der Kia wer bietet mehr 10 Euro sind geboten kommen das ist ein super Rescue Kit das gibt es einmalig aus Frankenberg ihr werdet so schnell keinen Frankenberger Rescue Kit er möchte 25 Euro bieten er möchte 15 Euro er möchte 20 Euro bieten er möchte 15 Euro bieten wer bietet mehr kommt auf ja 20 sind geboten 25 30 Euro von Kia wer bietet mehr wer bietet mehr kommt 30 Euro für das Rescue Kit das ist eine Überraschung ihr könnt es auspacken und seid über 35 Euro hier vom Protter wer bietet mehr wer bietet mehr kommt ihr könnt es auspacken und seid überrascht was drin ist das gibt es so schnell nicht wieder so sind wir der Ersten für 30 Euro los 35 Euro zum Ersten zum Zweiten 50 Euro von Kia und kommen noch mehr da geht noch was 50 Euro von Kia zum Ersten zum Zweiten und zum Dritten verkauft 55 war noch hier vom Dritten 55 Euro für ein Protter wer bietet mehr wer bietet mehr kommt 55 Euro für dieses einmalige Rescue Kit ihr habt da noch ein bisschen was einstecken also 55 Euro zum Ersten zum Zweiten und zum Dritten verkauft super wir kommen jetzt zum Nächsten also das sofort ähm wollt ihr das noch versteigern es geht kleine Sekunde jetzt haben wir erst noch was anderes wichtig wir müssen erst noch mal ganz kurz an die Orga danken in erster Linie an die Eva die sich um die Kinderbetreuung gekümmert hat die dann ein dicker Dank an die Nicole die hier wieder Tag und Nacht gebüffelt hat und gemacht hat bis hier alles stand und lief und sowieso dann ein dickes Dankeschön an unseren Dönermann jetzt aber bitte Döner macht schöner dann nicht zu vergessen an den Sepp für Streaming an die Antragskommission natürlich die sich hier auch gebückelt und gebuckelt hat und ach verdammt nicht zu vergessen gleich hinterher die Protokollanten die den miesesten Job überhaupt haben dann an die Versammlungsleitung die IT den Beamer so haben wir alle haben wir immer vergessen Thomas du hast das Mikrofon was die ganz den ganzen blauen Dunstern wie das Wochenende erzählt haben ertragen mussten und den Duke noch und natürlich ja wie gesagt also und die Presse natürlich für die schönen Artikel über uns im Netz und jetzt macht der Jan weiter mit der Versteigerung des zweiten Rescue Packs ne wir machen das jetzt mal richtig so formell erstmal fertig weil ich muss nämlich schließen weil haben wir eigentlich Fulda anwesend ne gut komme ich gleich nochmal also ich bedanke also ich möchte mich dann auch nochmal bedanken ich möchte mich bei meinem Team bedanken wir hatten zwei eigentlich drei neue dabei die das super gemacht haben wo ich glaube die sind auch fit beim nächsten Mal das mal ohne mich zu machen um selber zu machen das super was die abgeleistet haben für das erste Mal ich möchte ich möchte mich beim Ernst als Wahlleiter bedanken und natürlich auch bei seinen Wahlhelfern die einen tollen Job gemacht haben und die sehr schnell gezählt haben auch bei der Technik übrigens hat der Sascha vergessen den Browser der Netzwerktechnik zu danken die relativ stabiles Internet gebracht haben und der Thumai möchte auch noch was nachschieben ja weil jetzt aus der Orga einzelne Personen rausgegriffen wurden also die Personen haben mir gesagt dass sie nicht alleine das Ganze hier gemacht haben sondern dass das auch nochmal mit einem ganz riesen Team dahinter stand oder stehend umgesetzt wurde und natürlich wollten wir die jetzt nicht irgendwie vergessen sondern auch nochmal von denen oder denen von uns allen unser herzliches Dankeschön für die ganze Arbeit ja gut und damit wir jetzt zum Abschluss kommen möchte ich den Landesparteitag 2012 Punkt 2 hier mitschließen und übergebe an Sascha zur Versteigerung ja dann kommen wir zum zweiten LPT Rescue Pack wir fangen bei 5 Euro an mehr höre ich 10 Euro oder mehr oder was muss ich da hinten wie viel höre ich 15 15 20 25 gibt es mehr als 25 30 bei oh oh 30 40 35 okay 35 zum ersten zum zweiten und zum dritten okay hol dir da ein Rescue Pack wir machen das jetzt durch Versteigerung durch Zustimmung ja wir machen das mal ganz rucki zucki wer bietet 40 Euro für ein Rescue Pack bietet jemand 35 Euro für ein Rescue Pack 35 Euro für ein Rescue Pack bietet hier noch jemand 30 Euro für ein Rescue Pack 25 Euro weiter gehe ich nicht mehr runter dann 25 Euro hier ein Rescue Pack holen zwei Rescue Packs für jeweils 25 Euro wer nimmt noch ein Rescue Pack für 25 Euro drei Rescue Packs für 25 Euro sehe ich ein Rescue Pack für 20 Euro gab es eins für 20 oh eins für 20 wir haben noch drei Rescue Packs ich biete drei Rescue Packs jeweils eins zwei Rescue Packs okay zwei jetzt haben wir noch zwei Rescue Packs für 20 eins jetzt ein Rescue Pack für 20 Euro wer nimmt das letzte letztes Rescue Pack für 20 Euro ich signiere es persönlich wenn das was hilft wer Jürgen Jürgen will das original signieren letzte Rescue Pack für 20 Euro alles klar Ja ich möchte noch mal dran erinnern die Antragsfrist bis für den LPT Butzbach ist bald vorbei es wäre super wenn sich da noch einige Anträge finden wir haben jetzt zwei Wochen länger Zeit trotzdem bitte stellt Anträge Hier so knausrig wie ihr seid verkaufen wir beim nächsten Parteitag einfach die Redezeit dann sind wir einen halben Tag fertig und dann sind wir noch es Kampfer ein bisschen ein bisschen ein bisschen Vielen Dank.